Sooo, na wer ist schon pünktlich eingetroffen hier? Ah, der Johnny war schon pünktlich hier, der pünktliche Johnny mit am Start, sehr gut, sehr gut. So muss er sein, so muss er sein, Test, 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 der Römi ist auch schon da, Willkommen bei dem Spiel, das sogar den Römi hat verzweifeln lassen, Star Wars, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, das Spiel über einen Jedi, der den Großteil des Spiels unlicht wird und ohne Machtkräfte unterwegs ist. Ich hab den Großteil des Spiels nicht gespielt, ich hab nur am Anfang gespielt, aber wir haben den Römi dabei, der muss mir im Zweifelsfall zeigen, wo ich lang muss. Simcard, Gude, Joel, hey. Neoloki, hi. Johnny ist pünktlich und muss nicht wieder weg. Ja, das ist immerhin pünktlich. Die nette Biene sagt Hallo und schönen guten Abend zusammen. Hallo, Hussein, moin. VipexTV, moin. Yuko, hi. Simcard kann auch nicht lange bleiben. Aber Simcard, irgendjemand muss mir doch sagen, wo ich langlaufen muss, was ich schon gesehen hab. Du passt doch immer so gut auf. So, Spooky. Hi. Mir geht's gut soweit. Wie geht's euch? Du kommst grad von meinem Video ab. Grad noch, grad noch. Super, grad noch. Zwei Heldin. Hi. Skrivix. Hallo. Morluls. Servus. Moin nach Thailand. Und J.J. Hi. Sagt. Entschuldigung, Remy. Du musst das wissen. Ich brauch kein Geheimen Verstecken. Ich muss nur den Weg durch die Story durchschaffen. Das Minimalziel ist, irgendwie den Weg durch die Story durchschaffen heute. Die zwei Stunden. Zwei Heldin. Vielen Dank für das Prime. Joel. Oh. Simcard. Was? Das Spiel auch irgendwann abgeh... Oh, oh, oh. So. Du bist Vira. Der, der nach dem, äh, äh, ah, okay. Namen Joghitsgefrage. Ja, in den Kommentaren erinnere ich mich tatsächlich. Namen bin ich ganz schlecht, aber in den Kommentaren erinnere ich mich noch eher. Roter Drangeiser, Namen. Ich bin cool, weil ich ein Drache bin. Sowieso funke ich hin. Sowieso. Julian, hallo. Tomcat, hallo. Läuft bei mir. Ich hab gerade schon Prost gemacht hier. Glaubst nicht, dass ich im Stream das Lichtschwert bekomme? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich hab's tatsächlich noch nicht. Ich dehne mich jetzt das erste Mal, aber, ah, ich hab's tatsächlich noch nie so lange gespielt, das Spiel. Von daher kann ich das gar nicht sagen. Wann sie ist cool, moin. So, bekommen wir bei meinem Raid auch Kekse, weil du sie nicht bekommen? Ja, bekommt man. Es kann sein, dass das irgendwie die Twitch-Bugs sind, aber ja, man bekommt Kekse. Das liegt nicht in meiner Hand, wohlgemerkt. Also, die bekommt ihr automatisch von Twitch. Wenn ihr die nicht bekommt, dann ist Twitch böse, nicht ich. So, die Level sind da ziemlich verwinkelt und man kann sich da schnell verlaufen. Gerade, wenn Mandrabo heißt in Orientierung, es in einer Tüte Mücken hat. Eine Tüte Mücken? Wie kommst du auf eine Tüte Mücken? Fungchen, wie geht's dir? Du bist erst mal auf Twitch dabei. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Und gleich aktiv im Chat. So muss das doch sein. So, Tomke geht's hoffentlich auch gut. Anna! Hi! You shall not pass Gendal. Moin, moin. Eigentlich war es heute wieder irgendwie stressig. 18 Uhr Streams ist für mich immer mega stressig. So, gerade so mit Arbeit fertig werden. Noch irgendwie Abendessen noch irgendwie kurz irgendwie machen. Und dann irgendwie schon im Stream. 19 Uhr ist deutlich angenehmer. Aber hilft dir nix. Hilft dir nix, wenn um 9 alle schlafen gehen. So. So. Vermiss die Videos mit dem Land 16. Ja, die kommen ja nur täglich. So. Was? Wie fange ich Mücken? Natürlich fange ich Mücken mit Eimer. Du nicht? Du nicht, Römi? Miau! Fängst du keine Mücken mit Eimer? Ich dachte, die muss man Eimern. Das ist die bekannte Mückenfang-Taktik nennt man Eimern. So. Du hast irgendwann aufgegeben, um den Code benutzt, um alle Level freizuschalten. Das ist vorteilhaft. Vielleicht hätte ich mir so einen Code vorher auch schon mal holen sollen. Sorry, nette Biene. Ja, Joel. Komm. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh einfach weiter. So. Du bist heimgekehrt. Sehr gut, Herr Banane. Sehr gut, sehr gut. Die Chöre singen schon für dich. Siehst du? So. Marvin. Hallo. Marius. Guten Abend. Guten Abend. So. In drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde geht es auch gleich los. Habe ich eigentlich ein Intro gehabt? Ne, da habe ich kein Intro gehabt, gell? Dann gehen wir so rein. Wannsee ist cool. Gute Besserung auf jeden Fall. Hier bin ich übrigens. Herzlich willkommen. Hand funktioniert auch. Sehr gut. Ich hoffe, ihr seid bereit für Star Wars Night of the Old... Äh, Night of the Old... Dass das mit den Rittern hat gepasst. Dass das mit den Rittern hat auch irgendwo gepasst. Wobei... Naja. Äh, Dead Eye Night... Zwei Dead Eye Outcast spielen wir heute. Ja, komm hier mal mit Drachenbursch, ja. Ja, komm, JT. Skywalker-Saga spielen sowieso. Grund für das Schreien kannst du nachvollziehen, ja. Ich wollte mal wieder irgendwas anbeten, deswegen brauchte ich einen Schreien. So, gerade Video geschaut, jetzt ab und streamen. Das ist, äh... Zeit, ja, Cota. Das ist Cota. Das ist Stream wieder verlängert. Äh, das hängt davon ab. Das hängt nicht in meiner Hand, das hängt in eurer Ne. Also heute, wie gesagt, die zwei Stunden sind... Also wenn ich jeden Tag streamen, sind zwei Stunden echt genug, weil ich einfach sonst zu nichts anderes mehr komme. Na du, danke fürs Wochenende. Wunderschönen... Goeden... Oh, ja, Elden Ring und Dark Souls, danke fürs Wochenende. Elden Ring und Dark Souls habe ich tatsächlich schon gespielt, ja. Auch gestreamt hier auf Twitch. Auch meinen zweiten Kanal kannst du dir anschauen, wenn du es verpasst hast. So, du findest es gut, dass Leute grüßt, die einfach so reinkommen. Was heißt einfach so reinkommen? Die kommen hier einfach so rein, die die followen einfach so. So, ja, die PS4-Freundschaften, ich weiß, die muss ich mal wieder machen. Es tut mir leid. Schande über meinen Haupt, ich weiß, das sind ein paar schon ziemlich lange offen. Ich vergesse sie nicht, aber sie kommen, sie werden... Es ist so ungewohnt, weil das blöde Spiel... Also normalerweise habe ich das Spiel ja hier vor mir auf dem Vollbildschirm und euch habe ich normalerweise auf der linken Seite von mir. Deswegen schaue ich immer in die Richtung, weil da normalerweise der Chat ist. Aber das blöde Spiel, ich verstehe nicht warum, das blöde Spiel ist Vollbild in meinem Vollbildschirm und dann geht es an der Seite rechts, geht es irgendwie noch aus dem Vollbildschirm raus. Also es ist quasi zweimal irgendwie... Es sieht total weird aus, aber das Problem ist, dass es deswegen den Chatlink rechts überdecken wird. Deswegen muss ich den Chat heute auf der Seite haben. Deswegen gucke ich heute immer in die Seite, wenn ich euch anschaue. Ja. So, morgen geht es Battlefront genau. Also vor Battlefront muss ich die Freundschaftsanfragen morgen auf jeden Fall noch rausstecken auf der PS4. Das ist meine persönliche Prämisse auf jeden Fall. Battlefront, du bist schon seit Battlefront 1 dabei. Sehr gut. Heißt, was dabei auf YouTube heute ist, erst mal im Stream. Ich sehe es, aber zum ersten Mal auch im Chat gleich, so muss das sein. Heute nur noch Interesse, warum auf der PC und nicht auf der PS5. Ich weiß gar nicht, gibt es das auf der PS5 auf Deutsch, ich habe gar nicht geguckt gehabt. Weil bei den PS5-Ports ist oft das Problem, dass die gar nicht auf Deutsch gibt. Ich habe tatsächlich die PC-Version genommen, weil ich da in 4K spielen kann und ich es da eh schon habe und ich es mir jetzt nicht extra noch nochmal neu kaufen wollte. Und das Spiel ist alt. Bei alten Spielen, da ist kein Problem, die kann ich auf dem PC spielen, die brauchen keine Leistung. So, und das von einem Spiel aus 2002, ja. Was geht, du bist neu dabei. Ich sitze. Willkommen natürlich. So. Du meinst halt, manche YouTuber grüßen nur Leute, die Kanalmitglieder sind und blenden den Rest aus. Ja gut, ich weiß nicht. Das sind halt auch so wieder die Punkte, weil du ein richtig großer YouTuber bist und einfach nicht mehr dazu kommst, den Chat komplett zu lesen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht eher die Leute dann lesen, keine Ahnung, die Mitglieder sind, aber mir ist das ehrlich gesagt ziemlich egal. Also ich freue mich über jede Nachricht im Chat und es ist mir jetzt ziemlich egal, ob die von einem Mitglied ist oder nicht. Hauptsache Nachrichten im Chat. So, gibt es das, ah, okay, PS4, ja, es gibt einen Port. Ich weiß, es gibt das Spiel auch für die PS4 und für die Switch gibt es das, glaube ich, mittlerweile sogar auch. Banger TV, danke fürs Followen. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt. Keine Ahnung. Schon wieder am Lurken hier. So, die von Aspire gepublished sind, sind auf Deutsch. Ah, okay, dann ist es auf Deutsch. Perfekt, alles klar. Neue Freundesanfragen nehme ich nicht an. Dafür habe ich ja hier, kann man sich die ja mit Kanalpunkten kaufen. Das wird schon wieder zum Chatting hier. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel hier. Auf dem Schwierigkeitsgrad Jedi Padawan, würde ich sagen. Machen wir das einfach mal hier. Wenn das genehmigt ist und wenn nicht, mache ich es trotzdem. Haha. So, starten wir rein. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Kommt dann übrigens ein sehr langes Intro, wer das Video auf YouTube nicht gesehen hat. Ihr seid vorgewarnt. Immer diese Lurker, schrecklich. Ich finde es jetzt schon klasse im Stream, das freut mich. Freut mich, dass es dir die Idee hier gefällt. Nur Episode 1 Racer ist auf Englisch. Äh, ne. Episode... Racer's Revenge ist auch auf Englisch. Äh, Dings ist auch auf Englisch. Äh. Na? Äh, Bounty Hunter. Aber das ist nicht von Aspire. Naja, egal. Eine friedlichere Zeit in der Galaxis ist angebrochen. Acht Jahre sind vergangen seit dem Sieg über das Imperium in der Schlacht von Endor. Doch die neue Republik ist noch immer bemüht, die Ordnung wiederherzustellen und ihre Feinde zu bezwingen. Tja, da haben sie den Namen Erste Ordnung her gehabt auf jeden Fall. Nachdem er das Tal der Jedi vor dem dunklen Derek gerettet hat und fast selbst der dunklen Seite verfallen war, löste der einzige Jedi-Ritter Kyle Katarn seine Bindung zur Macht und wandte sich wieder seinem Leben als Söldner zu. Mit seiner langjährigen Partnerin Jane Ors unterstützt Kyle die Republik weiterhin im Kampf gegen die Imperialen Hinterbliebenen. Also die Erste Ordnung ist hier quasi sind die Hinterbliebenen. Als die Hinterbliebenen den jüngsten Schritt zur Unterwerfung der Galaxis unternehmen, während Kyle und Jan von der neuen Republik entsandt, dem Planeten Kijim eine langen ungenutzten Horchposten des Imperiums zu untersuchen. Das stream ich eigentlich jeden Tag. Die Woche stream ich tatsächlich jeden Tag. Sogar mit Episode 5 Thema. Aber Episode 5 Thema bei einem, das spielt aber nach Episode 6. Also müsste das Episode 6 Thema sein, wenn dann. Quality Content wie immer hier, hallo? Was soll das hier heißen? War jetzt schon wieder falsch, weil ich bin jetzt zu blöd zum Lesen. Ja, das auch. Ich habe mich überredet, 5 bis 6 Star Wars Spiele zu kaufen in meinen Videos. Ich blöde mich hier mal aus. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Ketchy. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und, ach, hören Sie besser selbst. Wenn ich den Ingame-Sauen lauter mache, dann versteht ihr mich nicht mehr, weil das Spiel nachher so laut ist. Wenn ich das Tal der Jedi verpflichte, kriege der Wiedergeborenen. Das Tal der Jedi? Wiedergeborenen? Wir glauben, dass diese Übertragung für Gellert ist. Wir verdächtigen ihn, der Anführer der Hinterbliebenen in diesem Sektor zu sein. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte nichts weiter als ein Schauermärchen, das sich Soldaten am Lager nicht erzählen. Doch da Sie die einzigen Überlebenden der Ereignisse im Tal der Jedi sind, dachte ich, dass es nur fair ist, wenn ich Sie warne, dass diese Mission vielleicht gefährlicher ist, als wir zunächst angenommen haben. Ihre Ziele bleiben jedoch dieselben. Finden Sie so viel wie möglich heraus und neutralisieren Sie alle Streitkräfte der Hinterbliebenen, die Ihnen begegnen. Möge die Macht mit Ihnen sein. Soviel zum Thema Vergnügungstour. So, und jetzt möchte ich das Spiel nämlich wieder leiser machen, weil das Spiel ist nämlich die Intro-Sequenz, die sprechen zu leiser und dann sind sie wieder zu laut, ist das übliche Problem. Weil wenn ich jetzt schieße hier, dann passt das nämlich schon ungefähr von der Lautstärke. Dann möchte ich hier nämlich schon schöner vorne hier und erstmal ein paar Gegner eliminieren hier mit unserer schönen Waffe. Kriegen auch gleich noch eine andere Waffe von denen dann. Den guten EL war hier. Na, merkt ihr das, was ich mit der Lautstärke meine? Ich habe es nämlich jetzt extra leiser gedreht wieder. Weil jetzt passt nämlich die Lautstärke. Ich habe nämlich die Lautstärke so eingestellt, dass es für die Schussgeräusche passt und Zwischensequenzen sind ja mal zu leise. Hey! Ah! Erstmal versuchen hier alles umzuschießen, das ist mal ein guter Anfang hier. So, dann folgen kann ich nicht im Chat schreiben, dass ich die App nicht installieren kann, weil der im Google Play Store nicht mehr verfügbar ist. Ist das? Twitch-App gibt es auch noch einen Google Play Store. Oder in was für den Google Play Store bist du unterwegs? Oder so? Das ist nicht der Google Play Store, den wir suchen, oder so. Ejeje, so viele Gegner. also hier am anfang wird auf jeden fall schon mal gut geballert da kann man sie nicht beschweren 3 3 2 4 dank das verloren ganz kurz nicht wundern dass wir gerade keinen ton habe ich mir gerade das spiel noch ein bisschen leiser stellen nur für mich so davon hat schon wieder umgeballert ich glaub's ja nicht kann ich kann sie auch erschießen wir sollten sie nicht die brauchen wir noch das glaube ich unsere verbündete hier was nein und sie kann sterben sie kann ich habe den avatar bin wieder eingestellt so aber das wieder an so wir tun mal so als hätten wir das gerade eben alles gar nicht gesehen gehabt und ihr tut es wird überrascht nein ich will das nicht noch mal anhören nach kaum wirklich euer ernst schmutzspiel alter macht den scheiß weg ich will das nicht noch mal sehen aber das spiel ist richtig schmutzig perfekter start und wie geht es euch für heute sehr interessanter anfangen ja auf jeden fall ich kann es halt echt nicht noch mal überspringen na gut also wie war euer tag heute ich hätte auf der pläste den spielen sollen wobei hier da wäre es wahrscheinlich auch auch schmutzig gewinnen das spiel ist nicht gut muss man muss man ganz ehrlich sagen das spiel ist nicht gut auch wenn alle immer sagen oder spiel ist so geil aber ich weiß nicht ich fand ziemlich schmutzig ja die sequenz ist etwas leise dank ist im kart die soll ja jetzt leider nicht drüber reden kann weil die die jetzt schon kennen 222 dank was verloren hast du das gefühl das hast du schon mal gesehen echt lämerton bist du sicher bist du sie aber wo hast du schon mal gesehen lämerton hast du etwa fremd geschaut lämerton nicht auch du lämerton nein du bist der beste ja ist ja gut man mord macht ich wusste nicht mal dass ich sterben kann am anfang ich wusste halt echt nicht ja jetzt quatsch nicht so viel sondern lass uns endlich ins spiel rein die cutscenes kann man die das intro finden also das star wars konnte ich überspringen aber die ingame sachen glaube ich kann man nicht überspringen das gleich das problem aber die ingame zwischen sequenzen glaubt mit denen ist nicht so einfach so also noch mal ihr tut einfach so als würden wir das jetzt zum ersten mal sehen tut man ein bisschen überrascht jetzt wenn ihr gleich da vorne gegner seht o gegner wer hätte damit gerechnet war hier ist gilt rabo ein schuss ein treffer ein gegner habe nicht gesehen ein gegner weg wir nehmen uns gleich mal dem el war hier den blaster von den gegnern so wenn man die punkte fern automatisch autogramm karte zusammen hat wie setzt man sich dann mit mir verbindung über eine private nachricht hier oft wird schreibt man mir dann seine adresse und dann kriegt man sie zugeschickt die motten oma soll ich sie doch gar nicht war weg mit denen hier die motten oma gott das können das krägt nicht mehr aus dem kopf jetzt kämpfen einfach ein bisschen besser hier würde ich sagen halt auch erstaunlich viel aus muss man sagen und ja sie halten mehr aus wenn man endlich rein wenn man sie nicht trifft ich weiß schon aber diesmal läuft besser ich glaube ich habe ihr habt ihr fast ich sie erschossen ich kann sogar sachen zum explodieren bringen sehr nice die tür sollen wir öffnen alles klar speichern wir speichern mal wir speichern mal dritter mal das ist das wo ich letztes mal aufgenommen haben dritter mal an die dritter mal ist heute 29 da habe ich zuletzt aufgenommen 29 april da habe ich da habe ich das video aufgenommen für für youtube zwar wir haben gespeichert jetzt kann es das nicht mehr passieren was zu finden passiert ist so weg mit euch wie ist der leo starst die skywalker sagen finde ich gut finde ich gut und speichern genau wie man sie spielt auch das spiel komplett blind ja komplett sieht man ja im speicher stand im let's play haben wir es genau bis bis dahin haben wir es im let's play geschafft bis dahin oder bis dahin ich bin mir nicht sicher ich glaube auf der seite waren wir also ich glaube genau bis dahin müssen wir es oder bis hier ungefähr auf die höhe haben wir es geschafft im let's play also den den anfang kenne ich hier zumindest machen wir wir untersuchen hier auch jetzt hier nach zugangskarten einmal die zugangskarte hergeben bitte danke also der anfang ist ja noch relativ easy man muss halt in diese imperiale in dieser naja ich nenne es mal imperial sind quasi imperiale in diese einrichtung hier rein und die untersuchen soviel zur story warte ich muss irgendwo hoch da geht es runter da muss ich hoch hier geht es hoch war der neid der academy sind ganz geil der neid der academy ist mega das geile spiel deswegen finde ich auch so lustig dass ich hier davon noch einen zweiten teil gemacht haben weil das spiel finde ich halt echt schmutz also nicht schmutz also das shooter gameplay ist schon ganz cool aber das level design ist absoluter schmutz also ist halt so ich finde es ist so krass der unterschied also weil der neid ist echt ein geiles spiel gewesen der neid academy und hier ist halt so diese diese shooter mechaniken eine ganz schwache vorstellung auf jeden fall so hier kann man ein bisschen überwachungskamera anschauen warum aber nicht wir brauchen eher die munition hier noch für den el war 267 munition das ist gut so viel aber normalerweise nicht sonst der gerade hallo geschrieben hat war ein freund alles klar grüße gehen raus ich wollte ja nicht nach oben ich will nach unten dass wir nach unten fahren dass wir nach unten fahren ich möchte nach unten fahren bitte fahren mich nach unten ich möchte nach unten fahren fahrt bitte nach unten ach ich bin schon unten ja gut gar nicht schlecht da unten fahren wenn ich schon unten bin ups so oder dritter oder vierter dritter haben force of corruption noch dazu erfolge corruption ist ja gleich bei uns sogar indiziert oder ich glaube der eine teil ist sogar indiziert bei uns tatsächlich immer noch oder ist er noch in die zähl ich habe keine ahnung aber das sind schon so alte spiele die habe ich dann nicht auch nicht mehr gespielt das hier habe ich zum beispiel auch nicht gespielt das habe ich jetzt erst gespielt das ist glaube ich auch so ein bisschen das problem dass ich jetzt halt zum zum ersten mal spiel also ich glaube wenn man das als kind schon mal gespielt hat dann hat man halt immer noch diese diese gewissen erinnerungen daran und so muss man sich halt mit dem gameplay hier anfreunden wenn man sich zum ersten mal spielt ist für ein rätsel spielen da bin ich da bin ich stark dagegen so reißen wir die tür ein dann gucken wir mal dass wir hier noch eine etage tiefer fahren vom kontrollpunkt hier aus also wir sind schon mal in der einrichtung drinnen schon mal ein guter anfang finde ich so ich kann auch super mario spielen ja wenn es angeschaut werden würde würde ich auch spielen aber zum beispiel das letzte super mario was ich gespielt habe die super mario für die welt erweiterung da der gar niemand mehr zugeschaut von daher heute auch nicht spielen wenn das kein interessiert aber da geht es nicht weiter hier war ein paar gegner ich muss wieder auf man sich sie nicht treffe sie ist sie ist hier immer die größte gefahr noch mehr gegner drin das ist der vorteil das erste level schon mal gespielt hat man zum ist den anfang hier und weiß wo die gegner ungefähr sind so hier müssen wir gleich runter da kommen wir ihm auch nicht weiter müssen sogar damit sogar glücklich gleich runter sonst kann man nämlich hier nicht so viel machen weil die sind nicht alle türen zu dort noch einer drin hat auf den körper schießen oder den treffer nicht von hier aus da kommt der erste der teil ist mir bewusst ist mir bewusst die rätselspiele schon das was ich mit abstand am wenigsten mag also rätselspiele sind für mich einfach so spielen will da will ich nicht denken denken muss ich für den rest vom tag in der arbeit auch schon spielen will ich mir entspannen und was schönes machen und nicht noch nicht noch mehr mich anstrengen die horror habe ich gar nichts gegen horrorspiele habe ich gar nichts horrorspiele finde ich einfach fühle ich nicht also horrorspiele sind einfach so oder ich sag ja halt irgendwie lehm aber es ist jetzt nicht so dass ich sage okay horrorspiele habe ich jetzt problem damit oder so das ding davon kaputt schießen machen wir schnell möglich schnell weil wir da nicht schnell genug sind wir sterben nämlich wenn das dieses feuer uns hier erwischt genau forces of corruption ist die erweiterung für empire war gewesen habe ich tatsächlich nie gespielt die forces of corruption erweiterung ich habe tatsächlich ich habe empire war gekauft als es die forces of corruption erweiterung nicht gab so alt bin ich ein horror-rätselspiel oh ja das ist das ist der king da spiele ich noch lieber so was wie candy crush oder so das macht ja wenigstens irgendwo noch spaß wo er kennt die krasse im weitesten sind auch irgendwie ein rätselspiel ist oder also hier müssen jetzt auf jeden fall die die türchen hier aufmachen damit wir hier weiter dürfen so ist like so ist like rätselspiel ich glaube das wäre so ungefähr der größte schmutz ich mir vorstellen könnte alles klar ich mache jetzt nicht wieder irgendwelche stifter witze die habe ich schon im let's play gebracht also sie ist nicht sehr hilfreich sie machte mir eigentlich gar nichts und wir müssen die ganze arbeit machen ja ab und zu lässt sich mal schießen ist gut ist aber wenn wir jetzt wieder allein unterwegs sind dann können wir kann wenigstens sie nicht sterben bilder steiner lange versorgen und ken 2375 auch noch danke fürs folgen herzlich willkommen im chat aber der ist weggerannt den habe ich noch gesehen der ist einfach in die wand gerannt was zur hölle aber gedacht er kann mir nicht entkommen wenn er gegen die wand rennt nicht mit mir star trek point and click adventure spiel darf ich irgendwann auch gott gibt warum gibt es so was wer hat so was erfunden point and click adventures finde ich halt auch totaler schmutz also es gibt also die haben teilweise mega die geilen stories point and click adventures das zum beispiel finde ich mega geil point and click adventures aber es gibt halt sachen bei point and click adventures die total nervig finde man halt stundenlang irgendwie rumläuft weil man irgendeine scheiße miteinander kombinieren muss und einfach nicht findet was man miteinander kombinieren kann und da muss ich sagen also da ist dann vorbei bei mir mit point and click adventures also wie gesagt von der story hier finde ich die ich habe auch immer ich glaube point and click adventures sind auch die spiele die mich immer am meisten enttäuschen weil ich so mega bock auf die story habe und wissen wie es weitergeht und dann aber scheitere daran weil ich einfach nicht check wie ich die dummen rätsel machen muss und das regt mich dann immer so auf deswegen kein point and click adventures fan genau und dann 16 kenne ich seit der siebten klasse also ja wir kennen uns mal ganz gut würde ich behaupten muss ich wieder aufpassen mit meiner munition die geht ja schon wieder geht mir schon wieder fleißig aus das ist ja nett da wirft uns sogar hier die waffe zu hier bei diesen roten dingen kann man aufmachen das ist praktisch hier so einmal aufmachen bitteschön Dankeschön Da kriegen wir die nachtsicht gerät keine ahnung wie wir das benutzen aber wir haben es zumindest mal ich glaube man braucht batterien oder so Da spielt man nicht kai katan sondern mara jade wo was soll jader voll in order 2 raus kommen ja bald Das finde ich immer lustig wenn leute sagen bald kommt irgendwas raus solange nichts irgendwie offiziell angekündigt ist kommt gar nichts raus Gerüchte das ist genauso wie man wahrscheinlich 2020 gesagt hat bald kommen lego star aus die skywalker saga raus Ja weit gefehlt Der der teil ist absoluter schmutz von dem spiel hier das wäre jetzt übrigens der punkt gewesen an dem ich jetzt wenn ich privat gespielt hätte nicht mehr weiter gewusst haben muss nämlich sich hier irgendwie Man muss nämlich dieses komplett duster ding hier irgendwie durch und dann irgendwie hinten rauskommen und da hinten findet man dann den weg wo es weitergeht aber da kommt man Überhaupt nicht drauf dass man hier durchgehen kann so ist sehr 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 seltsam aber naja Da war gar noch maustruide über den ich gestolpert bin So irgendwo hier geht es weiter Aber ich habe vorratskisten habe ich gefunden Der maustruide ist mir ein bisschen im weg Ihr seht wahrscheinlich mehr als ich gerade eben Tatsache So irgendwo geht es hier hinten weiter da das ist doch doch der weg oder ne da geht es da bin ich vor da bin ich hergekommen vorhin Hier geht es noch irgendwo weiter oder irgendwo hier drinnen geht es weiter das ist absoluter schmutz also wer sich das ausgedacht hat bei dem spiel hier So am watchpartys mit neuen neuen serien nehmen habe ich nicht weil zu wenige leute bei mir wahrscheinlich Also man muss ja überlegen wie viele leute haben hier gerade mit prime überhaupt abonniert oder so Da haben einfach viel zu wenige prime glaube ich die da zuschauen könnten wir irgendwie neuen serien leider Von daher war ich zum beispiel the boys oder so der herr der ringe hätte ich halt bock So zusammen mal zu schauen bevor die herr der ringe serie kommt dass man sich zusammen mal herr der ringe anschaut das wäre halt geil aber ja Hat auch keine lampe oder sowas hier und das spiel herstellen bringt auch nichts man sieht einfach nichts hier Irgendwo hin da 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 ist der weg da muss ich irgendwie durch da da war da da geht es rein da geht es rein hier ja da Geht's durch wenn sich das ausgedacht hat So genau munition sieht man da hinter mir unten rechts die der die munition Ich verstecke sich hinter mir Bald kommt half-life 3 auf jeden fall neben neben gta 6 und elder scrolls 6 Genau 2015 bald kommt elder scrolls 6 Neues elder scrolls da da hätte ich echt bock drauf Neues elder scrolls das würde ich fühlen Jetzt auch wieder gerüchte dass es ein hammer feld spielen soll Das neue elder scrolls Auf all das was bin ich gespannt wenn es dann mal in zehn jahren rauskommt Weg mit euch hier also diese stelle finde ich einfach so schmutz dass man da irgendwo durch die dunkelheit durch muss um dann da rauszukommen also also bitte Hier können wir lustige sachen drücken können wir noch mal die überwachungskameras anschauen Wollen aber hier eigentlich glaube ich irgendwie schalter drücken So schalter sind gedrückt und damit kommen wir nämlich dann auch weiter hier auf das ding hier glaube ich kann man beliebig lange damit erschießen das explodiert nicht So immerhin das elder scrolls 6 schon angeteased er ist ich will ich will ich will gar nicht wissen bei vielen spielen dass das sie kommen ganz ehrlich Wenn sie dann das ist genauso wie dieses dieses ganze star wars spiele die angeteased sind oder so die sind halt Weißt du dass die sind angeteased und da kommen sie am ende gar nicht so also ich weiß nicht bin da kein bin gar kein fan von wenn Spiele 100 jahre vorher angeteased werden nur damit sie dann doch nicht kommen oder komplett anders sind oder so Man ewig darauf wartet und am ende nur enttäuscht wird also Ne 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 So ich muss noch ein bisschen vorsichtig sein hier kommen nicht gleich so blöde geschütze Ich sage euch dann wenn es will für mich wieder so halb blind wird Also wann wann das video quasi das let's play video zu ende war wo ich mich da nicht mehr auskenne Nein du schießt nicht auf mich Ist auch was 13 13 war so ein fall ja genau aus 13 da haben sie ja sogar gameplay gezeigt hast halt wirklich gedacht das spiel kommt Also weiß ein spiel wo ein gameplay trailer ist da geht es halt davon aus dass es kommt Was halt mega geil aus das spiel Naja zu früh gefreut zu früh gefreut So weg mit euch hier also ich gute ist im let's play schon angespielt habe das spiel weil sonst würde ich hier wahrscheinlich schon jetzt schon verzweifeln wo ich lang muss Aber so bin ich immerhin schon mal durch die meisten bereiche durchgelaufen hier Ich komme auch deutlich besser mit der munition hin muss ich sagen als im let's play weiß nicht woran das liegt hier Grüß dich garo grüß dich garo Gondroide ja guter 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 konträder bringt um ich muss doch hier sogar was machen Der gondroide bringt glück habe ich gehört achtet das ist der falsche raum oder Nee das ist der richtige raum hier muss man was machen hier muss man nicht drauf drücken hier leuchtet Ah Leben ist ein bisschen kritisch ja aber so ist das immer mit dem leben dass das leben ist das ist es ist einfach kritisch Weil er mal gespeichert hier müssen jetzt ihr gleich wieder entgegen gehen weil dann gegner kommen Weil sie das nicht Weil sie ist nicht alleine hier durch schafft So gegner 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 Das ist auch geil der schatten von dem der schwebt irgendwo in der luft da da muss er sein da gehört er hin Also wie gesagt hat möglichst jetzt nicht mehr so auf treffen lassen sagt er wurde im nächsten moment getroffen Ja wahrscheinlich war ich letztes mal letztes mal bin ich wahrscheinlich mehr herum gelaufen Also mehr so ausgewichen dadurch habe ich schlechter getroffen weil ich auf der stelle stehen geblieben bin dadurch habe ich ja auch Mit habe ich mehr munition verbraucht habe aber auch weniger leben verloren Also im stream gespielt habe ich erkenne ich erkenne ein muster So weiß ich wie viel delay ich habe zwischen meinem gameplay und meinem stream circa drei sekunden sind es drei vier sekunden würde ich sagen Also ich kann man ich kann mal sagen ja nicht kann ich nicht gerade nicht schreiben aber ja jetzt kommst heute mensch Komm mal her Man kann im stil bestimmten hotkey für speichern festlegen Das geht bestimmt Hat ja lang genug gedauert ich glaube sagt Sei froh dass ich hier dass ich dir überhaupt geholfen habe hier hat lang genug gedauert Glaube ich werde nicht mehr hat lang genug gedauert gibt ja gleich lang genug gedauert Was ist das damals auf youtube mit 20 30 sekunden ja das auf jeden fall Ja das auf youtube ist echt nervig also der die leider mit 20 30 sekunden das ist halt Da schon echt nicht so cool So einmal hin Einmal bitte aktivieren hier Ja schneller Wie man die luft schießen damit schneller geht Das charakter bauer gibt es keinen skywalker saga So wenn du auf twitch streamst hast du ein delay von ein bis zwei minuten okay Das ein bisschen viel So war mal wenn das mit kamera kann nur den ersten teil dicke spieler nicht auch noch den zweiten teil im visier teil 3 keine ahnung und Teil 4 kriegung war kann er ja erstens habe ich da zu teilweise die sachen durchgespielt Eben wie sie habe ich weiß ich nicht mehr ob ich das doch im visier ich glaube ich auch gespielt Hawkeye habe ich auf jeden fall gespielt krieg und war kann habe ich auch auf jeden fall gespielt Okay bis aber ich auch gespielt Genau das habe ich alles gespielt gehabt und bei der man habe ich auch gespielt gehabt was erzählst du Hab ich doch alles gespielt gehabt mensch Wo wir den hier rein auch nur für lebensenergie aus ist gleich vorbei es ist gleich vorbei ist gleich so was von vorbei Lauf Wir speichern noch mal ganz schnell hier ganz unauffällig es gibt auch zwischenspeichern Die treffen aus einem mit der entfernung hat er mich nicht getroffen nice So 2 Kommst du noch her von dir war nicht die rede So amite in der grünen was der grünen was ist cool als charakter Markte in der grünen was So wir haben imperialen code gefunden übrigens keine ahnung wofür wir den brauchen aber wir haben ihn gefunden So Hier ist lebensenergie Mit b kann man die übrigens aktivieren das habe ich auch erst sehr spät herausgefunden als ich es gespielt habe So munition haben wir auch wieder bekommen hier also wir sind jetzt wieder ein bisschen besser ausgerüstet hier und bereit unser abenteuer fortzusetzen Hier auch noch die munition mitnehmen immer die munition mitnehmen wichtig wichtig Woran du so viel delay hast man kann das glaube ich auch einstellen muss das irgendwo einstellen bei Man kann das irgendwo einstellen bei bei twitch selber den delay also dass du einen langen oder kurzen die lehre ist Und wahrscheinlich muss halt auch das entsprechende gute internet haben das natürlich auch immer wichtig Wenn er zu langsam ist dann kann natürlich auch sein dass dadurch automatisch irgendwie die lehre gemacht wird also ein bis zwei minuten ist jedenfalls nicht normal Normalerweise ist entweder 20 30 sekunden oder du hast halt gar keine verzögerung so wie ich jetzt halt die 30 die drei sekunden Keine genießt das back da oh ja wer genießt nicht das back da Ist das nicht die die man in die explodieren doch wusste doch das sind die die explodieren Okay ich glaube wir haben jetzt hier alles mitgenommen was hier so zum holen gab will jetzt nicht sagen dass ich gerade nicht weiß wo ich hin muss aber ich Ich weiß genau was ich tue hier ich glaube auf die andere seite noch mal irgendwie Nee ich nehme sie nicht den delay wenn sie verzögert ist nein nein dass das mal das machen wir nicht hier Ich mache die labor sind stream sniper kommen genau hier die stream sniper in single player spielen Ganz das ist echt ein problem mittlerweile in single player spielen über als stream sniper So als man hier schon mal raus wieder aber wenn auch von den grünen code bekommen die können auch hier nutzen oder das ding ist die Deine mutter ist deaktiviert Das ding ist deaktiviert Okay also da Hopp 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 So Ey Geht kaputt Hat mein schild angekratzt Ich glaube das ding ist aber noch nicht offen oder Ich glaube das ding hier ist noch nicht Ah doch das ist offen Ah Wer lässt hier die Waffe fallen So nochmal ein bisschen Lebensenergie für uns ja jetzt wird hier aber reingegönnt So bei Rätseln werde ich trau wird trau persönlich auf jeden fall immer ich hasse Rätsel So hier sind wir hier oben die haben den high ground Normalerweise haben sie den high ground wenn man unten rum läuft das habe ich nicht im let's play gemacht Und den Fehler mache ich nicht nochmal den high ground gönne ich ihnen nicht Alles aber nicht den high ground Das ist doch irgendein aufzug oder sowas hier kann ich irgendwas drücken Aufzug 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 Ah ich glaube ich stehe unterm aufzug Ups Dann kann der aufzug nicht funktionieren wenn ich darunter stehe Ah so funktioniert ein aufzug da muss man auch reingehen Hi Tomcat Da war Assassin's Creed Äh den ersten teil von Assassin's Creed fand ich cool Danach fand ich Assassin's Creed nicht mehr so geil Danach wurde Assassin's Creed immer schlechter meiner Meinung nach Ah jetzt können wir hier oben hin Ah jetzt können wir das ding in der Mitte aktivieren oder? Ich glaube wir haben das ding in der Mitte aktiviert Ich hoffe es einfach mal Man kriegt vom Spiel halt auch mal relativ wenig Feedback Ah nee wir haben das da oben weg gemacht Und jetzt können wir das da oben aktivieren Man kriegt vom Spiel leider immer relativ wenig Feedback Was man gerade tun muss oder so tun sollte Ah Aber das sieht gut aus Das sieht nach Energie aus da unten Ich bin jetzt schon weiter als ich im Let's Play war Okay Und jetzt brauchen wir wahrscheinlich die entsprechenden Codes Um da unten die Sachen aufzumachen Oh shit da kommen viele Gegner So Weg mit dir Eine imperiale Versorgungskarte haben wir bekommen Keine Ahnung was wir damit machen können Aber wir können sie nutzen auf jeden Fall So das hat der Len auch gesagt Den Charakter nicht gefunden hat Deswegen fragst du mich auch noch was sein könnte Weil beim Widerstand Wir haben alle Charaktere auf Coruscant Ja wir haben auch alle Charaktere Also Wie gesagt im Zweifelsfall musst du im Video gucken Wie wir den Charakter gefunden haben Mehr kann ich dir nicht anbieten Ich weiß leider nicht auswendig wo wir welchen Charakter gefunden haben Oh hier kann ich irgendwas aktivieren oder Ah genau das muss ich aktivieren gell Ja 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 Wir werden die Nachricht sofort senden Damit haben wir irgendwie irgendeine Funknachricht oder so abgeschickt Ich musste mir Das hatte ich auch noch gemacht im Let's Play Ist auch cool die Kinder reagieren sogar drauf Wenn man sie zum Beispiel am Arm erwischt oder so So hier ist noch was drin in den Kisten Das weiß ich Rote Kisten sind gut da ist immer was drin hier So du hast ein Video auch nicht gefunden Man muss nochmal anschauen Tut mir leid Also wie gesagt Ich kann mir leider echt nicht merken Wo wir welchen Einzelne Figuren gefunden haben Musst du echt nochmal im Video eventuell schauen Aber wir haben auf Coruscant haben wir ja schon 100% abgeschlossen Das da sind Treibstoffventile Hättet ihr mal selber drauf aufgepasst So hier finden wir nochmal ein bisschen Munition Ich weiß auch nicht warum wir das andere Ding aktiviert haben In der Mitte überhaupt Eigentlich müssen wir daran glaube ich gar nicht weiter glaube ich Keine Ahnung wie gesagt Jetzt wird es auch für mich so langsam blind So das sammeln wir hier noch ein Was an dich für schießen verstehst du nicht Freundchen So hier müssen wir nämlich noch rüber Hopp 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 Und davon hätte ich nämlich dann aufgehört gehabt im Let's Play Dann sind wir nämlich ganz schnell hier rüber So was mein Lieblingsspiel ist Forst Unleashed Das erste auf dem PC Beziehungsweise ja doch PC version ist leider schon die beste Version Aber mit dem Xbox 360 Controller Also jetzt wird es für mich auch blind Jetzt kenne ich mich auch nicht mehr aus Das hört sich irgendwie an wie so verhört Ruinen beziehungsweise Aufklärungstruinen Ich denke irgendwie werden wir gleich kämpfen müssen oder Ah ja Wie viel halten die denn aus Gefährlich auch nie noch ein dritter Ja immer drei sie sind Wie komme ich da Ah so komme ich da Oh das ist gut Da können wir nämlich eine ganz viel Munition hier oben glaube ich Ah so noch mal Munition hier auffüllen Mein Lieblingsfilm Star Wars Episode 5 Ich würde sagen Star Wars Episode 5 Ah Ah jetzt sind wir auf der anderen Seite quasi Ah hier können wir auch wieder zurückgehen Wenn ich das wollen würde Ich glaube ich will das nicht Muss ich überhaupt lang gehen Ist das hier quasi nur einmal im Kreis laufen hier Wenn man hier rüber geht Oder kann ich ja noch irgendwas aktivieren oder so In dem Raum hier Hier scheint sonst nichts zu sein Ah das ist echt nur einmal sinnlos im Kreis laufen Wenn nichts weiß läuft im Kreis Ach krass Ach krass okay wir müssen einfach wieder zurück Okay Na gut dann wieder zurück Immer diese Feriensender Was Ich bin 29 Was für Feriensender Ich bin verwirrt Wovon redest du Was für Feriensender So noch ein Schlückchen getrunken Und dann bin ich auch wieder bereit hier Alle guten Dinge sind drei Ja das sowieso Alle schlechten Gegner sind aber auch drei In dem Fall Aber das sind keine guten Ähm Ne Wir gehen nicht da lang Ne Wir gehen nicht da lang Wir gehen definitiv nicht da lang Die Frage ist Wo gehen wir jetzt lang Jetzt gehen wir langsam So wie ich die Ideen aus Okay also hier ist definitiv Nix So Command gibt es sogar noch Achso den Skywalker Command Ja ja den Aber Es ist ja immer ist ja immer noch aktuell von daher Wobei ne es ging am 4. April los Und nicht am 5. April das Let's Play Ah da fährt noch was nach oben Die haben aber auch seltsame Aufzüge hier muss man sagen Der lügt Ich muss rüber springen Ja ja neolog Du hast das Spiel bestimmt schon dreimal durchgespielt und kennst dich ganz besonders gut aus Ja 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 So einmal ich höre noch einen zweiten rechts irgendwo Ah nicht runterfallen Gut ist das ja Aber wir machen schon ein bisschen schauen Ja Komm jetzt nicht mehr da hoch Nein das noch schild Ich will den Schild haben Lass mich wieder da hoch Alter der kann nicht mal Doppelsprung Was ist denn das für ein ehemaliger Jedi ey Der kann gar nix der Kyle Ah wirklich Wirklich Nein ich will das haben da Lass mich da hoch Na komm mit ein bisschen Glück kann man sich irgendwie hochbacken oder Na ich glaube Ich glaube das backe ich hier nicht Für mich da komme ich nicht hoch Liebst die Geräusche die es im Star Wars Universum gibt ja Ich auch Ich hab schon gesagt dass ich 29 bin Da brauchst du nur einmal fragen Portraiser finde ich zum Beispiel haben so geniale Geräusche Jetzt muss ich ja doch wieder rüber wir gehen bloß oben rum Haha Warte mal Ja hey Unfair gell Was wir immer tun hier Oh wir werden empfangen Man freut sich uns zu sehen Der fällt direkt in die Wand rein vor Freude Oh hier sind die wichtigen Leute hier ist das Kommando Center oder so Also geballert wird hier auf jeden Fall genug hier Oh nein ich hab gleich keine Munition mehr Ich hab keine Munition mehr Aber wir haben noch hier das Ding Das muss zur Not den Tag noch retten irgendwie So da muss doch irgendjemand von denen hier noch Munition gehabt haben Da liegt noch Munition Ah ich hab wieder acht Schuss Leute Alles gut ich hab wieder acht Schuss Ich hätte eine Granate da runter werfen sollen vielleicht Hätte die Sache vielleicht einfacher gemacht Aber hier irgendwas aktiviert Was hat es mir gebracht darüber zu gehen Das hat absolut nichts gebracht darüber zu gehen oder Oh shit Warum Okay wir haben wir haben wir Munition zumindest Oh und ich hab schon Ich bin gleich wieder tot hier Oh und ich bin tot Hahaha Du bist mal gespannt wie DLCs morgen werden Ja ich bin auch gespannt muss ich sagen Bin auch gespannt wie DLCs morgen werden So Äh Äh Ne da wollte ich nicht neu laden Äh Äh Echt jetzt ja dazwischen kein Autospeicher Ah ne Das wie viel Uhr ist es 1844 18 Oh wirklich Oh das spielt ja schon Schmutz Das spielt ja schon Schmutz So Was arbeite ich neben YouTube Das bleibt mein Geheimnis Ach krass jetzt sind wir wieder hier Müssen wir jetzt alles noch Oh das spielt ja so Schmutz Null Checkpoints drinne quasi Okay Alles klar Naja Naja Sieht nach einem imperialen Code aus Hä Wann musst du überhaupt die andere Seite darüber Das hat ja alles überhaupt keinen Sinn gemacht Einfach so Warum Okay Keine Ahnung Warum wir da hin mussten Ich kann es euch Ich kann es euch nicht sagen Ich würde es euch gerne sagen Aber ich habe dazu leider Keine weitergehenden Erkenntnisse Darum halt Traum wieder wütend Ja Ich bin heute Bin heute ein bisschen gestresst gewesen Deswegen Da bin ich dann schneller genervt Bei solchen Sachen Bei so spielen Ah nein 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 Ihr schon wieder Nein Nein Lass mich in Ruhe Die machen wir erstmal aus Hier Bevor wir uns nochmal irgendwann Probleme machen So Aus In die Geschütze hier Aus Die Maus Moin moin Jedi Academy Hat man auch fast keine Save Points Aber Jedi Academy ist halt ein gutes Spiel Das ist der Unterschied zu dem hier Das hier hat einfach Vor allem die Level Struktur Ist einfach so Ah Ich hasse Ich hasse die Level Die sind ja früher gleich aus hier Ich hoffe Ich hoffe halt so Ich wollte das Spiel jetzt einfach mal ein bisschen länger spielen Weil ich halt gehofft habe Es wird irgendwann Es wird halt irgendwann noch gut so Achso das habe ich schon kaputt gemacht Den habe ich noch nicht kaputt gemacht Jetzt habe ich den auch kaputt gemacht Also wir müssen einfach nur kurz mal den Weg außenrum nochmal gehen Den kennen wir ja mittlerweile Von daher sollte man den auch schnell wieder hinbekommen hier Überraschung Easy Easy So Warum zeige ich eigentlich ein Spiel Wenn ich sage dass es Schmutz ist Ja aber ich hoffe dass es besser wird Weil ich Das Spiel Weißt du Das Spiel ist ja Schmutz Weil man kein Lichtschwert hat Das Spiel ist Schmutz Weil man kein Lichtschwert hat Aber man bekommt halt irgendwann Lichtschwert Und ich Weißt du Das Spiel zählt halt so Zu den besten Star Wars Spielen Also das heißt immer Das gehört halt mit zu den besten Star Wars Spielen Und ich möchte halt verstehen Warum es eines der besten Star Wars Spiele ist Und ich denke halt Wenn man das Lichtschwert hat Dann versteht man das irgendwann in diesem Spiel Und da glaube ich Muss man sich durch diesen Durch diesen Anfang hier Durchkämpfen Quasi im wahrsten Sinne des Wortes Der halt Shooter Und sehr sehr schlechte Level Struktur ist Fahr wieder hoch Danke Das ist das Problem glaube ich Weil ich möchte verstehen warum dieses Spiel Warum dieses Star Wars Spiel so gut sein soll Das möchte ich verstehen Und deswegen spiele ich es jetzt So Dark Force Dark Force 2 Dann haben wir am Miserable Okay Ja gut das sind halt auch richtig alte Spiele dann Ich meine das ist aus Jahr 2000 Das ist ja so Ungefähr die Ära von Republic Commando Und das war ja ein sehr gutes Spiel Von daher So wir speichern jetzt einfach dauernd Und dann passt das schon Dann müssen wir auch nicht sagen Dann müssen wir auch nicht sagen Doppel und dreifach spielen Da war noch einer Wir haben jetzt eh schon wieder keine Munition Das wird eh wieder spaßig Weil es ist eines der besten Weil man kein Lichtschwert hat Ne Man kriegt ja ein Lichtschwert später Also ich meine Man kriegt ja nicht nur Lichtschwert Man kriegt ja glaube ich auch Machtfähigkeiten Und so Und sowas halt in dem Spiel Nicht von Anfang an zur Verfügung zu stellen Sie haben es ja damit Jedi Academy besser gemacht So weg mit dem Musste gerade mal kurz die Waffe wechseln Weil ich mir gerade keine Munition mehr hatte Und deswegen automatisch auf die andere Waffe gewechselt wurde Ich muss wieder Einzelschlüsse machen glaube ich Sonst verbrauche ich hier zu viel Munition hier Am Ende habe ich 500 Spielstellen zum Laden Ja ich glaube es auch Ich glaube es auch Okay jetzt sind wir zumindest schon mal wie hier wieder Also wir sind gleich wieder an dem Punkt an dem wir vorhin waren Easy So einmal hier durchlaufen Und dann wird das schon Dann haben wir es auch gleich wieder geschafft Für Public Commander hat auch kein Lichtschwert ist auch ein schlechtes Spiel Ne das ist ja genau der Punkt Es geht es geht ja auch ohne ein schlechtes Spiel So bei dir so wenn du mal scheiß GameStalks Dann werden sie später mal besser Das ist aber nur selten ansonsten bleiben die oft sehr gleich Laserschwert findest du halt richtig geil Also findest du richtig geil wenn man noch gäbe Und die Minigun stört dich ein bisschen Weil das halt so ähnlich wie Shooter und eigentlich wenigstens daraus zu tun hat Ja das ist halt Ja ich weiß nicht Republic Commander war auch ein Shooter das war cool Aber hier das ich weiß nicht so ein Spiel wo ein Haupt Also ich weiß nicht Ein Spiel wo man ein Jedi spielt und da die keine Ahnung Die Hälfte des Spiels nur mit dem Blaster rumlaufen Das hat mich tatsächlich bei Republicor äh bei Koto auch total genervt Das hat mir tatsächlich bei Koto auch total genervt Ich muss gerade mal gucken was schnell speichern ist Ob es da tatsächlich einen Ne da gibt es kein Tastenkürzel tatsächlich hier schnell speichern oder so Ich sehe zumindest keins hier gerade Oder ist da noch irgendwas Spieloptionen Ne da ist tatsächlich keins dabei Ich sehe hier keins Ne also das habe ich zum Beispiel bei Koto auch total genervt Koto ist am Anfang richtig langweilig weil man die ganze Zeit kein richtiges Lichtschwert hat Sondern weil man das mit dem blöden Stab rumfuchtelt Das habe ich bei Koto auch total genervt am Anfang Oh ne ich hab ja geil wir kämpfen jetzt mit der Waffe gegen die Geh kaputt Geh kaputt Na Kampf action Ich zerstöre euch alle Ihr werdet alle sterben Wir fahren nach oben Komm wir fahren nach oben Fahr nach oben Fahr nach oben Ah der Aufzug ist gerade oben Verdammt oben ist nämlich Munition glaube ich Um ist gleich Munition Wir müssen nur noch kurz warten bis das Ding wieder unten ist Ja Charakter wählen soll aus sein Was ist Star Wars Kinder Bounty Ich bin verwirrt Achso Nein 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 Einfach nein Warum öffnen wir da außen rum Ich verstehe es halt einfach nicht Es ergibt halt alles so null Sinn hier in dem Spiel Diese Munitionsknappheit nervt halt auch ziemlich Wenn man keine adäquaten Waffen als Ersatz bekommt Also wir laufen jetzt nochmal hier oben rum Einmal ganz schnell hier umgelaufen Einmal hier durch So ich möchte bitte Munition haben von dir Dankeschön So und dann haben wir noch Granaten Können wir hier mal reinwerfen Oh wieso schießen die Oh Gott schießen jetzt die Die sind die anderen jetzt auch da hier Hä wo kommt der denn jetzt her Ich mach dich gleich an Garo Spielentscheider wieder an Lass uns und lass den Blows aus Lass den Blows aus hier den Spielentscheider So gut dass ich gerade gespeichert habe Glaub ich das Spiel wird noch besser Ja es hat Man kriegt irgendwann Lichtschwert Der Anfang ist halt einfach Schmutz von dem Spiel So Das ist schon geil Nur mit dem Schockstab Wir spielen das Spiel einfach mit dem Schockstab durch Schockstab Action Gib mir mehr Schockstab Action So Termalen Detonat Oh shit 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 Nein das Ding ist zu früh in die Luft geflogen Nein Träumen weiter Garo Träumen weiter So Machen wir nochmal hier Kriegen wir schon hin hier die Stelle Ich bin gar nicht da Das will ich euch alles nur ein hier So Die beiden schaffen wir auf jeden Fall immer noch Vieles wird es dann eher ist drinnen immer So Einmal Thermal Detonator rein Ah steht da wurde ich einmal getroffen Also ein paar hat es getroffen auf jeden Fall da drinnen Okay den Deck Okay der trifft mich nicht von der Seite Aber steht da sind wir leben noch drinnen Wie leben denn da noch welche drinnen Wie Wie habt ihr überlebt wie Wie habt ihr überlebt Wie habt ihr überlebt Ich verstehe es halt einfach nicht Wie habt ihr überlebt Der Stab ist sehr schockierend Der ist auf jeden Fall schockierend Sehr schockierend der Stab Sehr sehr schockierender Stab Wie wäre es noch ein bisschen mit Munition hier Vor allem das geile ist auch diese Die haben halt Die haben halt zwar Waffen Aber von denen kriege ich keine Munition von denen Weißt du Die haben halt Waffen in der Hand Einfach und ich kriege keine Munition Ist halt auch nicht so geil Aber gut Was soll man machen Was soll man machen So hinter mir war Bagda Wo war hinter mir Bagda Definiere hinter mir Da war Ah da war Bagda Das ist gut Dann nehmen wir das Bagda doch mal hier Boah es haben wir immerhin wieder 43 Lebensenergie Das ist gut Damit kommen wir weiter So ich mache schon mal die Thermaldetonator hier bereit Weil da sind auf jeden Fall ein paar Vögel drin So Munition haben wir hier auch wieder bekommen Ah kann ich nicht durchschießen Schade Da drüben ist auch Schildenergie da drin Also ich muss eigentlich nur diesen Abschnitt hier schaffen Das ist so mies Aber steht da steht noch einer um die Ecke rum Warum steht da noch einer um die Ecke rum Ist halt echt nicht leicht zu zielen Wenn man sich dort durchgeht bewegen muss So So hier ein schönes War wohl nix Ne war wohl nix So Zwei Codes haben wir jetzt auf jeden Fall Wahrscheinlich glaube ich brauchen drei Codes um weiterzukommen Okay Munition haben wir auch wieder Aber hier habe ich doch irgendwo so ein grünes Ding gesehen gehabt Wo ich hier reinge... Ah ne das war im Nebenraum Bei dem anderen Typen hier Aim sitzt Aim ist on point Aim ist sowas von on point Servus Tomcat So Okay Hier war mindestens einer drinne Ah hier Oh das ist gut Das nehmen wir gleich Vorher nehmen wir den hier aber auch noch Oh wieso schon wieder so viele Warum schon wieder so viele von euch Und warum habe ich schon wieder keine Munition mehr Ah du bringst mir auch Munition her Das ist nett von dir Das ist nett von dir So Ach still das habe ich schon schon aufgebraucht Das Zeug was hier oder? Habe ich das Zeug schon aufgebraucht Was da drin war? Ne habe ich nicht Aber Gott sei Dank Leute wir haben wieder Munition Jetzt wird alles gut Und Schildenergie haben wir auch gleich noch ein bisschen Schildenergie links unten seht ihr auch Gönnen wir uns jetzt auch wieder Sehr gut Das drüben waren aber gleich sogar noch Gegner gewesen Du warst da zum Beispiel noch gewesen Bei mir läuft das Aimback vor mehr Ja ich glaube es auch So Das ist Blaster only level in der academy besser als dieses level Ja Ne also Wie gesagt Der Anfang hier ist echt sehr sehr zäh Deswegen Deswegen ist das überhaupt der Grund Warum ich das Spiel nie als Let's Play gemacht habe Weil ich diese erste Mission immer angespielt habe Und mir dann gedacht habe so Ne das schaut sich keiner an auf YouTube Das kann ich nie als Let's Play machen Und ich habe auch Aber ich wollte halt immer noch mal machen Weil wie gesagt es zählt halt echt ein gutes Spiel eigentlich Aber irgendwie Ich kann nochmal eine Nachricht senden Übermitteln Sie meine Unzufriedenheit über Commander Stevens Leistung Informieren Sie ihn dass ihm das Kommando entzogen ist Und dass er neue Aufgaben erhalten wird Das wäre alles Okay Wir haben jetzt hier noch irgendwie den Job gerade geklaut Alles klar Warum nicht Okay Ich glaube wir brauchen noch einen Code oder Komisch auch immer dass die Gegner wieder spawnen Weißt du du läufst durch ein Gebiet durch Machst alles an Gegner weg Und plötzlich sind wieder welche da Das war so Inventar Ah Okay Den hat man hier Die Info hat man sich zum Glück hier reingeschrieben Alles klar Na gut Wenigstens etwas So Zwei Punkte Und Okay das ist es nicht Zwei Punkte sind aber auf der anderen Seite gewesen oder? Ne Zwei Punkte sind auf der anderen Seite Wie kann ich das auf die andere Seite rüber ändern? Nein Nein ich möchte die Punkte nicht oben in der Ecke haben Ich möchte die Punkte auf der anderen Seite haben Ja das passt schon mal Aber dann möchte ich noch die Punkte Ich möchte die Ah Da kriege ich andere Ah ja okay Ah wir haben es Wir haben es Okay Das E haben wir schon mal E haben wir schon mal Das E wie Rot Warum komm ich aufs E Ah wir haben jetzt schon mal den Weg darüber Jetzt müssen wir noch das Das da wegbekommen Davor Okay Und dann grün haben wir Das ist ganz viele Punkte einfach nur Unten und ganz viele Punkte Einfach alles an Punkten Was wir kriegen können Mehr Punkte Mehr Punkte Okay Da kriegen wir maximal die zwei Punkte Hä wir kriegen doch überhaupt nicht so Punkte zusammen Kriegen wir doch da Gibt es da Punkte zusammen? Hä da gibt es doch gar kein Ding Wo Punkte zusammen kommen Hä es sind doch maximal immer nur vier Punkte Wie soll man denn so viele Punkte auf einmal bekommen? Hm Hä 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 Wie Wo sollen wir die Punkte herbekommen? Was geht? Ich sitze Es gibt halt egal wo ich drauf drücke Es gibt Ah man kann oben auch noch drauf drücken Ah Man kann oben auch noch drauf drücken Aber das ändert irgendwie auch nichts an den Punkten Ne das ist allgemein nur das Ding wo man hier drauf drücken kann Hä ich kriege nur vier Punkte Ich brauche aber Die vier Punkte in der In der Form hier Hä 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 Ja aber ich glaube da An dem Punkt haben dann viele wahrscheinlich mit dem Spiel aufgehört Hä Ich Ich Die Also das muss man sich nochmal vorstellen Wir sind in der imperialen Einrichtung Wir wissen den Code Und die haben sich quasi In ihrer eigenen Einrichtung Ein Rätsel eingebaut Damit sie nicht weiterkommen Oder was Hä Okay Aber es hat funktioniert Geil So Ja Ja jetzt können wir da lang Ah safe Da ist bestimmt wahrscheinlich der letzte Der Was brauchen wir noch blau ist Dann blau brauchen wir noch blau ist Das ist ja ich safe dann hier drin Ne hier ist immer noch zu Scheiße wir brauchen blau jetzt schon Okay wir brauchen noch irgendwo her das blaue da ist grün das rot aber das wir brauchen Irgendwo her das blaue Okay wir müssen jetzt Wir müssen irgendwo den blauen code finden noch Er war in irgendeinem anderen raum anscheinend noch drin wo wir schon vorbeigelaufen sind oder so Da war da war ein anderer code hier drin da war ein anderer code hier drin So Ja rätselspiele mag ich ja rätselspiel sind toll es gibt nichts schöneres als rätselspiele So ne das ist der grüne noch der grüne hier Hier oben war ich vielleicht noch nicht Ja doch da war ich auch schon mal Da geht es raus wieder aus der einrichtung das wollen wir ja eigentlich auch nicht da geht es bloß wieder ganz nach oben quasi So wo ist der blau Was machst du eigentlich die ganze zeit kann ich mal den blauen code suchen gehen Ne 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 Sag ich dazu nur Ah hier sind wir wieder in dem raum okay Da wollten wir nicht hin da wollen wir auch nicht rein Schauen wir mal Gucken wir mal um die Ecke rum hier Probieren wir es nochmal hier Ne hier ist auch nichts drin Okay Aber das ist auch so was Das ist zum Beispiel auch was was ich in Spielen überhaupt nicht mag Wenn ich mir Wege suchen muss Also wenn mir nicht klar gesagt wird wo ich hingehen muss Das hat mich zum Beispiel bei Elden Ring auch ein bisschen aufgeregt Und ja da können mir von mir aus noch so viele Leute erzählen dass das die Faszination ausmacht Für mich fühlt sich das halt immer so an wenn ich so Zeug suche in Spielen Dann fühlt sich das für mich immer so an als würde ich meine Zeit nicht sinnvoll nutzen So als würde ich einfach meine Zeit verschwenden So fühlt sich das an wenn ich in Spielen irgendwie das Zeug lange suchen muss Wenn ich nicht klar irgendwie eine Markierung habe wo ich hin muss oder so Deswegen bin ich immer ein großer Fan von Markierungen Okay wir gehen ich versuche mal ein bisschen noch auf die andere Seite rüber zu kommen Ne da komme ich bloß wieder hier rüber Auf die andere Seite wo wir angefangen haben Da in die Richtung wollte ich eigentlich nochmal gehen Versuchen wir mal auf die Seite zu gehen wo wir angefangen haben Ja weil hier ist nämlich auch blau Also wenn muss das blaue ja wohl hier irgendwo sein In dem Bereich Weil jeder Bereich hat quasi seinen Code Wir haben bloß den blauen Code Bereich Den blauen Code haben wir noch nicht gefunden in dem Bereich hier Aber es muss dann irgendwo hier sein definitiv Alles andere wäre würde keinen Sinn ergeben Schauen wir mal Da ist auf jeden Fall noch eine verschlossene Tür oder sowas Äh ne Ah jetzt sind wir wieder da wo wir angefangen haben Ah ok Aber der blaue Code ist trotzdem nicht hier Hm Wo ist der Code Welches Clone Wars Spiel werde ich spielen Das Clone Wars Spiel was ich spielen werde ist das aus 2002 Das heißt einfach nur Star Wars Clone Wars So wird morgen gestreamt Natürlich wird morgen gestreamt Morgen um 18 Uhr sind wir wieder am Start hier Mit Super Star Wars und anschließend mit Star Wars Battlefront Also morgen wieder Playstation 5 Action Ah warte mal hier konnte man noch irgendwo runter Ne aber da war der andere Code drin Ach hier war der blaue Ich hatte den blauen Ich bin halt vorbeigelaufen Der hat es bloß nicht gecheckt vorhin Weißt du Ah Spiel Ok Hauptraum Hauptraum wir wissen wo wir weiter müssen So In Eltony kann man überall rumlaufen Und es gab ein Update wo man die Charaktere jetzt auf der Map Oh das ist schon mal gut Dass man die Charaktere auf der Map sehen kann Das macht die Übersicht auf jeden Fall größer Hier es gibt ein Star Wars Battlefront Classic und 1 von 2005 und 1 das neue Star Wars Battlefront 2 Es gibt noch ein Star Wars Battlefront Lohne sich das zu holen Welches 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 das alte Ich mag die alten total gerne Die alten Battlefronts Ich finde schon dass die sich lohnen Also wir kosten die Spiele eh nicht mehr viel So Ich glaube wir morgen wird es ein Trailer geben für Bad Batch Staffel 2 oder vielleicht sogar mehr von Kenobi Also wenn würde ich sagen Dass vielleicht noch ein Kenobi Trailer kommt oder so Wobei der kam jetzt erst einmal Aber naja Naja ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh Ich hätte es erst gesagt in der Woche oder so nochmal einen Kenobi Trailer oder so Schauen wir mal So Wie ist der letzte von den Schmutzcodes 4 und 1 noch an der rechten Seite 4 Eck und 1 noch an der 1 noch zusätzlich an der rechten Seite Ah ne das sind die anderen Das passt schon mal Ne das passt nicht Ok 4 Eck haben wir Nur das Ding oben müssen wir irgendwie wegbekommen Aber das bekommen wir nicht damit Das bekommen wir Bekommen wir gar nicht weg das obere Ding Egal auf welchen wir drücken Das obere Ding geht nicht weg Das ist schlecht Weil wenn wir das obere Ding haben Dann kommen wir ja nicht weiter Roman 209 Danke fürs Followen Freut ihr mich Dass wir meine Lego Star Wars Sachen Oh das Rote ist weg Das Blaue ist weg Das Blaue ist weg oben Ok Jetzt bloß nicht wieder das Blaue zurück Nein Bleibt bloß weg Blaues Ok Jetzt nur noch irgendwie die Kugeln wegbekommen Ok So sieht es schon mal gut aus Jetzt müssen wir nur noch die Kugeln gegen Die Kugeln gegen sowas da tauschen Warum kriegen wir die Kugeln da nicht weg Wir brauchen ja das Viereck brauchen wir Wo sind die Kugeln her Sind die von Sag ich das wohl wieder die Kugel nicht wegkriegt Ok Jetzt habe ich zum Beispiel Hier auf der Seite die Kugeln habe ich weg Warum gehen die Kugel nicht weg Ich habe immer ein Ding Was nicht weg geht hier Gibt es doch nicht hier Meine Star Wars Battle von 2015 Das lohnt sich Star Wars Battle von 2015 würde ich sagen Ist das tatsächlich das Battle von Was sich am wenigsten noch lohnt Meiner Meinung nach Weil online kannst du es eh nicht mehr spielen Und offline ist es jetzt auch nicht so geil Was man noch machen kann Sag mal Alter was hat das Spiel verrät Wer baut sowas ein Warum Vor allem auch so sinnlos So hey wir haben Wir haben den Code Aber wir dürfen ihn nicht eingeben Weil wir einfach ein Rätsel reinbauen In unsere eigene Anlage So Ich drücke auch immer die Mitte Wenn ich nach rechts schaue Echt jetzt Warum das Ok Das heißt ich muss ganz direkt dahin gehen Damit ich auch die Seite drücke oder was Ok Na gut Das sieht schon besser aus Nehmen wir doch mal so würde ich sagen Ok Jetzt können wir den blauen auch aktivieren Und jetzt geht da hoffentlich auf Jawohl Naja du triffst mich beim Schiff Du kriegst überhaupt nichts auf die Reihe So was heißt dieser Motion Strike Ich bin verwirrt Achso Du bist bei Johnny Depp Verhandlungen Achso Bei juristischen Sachen Da kenne ich mich nicht aus Hell Weih wir haben die Mission geschafft Leute 94 Feinde ausgeschaltet 36% Genauigkeit Wunderbar Wunderbar Feuer 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 Ich glaube da nehmen wir mal lieber eine Granat Nein eine Granate Warum gehst du da hin Geh mal weg Geh mal mit deinen anderen Kollegen drauf hier Das hat die da hinten aber wenig interessiert Hier da ich die Thermal Detonator noch ihn geworfen habe So der war besser Jawohl Nice Mach den Chicken Walk So das Feuer ist schuld Ja Feuer ist schuld Feuer ist immer schuld So wir haben eine imperiale Zugangskarte bekommen Für die finden wir sicher auch sinnvolle Verwendung irgendwo Aber erstmal rüsten wir uns hier mit dem ganzen Zeug aus Was hier im Lager noch gibt Sehr gut So Ah da vorne können wir die wahrscheinlich gleich verwenden Die Zugangskarte hier Nehme ich mal an Hier oder Ja Oh die haben auch noch so mega geschützt da vorne Aber jetzt habe ich wenigstens ordentlich Munition und Lebensenergie Oh dann kann ich den Sachen auch ausweichen So geschützt ist kaputt Die Dinger kriege ich glaube ich nicht kaputt Hier drin hockt keiner Also wie gesagt jetzt ist es für mich tatsächlich auch blind Ich habe es vor Ewigkeiten mal gespielt Aber Da bin ich glaube ich sogar noch ein bisschen weitergekommen vor Ewigkeiten Aber da kann ich mich echt gar nicht mehr dran erinnern Ich weiß da kam dann irgend so eine Stelle und so Ja genau Die Stelle kam dann wo ich nicht mehr weiterkam Genau die Stelle war das mit dem Eis Ich erinnere mich Ich erinnere mich Genau Ja ja Da stand ich dann hier und wusste nicht weiter Ganz schön kalt sieht das aus Ja ja Ganz schön kalt So genau die Stelle mit dem Eis war das hier Ja 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 ich erinnere mich Oh ja Erinnerungen So Flashbacks Ja ich habe hier echt Flashbacks Ich glaube man musste da irgendwie durchhüpfen oder so Das war komplett weird irgendwie mit diesem Eis Oh shit was seid ihr denn Oh so viele Gegner auf einmal Die halten auch schon wieder unendlich ausgekühlt die Gegner Die sind einfach solche Kugelfresser diese Dinger Oder Blaster Schussfresser So Highground bringt euch gar nichts Oh nett ob ihr die Waffen wieder runterschmeißt Okay da ist zu Da komme ich nicht durch Alles klar Man musste nämlich irgendwie hier über das Ding drüber springen oder so Das war mega seltsam war das gelöst hier Die Stelle Das weiß ich noch Ja genau wenn man hier reinspringt dann stirbt man oder so Weil man dann nicht mehr rauskommt Ja ja da war was Oder man konnte noch irgendwo 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 konnte man noch hingehen glaube ich Oder so um da irgendwie reingehen Ah hier ging es wieder raus Ah ja da war was Keine Ahnung was ich hier abgeschaltet habe Aber es war bestimmt eine gute Tat oder so So jetzt haben wir zumindest eine von den Türen hier geöffnet Und das hat uns genau Nix gebracht Außer dass wir jetzt einmal hier durchgegangen sind Und ziemlich viel Lebenssynergie verloren haben Ah ich glaube es ist jetzt nicht mehr kalt da drin oder Ah es ist nicht mehr kalt da drin Ah sehr gut wir haben wir haben ein bisschen eingeheizt hier Also man überlebt es doch wenn man da drin steht da unten Das ist schon mal gut da schon mal gut hier Spiele Tipps aufmachen Ja konnte man nicht nach da unten oder so Hm okay also da sind wir erstmal fertig hier Bei der Tür könnten wir nur noch da gehen Die Tür ist aber definitiv zu Die Tür geht auch nicht auf Das heißt wir müssen irgendwie versuchen nach da Ah doch ich weiß wieder was der Schmutz war Man muss da irgendwie Man muss da irgendwie nach oben kommen Hier man muss nämlich da oben drauf Und dafür muss man nämlich auf das Ding hier drauf springen Und dafür muss man hier an der Wand irgendwie entlang laufen Und dann darüber springen oder so Ja 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 ich erinnere mich Das war der Schmutz weil man nämlich oben drauf Und das checkt man überhaupt nicht Das sieht man halt überhaupt nicht Dass man auf das Ding drauf springen kann Weil man denkt man fällt immer sofort runter hier Ja 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 doch irgend so was war das da Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ich hier so rüber Ah ja doch das war das war absolut das Das war auch richtiger Das war Schmutz doch doch da war was Da war was da war was Ich muss sagen so vom Shooter Gameplay macht es sogar Spaß Ja aber dieses Level ist hier halt viel zu lang einfach Das ist einmal ein Punkt der nervt Ein anderer Punkt ist natürlich der nervt Dass man Verrest vom Level Design wie solche Sachen hier Sowas was halt einfach nicht sein muss So was schön wenn man die Macht benutzen könnte Für ein Airmen Na ist er noch nicht mal Ja ja aber er kriegt ja später anscheinend wieder die Macht Und legt schwer und so Das kriegt man ja anscheinend alles wieder Nur halt hier nicht am Anfang Und das ist halt Das ist halt so Abfall Muss ich das Ding in der Mitte noch irgendwie verschieben oder so So welche Edition von Star Wars Unleashed ist besser Ultimate Civ Edition oder Force Unleashed 2 Das sind keine Versionen Das sind zwei unterschiedliche Spiele Aber die Civ Edition ist besser Das ist Teil 1 Deutlich besser als Teil 2 Vor allem hier haue ich mir halt auch mal den Kopf an Wenn ich hier springe Ah so geht's So ging das So ging das Also ganz ehrlich Wie soll man auf sowas drauf kommen Dass man da rüber springen muss Und dann hier hoch muss Ohne Spiele Tipps Ohne Spiele Tipps Wärt ihr da drauf gekommen Dass man hier rein muss Hier drauf muss Und dann hier hoch muss Schreibt mal in Chat rein Ob ihr da drauf gekommen werdet Von alleine Das ist echt gut Dass ich schon mal den Teil gespielt habe Weil daran ich mich noch erinnere Wenn ich mich damals so aufgeregt habe Und dann hatte ich glaube ich nicht mehr weitergespielt Weil ich mir gedacht habe Nee Also wenn das Spiel sowas einbaut Dann muss das nicht sein Leute von mir Prost auf euch Ja immer direkt speichern Ich habe Ich ist ja nicht so Dass ich nicht lerne aus meinen Fehlern Ist ja nicht so Dass ich lernen würde Aus meinen Fehlern Ist auch gemein hier Ich sitze halt hier Schön aus dem Präsentierteller Und die kann mich hier schön abschießen Von allen Seiten Ich muss runterspringen oder Oder können wir den Schalter Von hier aus aktivieren Ah da unten sind noch welche Die interessiert es halt auch gar nicht Um sie herum wird geschossen Und es interessiert sie gar nicht So Die beiden hätten wir auch Okay Nee Hier müssen wir runter So Oh oh Shit Was ist da schon wieder Ah Warum verlieg ich Lebensenergie Was ist das Das ist überhaupt nichts Ah Nicht wieder rein Ah Da war Da war halt einfach nichts Das war einfach nur Da war einfach nichts Da war einfach nichts So Aua Ihr habt ihn gefunden Glückwunsch dazu Glückwunsch dazu Was ist das für ein Schmutz da unten Hilfe also okay Da darf man auf jeden Fall nicht reinkommen In den Schmutz Sonst ist man auch ganz schnell wieder tot hier So einmal hier nach oben fahren Bitteschön Wollten wir wieder so ein bisschen Äh Bug da oder sowas Wäre ganz nice So mein aktuellen Zustand Überraschung Hä Nein Nicht auf mich schießen Okay die Geschütze schießen anscheinend auf alles Wenn ich das richtig sehe Die Geschütze schießen auf alles Okay Ah Ich glaube das war der Raum Wo ich dann nicht mehr weiter gemacht hatte Ich glaube das war der Raum Schauen wir mal Ob ich es weiter schaffe Als wo ich privat gespielt habe So Sind noch mehr Geschütze Ja eins ist da noch Ein Geschütze versteckt sich da noch Okay Und dann stand ich hier in diesem Raum drin Hat mir gesagt Okay was muss ich jetzt tun Genau da war ich an dem Punkt Genau hier war ich Ja 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 Jetzt Ich weiß nicht mehr was ich tun musste Aber ich weiß noch genau Dass ich in diesem Raum hier drin stand Ja genau bis hierhin hatte ich gespielt gehabt Ja 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 Das kommt mir bekannt vor Ich schaue nochmal in den anderen Raum rein Ob hier noch was gibt Auf jeden Fall Moin moin Okay hier ist auf jeden Fall nix Da ist überall zu bloß Nach oben komme ich zwar Aber das bringt mir eigentlich auch nicht wirklich was Hier in der Mitte rein Da kann ich zwar rüber laufen Aber die Tür wird wahrscheinlich nicht aufgehen Ne Die bleibt geschlossen die Tür Okay also das einzige Die einzige offensichtliche Möglichkeit Die ich habe Ist dieser eine Raum da drüben Wenn ich das richtig sehe Weil wenn ich da oben Ne da kann ich auch nirgends wo drüber springen Oder so Ne Wenn müssen wir eigentlich was in diesem Raum hier finden Okay Dann lasst uns was in diesem Raum finden hier Weil das sind halt so fiese Sachen Wo man so denkt Man kommt doch direkt hoch zu denen Aber man kommt halt nicht direkt hoch Das ist doch eine Tür hier oder Kann man die nicht irgendwie aktivieren Das sieht doch aus wie so eine Tür Das ist doch safe eine Tür hier Geht natürlich wieder nicht auf die Tür hier Okay Irgendwie so ein Trainingsraum oder so Was ist das hier Willkommen zurück Ich war nie weg Aber Nadud war weg Kannst du nur weg sein Ja Ja Und dann waren wir hier in dem Raum Ja genau Dann war ich hier in dem Raum Und dann wusste ich nicht weiter Genau Genau da hatte ich nämlich schon ewig die Spiele Da habe ich schon immer die Spieletipps gucken müssen Dass ich überhaupt bis zu dem Raum gekommen bin Weil mich dieser Eisraum da schon so aufgeregt hat Und dann kam ich in den Raum hier Und dann stand ich schon wieder da Und wusste nicht weiter Und dann hatte ich keinen Bock mehr damals Das weiß ich noch Vielleicht müsste ich auch oben was machen Eine rote Tür Ja die rote Tür heißt Dass ich da nicht durchkomme Das heißt Ah steht ich bin schon wieder Ich habe mich schon wieder vom Aufzug erwischen lassen hier Ich trinke normalerweise keinen Kaffee Ne Mag den Geschmack von Kaffee nicht Wenn trinke ich Kakao mit Koffein zum Wach werden So Da sind wir ja hergekommen Aus der Richtung Aus der Richtung sind wir hergekommen Hier wird auch nichts mehr sein Ne hier ist bloß dieses komische Eisding Also wenn Wenn geht es hier weiter Auf jeden Fall irgendwo Mal gucken wir mal Ob wir hier oben noch Wer schießt schon wieder auf mich Und wo Mal versuchen Mal versuchen ob ich vielleicht da Irgendwo rüber komme Und dann durchs Fenster rein springen kann Aber das geht glaube ich auch nicht Kann ich hier was aktivieren An diesem riesen Ding hier So aus Es wäre irgendwie eine Brücke rüber Oder sowas Ne Hm Der Geruch ist so geil Okay Gut riechen tut Kaffee schon Das stimmt Da stimme ich dir zu auf jeden Fall Tee mag ich tatsächlich gar nicht Also Tee ist gar nicht meins Ne Nicht so Nicht so wirklich Ne Kalit Gollum Servus Yo 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 Zitrone trinken Okay Du bist Zitrone Zitronen Fan Zitrone um wach zu trinken Wach zu werden Das ist gesund zumindest Das ist sicher nicht verkehrt Ja und Es ist halt so geiles Spiel So Okay Was muss ich tun Habt ihr irgendwas gesehen Habt ihr irgendwas gesehen Was ich hier tun könnte Wie ich hier in diesen Räumlichkeiten weiterkomme Wo ich irgendwas drücken kann Oder so Hat irgendjemand das Spiel mal gespielt Ich würde das halt gerne wissen So Einmal das harte Zeug Ja ja Die hat die harten Zitronen Kann ich da vielleicht durch Dann komme ich auch nicht durch Also die Scheibe kann ich wahrscheinlich kaputt schießen Ne nicht mal die Scheibe kann ich kaputt schießen Okay Wie komme ich in diese Räume rein Bier zum wach werden Ich würde sagen Bier macht jetzt nicht so unbedingt wach Ich möchte hier einfach mit dem Kopf durchgehen Du warst witzig als du es geschafft hast Okay 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 Weiß es nicht mehr wie Sehr gut Hm Okay Irgendwas auf dem Boden Irgendwas wo ich mich draufstellen kann Oder so Es gibt aber auch keine Hebel Oder irgendwas versteckt das hier in dem Raum Das ist übrigens genau der Moment Wie bei irgendwelchen Point-and-Click-Adventures Oder so Wo es halt einfach so Wo es einfach keine offensichtliche Lösung gibt mehr So Da kommen wir bloß zurück wo wir hergekommen sind Warum wir hier nicht die Tür aufmachen können Weiß ich nicht Könnten sie die auch aufmachen An der Stelle Aber das ist egal Hm Hm So Kann ich dran das Videospiel Ne habe ich tatsächlich nicht gespielt Also ich habe die Die Filme Die Filme habe ich gesehen Die Tron Filme Aber das Spiel habe ich tatsächlich nicht gespielt So Okay Hm Hm Ja Leute Ich bin ratlos Und auch gleich munitionslos Wenn ich so weitermache Darum kann ich nur eine Kamera abschießen Aber Das bringt mir nichts Vor allem die fiese ist ja Die Sachen sind halt direkt da So Die Lebensenergie und alles ist da oben Aber man kommt einfach nicht hin Der kann sich leider auch nirgendwo festhalten Oder so Hier Was mit Lego Stars Die Skywalker sagen Was soll damit sein Die roten Punkte beim Geschütz schießen Ne Das bringt nichts Also ich kann zwar drauf schießen Aber das Bringt glaube ich nichts So Der erste Teil von dem Film von John War besser als Einfach als das Original Das ist schon eine Weile her Vielleicht schon gesehen habe Kann ich mich da gar nicht mehr so dran erinnern Was da gut oder schlecht war Okay Kommt ein paar Jahre Ein Remake mit überarbeitetem Gameplay Von hier Das gibt es wie gesagt Für die Playstation kam das Spiel Quasi in schöner wieder raus Aber am Gameplay haben sie da nichts überarbeitet Also die Level sind glaube ich die gleichen hier Was hast du verpasst? Den spannenden Teil Das Spiel hast du verpasst Weil ich keine Ahnung habe Wo ich Wir redeten da die ganze Zeit Sind da noch welche Ich glaube da sind auch wir hier drin oder Da muss noch welche drin sein Anders kann ich mir das nicht erklären Dass wir noch welche reden Na die wahre Verzweiflung Kommt jetzt tatsächlich erst Weil jetzt bin ich nämlich an dem Punkt Wo ich es noch nicht weiter gespielt hatte Äh Geht nochmal wieder raus So nochmal Versuch nach oben zu kommen Hier Die Grüßen Ja mit Kanalbunden Kriegst du das direkt Das Spiel war nie spannend Okay Also wie gesagt Ich will das Spiel auch gar nicht so mies machen Weil ich möchte halt nur verstehen Warum das Warum so viele Warum so ein gutes Spiel sein soll Ach da oben steht noch einer Aber der verschiebt so schön wie ich Da haben sich zwei gefunden hier Ich habe das Duell Ah ich glaube ich komme zu Auf die Seite komme ich rüber Aber da komme ich ja trotzdem nicht bei dem rein Also ich kann da rüber springen Den Sprung schaffe ich glaube ich Ich versuche mal da oben rein zu kommen No risk no fun So Ja das geht tatsächlich Komme ich da rein Wenn ich in der Luft mich klein mache Wenn ich in der Luft in Deckung gehe Ne komme ich nicht rein Ah ich kann da aus in die Luft jagen Ah und das aktiviert den Schalter Ja genau Natürlich Ja klar Ja 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 Okay Wir sind weitergekommen Leute Wir sind weitergekommen Leute wir sind weitergekommen Wir sind weitergekommen So Vorteile man sah man zum Beispiel kanalpunkte schneller als ab Das hilft also macht man so coole badges vor seinem namen und so weiter gibt gibt einige Vorurteile man auf unseren discord server einen eigenen rang Was habe ich damit jetzt aktiviert Ah habe ich jetzt da unten noch aufgemacht Okay Okay fangen wir mal hier runter Okay Hier haben wir noch ein bisschen Munition Auch nicht verkehrt sicher Ah und jetzt kommen wir wieder in den großen Ne jetzt mal hier auch Okay Ah jetzt kommen wir an die Sachen ran Jetzt können wir die ganzen Sachen uns da oben holen Die ganze Lebensenergie und so Okay Gut Nehmen wir mit So So ist das am 10. Mai Sehr gut Nein Hochfahren sollste So Perfekt Okay Gut 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 Ich glaube wir kommen noch gar nicht an die Sachen ran Wahrscheinlich müssen wir Den zweiten Das zweite Ding da oben Also wir waren ja gerade in dem Ding drin Wahrscheinlich müssen wir das auch noch aktivieren Oder andersrum Weil von hier aus kommen wir nämlich da nirgendwo hin glaube ich Wo es interessante Sachen gibt Ne Oder Ein bisschen Anlauf Ah doch hier kommen wir hoch Schauen wir mal Ob uns das noch irgendwo weiter bringt Weil da kommen wir auf jeden Fall auch hoch Das schaffen wir nicht Da schauen wir es nicht hoch Aber da schaffen wir es hoch Dann müssen wir eigentlich nur darüber schaffen Nein Eigentlich müssen wir es hier nur darüber schaffen Hier Darüber So Und dann kommen wir nämlich auch zu den schönen Nein Schönen Sachen hier Ah Schmutz Also die Sprungpassagen in First Person sind auch so fies ey Braucht halt kein Mensch Kein Mensch braucht sowas Lieber speichern Hier kann ich Weißt du wenn ich runterfalle oder so Hier Ich habe kein eigenes Motorrad Ne leider nicht Leider nicht Sonst würde ich auch wahrscheinlich öfters fahren Oh Come on Den Schlachtmodus kannst du dich gut erinnern 20 Leute mit Lichtschwertern verknüppeln sich Weil das gab glaube ich einen Multiplayer Den habe ich aber tatsächlich nie gespielt So Für euch speichere ich nochmal Euch zuliebe hier Den Rang auf dem Discord Server bekommt man Indem man Wie gesagt hier subbt Und dann Discord quasi verbindet mit Twitch Also bei Twitch Äh bei Discord sich da den Account verbindet Und dann hat man den Rang Leute Wir haben was bekommen hier Nice Leute es steht mal wieder gut um unsere Lebensenergie Dass ich den Tag noch erleben darf An dem es gut um unsere Lebensenergie steht Wahnsinn Erstmal runterfallen würde ich sagen Okay Ne passt Dann haben wir das hier Und dann können wir hier auch weiter Ich war noch nie so weit in dem Spiel Und das ohne Hilfe Leute ich habe Ich habe meinen Kopf eingesetzt Sag mal wie ist das wieder Hä Ist das wieder zugegangen hier Ah ne hier ist noch offen Passt So War aber kein klassischer Star Wars Battlefront In Star Wars Woche Weil ich neue Spiele spielen wollte Die ich bis jetzt noch nie gespielt habe Star Wars Battlefront wurde zuletzt sowieso nicht mehr geschaut Von daher Also das Klassische Ich bin nicht überzeugt aber Just do it Ah Ich glaube wir müssen in Deckung gehen hier Ah ok Also wie gesagt Jetzt ist es wirklich komplett blind Den Teil habe ich nicht mehr gespielt Ich habe es jetzt schon weiter geschafft Als wo ich es privat gespielt habe Ihr motiviert mich hier Das ist gut Oh Bacta Tank oder Ja sieht aus wie ein Bacta Tank Ist irgendwie zu ruhig Hier kommen gleich wieder Gegner Safe Hier ist gleich alles voll mit Gegnern irgendwo Kommen wir hier rein Gar nicht Ok Jetzt haben wir so viele Möglichkeiten hier wo wir lang gehen können Ist ja schlimm Ne haben wir gar nicht Wir können hier unten nur oben mal lang gehen Ah Jetzt sind wir hier Ok Ja super Jetzt können wir auf der anderen Seite hoch Aber Außer dass jetzt ein paar hässliche Schütze aufgetaucht Und die uns angreifen Hat uns aus dem Raum doch nichts gebracht oder Ja wir müssen aber trotzdem nochmal hin in den Raum glaube ich Ja ja du hast mich gesehen ich weiß nicht wie schießt hier direkt auf mich Moin Skyn 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 Kann man Bacta Saft trinken Kannst nochmal probieren So ein Vordergrund gibt es Lichtschwert wieder Ich weiß schon da Fortnite ist wieder Ich habe auch die Die Presse Mail schon bekommen Das Fortnite jetzt wieder die ganze Star Wars Sachen hat Vielleicht auch nicht wieder Fortnite Star Wars spielen Ich glaube das wollen die Leute sehen Oh shit die haben auf allen Seiten Geschütze Oh shit 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 Ich hätte gedacht die haben nur vorne sich Geschütze geholt Aber auf der Seite ist auch noch ein Geschütze aufgetaucht Ah hier ist auch noch eins Ah Da war noch eins Sniper Drabu hat es wieder zuerst gesehen und lässt sich hier nicht treffen Ok Geschütze sind kaputt Jetzt können wir nochmal hier oben drauf Die Frage ist warum Wozu das Ganze Was bringt es uns hier oben drauf zu kommen Also klar es bringt uns wieder Lebensenergie und Munition Das auf jeden Fall aber Vielleicht ist auch noch ein versteckter Schalter oder sowas Man weiß ja nie Wir hoffen das Beste Ne das ist definitiv kein versteckter Schalter Ha Ok aber wir haben zum ersten Mal wieder alles voll auf jeden Fall Allein dafür hat es sich doch gelohnt oder nicht Umschalt und oben öffnet das Cheat Fenster Sehr gut Wobei Cheats Das Game Das Game Das Game Ausgesprochen Wie spricht man das aus? Das Game Bin verwirrt Moin 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 So Republic Commando ist auch cool Halt auch alle Guckt die erste Folge auf dem drauf aus LP und den Eindruck zu machen Sehr gut Ja Republic Commando habe ich ja erst komplett durchgestreamt Da habe ich ja im 10 War es ja 10 Stunden Stream? Ich glaube in 10 Stunden Stream habe ich Republic Nee 12 Stunden Stream war es glaube ich Da habe ich Republic Commando komplett am Stück durchgespielt Hat das noch gar nicht so lange her auf der Playstation Okay aber wenn muss doch hier unten irgendwo noch was sein oder? Also wenn hätte ich jetzt gesagt dass hier wenn wir noch was finden dann hier unten So was trinke ich am liebsten Wasser Trink auch hier beim Streamen immer Wasser Ah hier ist noch eine Tür Oh den überraschen wird Der freut sich bitte um uns zu sehen Das war dann für ihn schön Ach komm dann nehmen wir den Elektrostab Ah da sind noch ein paar andere Oh shit Okay das war keine dumme gute Idee Oh lass mich in Ruhe Und geschützt auch noch Gegner, 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 Gegner Oh shit ich bin in der Sackgasse Oh oh Aber dafür kommen sie jetzt nur einzeln die Gegner Auch gut Kann man die Gegner einzeln abfertigen Das waren auch noch nicht alle oder? Problem ist davon ist noch ein Geschütz So ein hässliches Geschütz Ach da was habe ich jetzt wieder getan Ach so was trinke ich am liebsten abgesehen vom Wasser Smoothies tatsächlich glaube ich momentan Selbstgemachte Smoothies Mein Favorit ist aktuell Kiwi mit Orangensaft Traube Und Apfel Und Banane Sehr zu empfehlen sehr lecker So ok haben wir Die Welle haben wir hier eigentlich ganz gut überstanden Ein bisschen Schaden am Schild bekommen aber sonst Also fies ist auch Du checkst halt überhaupt nicht was du aufmacht Der müsste jetzt wahrscheinlich das aufgemacht haben Ne hat er nicht Aber wir haben Zugangsding bekommen Also wir kommen auch in die Tür rein Aber erstmal gucken was hier unten noch ist Oh Die sehen nicht mehr so gut aus hier Irgendwie Gefangenen hier Ah Jetzt kommen wir wieder auf der Seite kommen wir jetzt auch raus Jetzt sind wir quasi wieder in dieser Mittelding hier Ah ok Ok den Teil vom Level verstehe ich jetzt zumindest Aber das Spiel wird besser wenn man wieder ein bisschen vorankommt irgendwie Es ist nur diese Passage wo man halt immer so hängt und nicht checkt was man machen muss Dann ist es halt nervig hier So Sturmtruppler Rüstung nutzlos wie immer Ja Die ist nicht für Kopftreffer ausgelegt Ich gucke jetzt einfach mal da weiter Weil ich glaube das ist tatsächlich der einzige Weg hier Ich bin dir zu gesund Was hätte ich denn sagen sollen Ich trinke Bier Ich trinke aber nicht gerne Bier Ich habe doch gerade eine Zugangskarte bekommen Von der Von irgend so einem So jetzt habe ich sie Hä Ich habe davon auch eine bekommen Na never mind Hier keiner drin Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ok Äh Was war das Was habe ich getan Irgendwas macht komische Geräusche Keine Ahnung was hier komische Geräusche macht aber das soll bestimmt so sein Ok Wir Was sind die Was soll das denn sein Haben die hier Iron Man schon mal geplant oder was hier beim Imperium Beim Imperium was ich nicht Imperium nennen darf weil es anders heißt Seltsam Seltsam Schütze oder Safe Geschütze Ja klar wieder Geschütze Natürlich Geschütze So Oh Hallo Brall Ich wollte gerade schon so weggehen Ich bin schon gezuckt hier Ich wollte schon selber in Deckung gehen Das ist das VR Prinzip Dass man selber ausweichen muss Da bist du Gut es ist ich treffe dich und du triffst mich nicht Das Doom geht bis um 8 Ah da ist was dahinter oder Ja da ist was dahinter Oh ich weiß Ich weiß einfach wie es vorangeht Leute Ich weiß wie es vorangeht Ich fühle es wenn ich weiß wie es vorangeht Okay jetzt kommen wir hier rein Da können wir die Geschütze ausschalten wahrscheinlich Die Frage ist was wir mit dem zweiten Schalter machen Ah das ist immer so fies Dass man immer nicht weiß was die Schalter einbringen Ja da ist er Könnt ihr durch Wände durchschauen Oder woher wisst ihr Okay Also die Sturmtruppler kommen hier auch nicht gut weg Bei dem Spiel Die werden auch die ganze Zeit nur verarscht Also mit dem Minen gerade eben die Szene wieder Euch keine Ich habe keine Dings mehr Keine Granaten mehr Schade Naja Wir haben ja andere Sachen für euch hier Worüber euch auch sehr freut Habe ich gehört So Ich frage mich übrigens warum ich die ganze Zeit ein Schild habe Wenn dann trotzdem meine Lebensenergie runter geht Was ist das für ein Kack Schild Der bringt ja gar nichts Malerweise sollte der Schild doch alles absorbieren oder nicht Oder was ist der Sinn von so einem Schild KevinXDAP Vielen Dank für das Drrrrbomo Der 15. Monat Auf meine Muni aufpassen Ah 106 War es doch Muni geht auch 106 Ist doch easy So das noch so eine kleine Tür hier Ah scheiße da komme ich nicht durch Dann müsste ich ihn motivieren hier mir entgegen zu laufen Ah der bleibt da schön stehen Wenn ich da durchlaube dann gehen die Dinger in die Luft Und dann bin ich tot Wäre eine schlechte Idee weil ich länger nicht gespeichert habe So Speichern wir noch gar nicht hier Ich hatte gerade fast nichts Okay Das Schild ist hier nur für die Optik Naja ein bisschen was hält er wahrscheinlich schon hat der Schild aber Ich weiß nicht Irgendwie bin ich nicht angetan von dem Schild Ah da komme ich durch Gleich zwei auf einmal erschossen krass Oh shit Oh der hat dickes Geschütz da hinten Der hat ein dickes Geschütz da hinten Oh nein Oh shit Da geht es keinen Rückweg mehr Ich kann nur noch in die Richtung hier laufen Schlecht Oh ganz schlecht Oh ganz schlecht Kommt nochmal ein bisschen vor hier Genau komm ein bisschen vor hier Jawohl Oh wenn ich oben draufstehe dann könnte ich den anderen glaube ich sogar treffen Wenn ich mich oben hier draufstehe Oh shit der schießt aber auch so direkt Wer schießt schneller Oh schuldig ich habe nur noch 21 Lebensenergie Ich bin gleich tot Habe ich den anderen im Geschütz erwischt? Ne immer noch nicht Der im Geschütz hält mir definitiv zu viel aus So Das war bei mir das erste der Video zur Republic Commando gesehen Das erste Level ist cool aber scary Was wir hier höchstwahrscheinlich holen Ja Republic Commando ist cool auf jeden Fall Run and gun Ich habe keine Granaten mehr zum Trigger Ich habe keine Granaten mehr Ihr seht die Munition nicht Ja doch 65 Momentan Munition geht noch Ich bin jetzt eh gleich tot aber das ist okay Wir speichern nochmal und dann sind wir tot Für den König Oh es hat funktioniert Oh shit auch noch einer So falls noch jemand kommt Ich bin vorbereitet Ja jetzt kommt natürlich keiner mehr Jetzt kommt natürlich wieder keiner mehr Ja genau Also mit drei Lebensenergie Es war immer mehr Glück als Verstand Dass ich das gerade eben überlebt habe Keine Ahnung wie aber irgendwie Oh Gott So ich bin bereit jetzt kann noch mehr kommen Jetzt kommt keiner mehr Irgendwo sind auch welche Haben sich überhaupt zwei Geschütze Warum ist das zweite Geschütze überhaupt noch Was bringt das hier? So ja das größte Geheimnis Imperium Sie haben die Einemann Rüstung entwickelt Und Einemann arbeite für das Imperium spioniert Ja genau so ist es So ist es So nicht anders Du hast es erfasst Das ist das Geheimnis von einem Man hier ist jetzt aufgegangen Aber das ist ein Gegner Ein Treffer und ich bin halt tot ey Das machst du mir spannend Oh nein 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 ich habe keine Munition mehr Nein nein ich habe keine Munition mehr Oh ich habe doch noch einen Treffer ausgehalten Sehr gut Sehr gut Ich habe noch einen Treffer ausgehalten Ich habe wieder Munition Leute Ich habe wieder Munition Alles gut Alles gut Ich habe es geschafft drei Leute zu besiegen Mit dem Nur mit dem Ding hier Wer braucht schon Munition So die Musik am Anfang von Lego Stars Ich habe auch gesagt Also das Menü ist faszinierend Auf jeden Fall Erstmal speichern Gespeichert wurde Wieso habe ich überhaupt wieder Lebensenergie bekommen Hat einer von denen was fallen lassen? Können die Lebensenergie fallen lassen? Ich habe kein Gegner Oh Oh mein Gott Habt ihr die Reaktion gesehen? Alter ich habe mich richtig erschreckt Aber da war die Reaktion richtig da Direkt den Headshot Boah das war krass Das war Also damit hinzugeben Das war Das war eine krasse Nummer gerade eben Uiuiui Alter der hat sich richtig fies angeschlichen Aber die Nummer war krass Er klickt das Hallo Hallo Das war Skill Ach jetzt sind wir auf der anderen Seite Wo wir den anderen von gesehen haben Ist hier noch irgendwo einer? Ne Hier sind noch irgendwelche Bildschirme Die ich nur nutzen kann Wir aktivieren wie immer alles Ah da passiert irgendwas Oh shit Okay da mag man nicht in der Mitte stehen Wenn das angeht Ah da machen wir die Türen auf Oh shit da macht man noch mehr auf Ach nee Das Ding muss man auch wieder ausmachen Verdammt Das Spiel ist so fies Das Spiel ist so unfassbar fies Ich wollte gerade sagen Reflexe sind real oder? Alter Was war denn das hier? Fiese Sache hier Ich freue mich auf Bounty Hunter Da geht es um Jango Fett oder? Ja genau da spielt man Eine Jango Fett Story Spielt man bei Bounty Hunter nach Okay wir merken uns das Ding ausmachen Sobald Sobald die Tür da drüben Offen ist So Tür ist offen Tür ist offen Tür ist offen Tür ist offen Deckung Ah Geh aus Geh aus Warum gehst du nicht wieder aus? Nein Das geht nicht aus Dann muss man sich durchschleichen Oh nein Oh nein Oh nein Ich will das alles nicht Ah Der ist mir zu nah am Kopf Ich wollte es gerade noch sagen Hier Weil ich nicht erkannt werden möchte Deswegen zeige ich mich nicht Weil ich eine strikte Trennung Zwischen meinem Beruf Und meinem YouTube Und meinem Privatleben Haben möchte Piu Ja Piu Ich gebe dir gleich Piu Ah Hä Muss man sofort rausrennen dann? Ich checke es ja gerade nicht Wie ich es machen muss Weil ich kann das Ding ja nicht Wieder ausmachen Und sobald es an ist Ist ja eh alles vorbei Ne das Ding ist direkt instant an Aber da kann ich noch unten durch hier oder? Ah ja ich kann so So komme ich unten durch Okay Ah das bewegt sich aber teilweise auch irgendwie Ach keine Ahnung Habt ihr wir sind durch Keine Ahnung wie das funktioniert Ist mir auch egal Habt ihr wir sind durch Da oben haben wir eh alles kaputt gemacht Mit dem Laser Was ist das da? Was ist das für ein Mausdruin da unten? Können wir das da aktivieren? Oh das können wir sogar aktivieren Nein da sind wir zu klein Da passen wir nicht durch Wo die da drinnen sind Sehen aber auch nicht mehr so Lebendig aus Okay können wir eh nicht durch Hä wie sollen wir denn da durchkommen? Bei so Was bringen Hä? Ich mache mir meinen Zugang Selber hier Was ist das hier überhaupt für ein komischer Raum? So Äh Ich lebe in München Hä? Ne I don't get it Als müsst ihr lesen Ah jetzt können wir Hä? Was hat das Was hat das Hä? Okay die Dinger können wir hier Auf jeden Fall aktivieren Aber was hat das Was hat das gebracht? Wir sind zu groß Meint ich natürlich Das ist auch für Mausdruiden Aber Warum kann ich was anmachen Wenn ich kein Mausdruide bin? Kann ich den Kristall klauen? Hä? Was hat es gebracht? Diese ein Das Kann man bloß wieder zurücklaufen? Oh Oh Sieht ungesund aus So Hier waren wir schon drin Haben die da unten gemacht Zur Hölle Ist das selber vergiftet? Sind auch seltsam Die Leute hier Okay Ah ne das ist doch nicht der Weg von gewesen Das ist jetzt doch noch eine andere Ecke Da ist auch noch ein Granatengürtel drin Aber das davon ist ein Aufzug glaube ich Da würden wir irgendwie hochkommen Ah Da könnte man auch ein drittes von den Dingern anmachen Aber Da sehe ich jetzt eigentlich auch keinen Sinn da drin Da noch eins anzumachen Weil wir müssen ja irgendwo hier weiter Irgendwo hier muss noch irgendwas sein Was ich übersehen habe Okay Da ist Ne Da ist definitiv zu hier Ich grüße nicht in Videos Das müsste dir aufgefallen sein Da ich das schon länger nicht mehr tue Du kannst hier eine Livebegrüßung bekommen Das kannst du haben Das funktioniert mit Kanalpunkten Bei der Währung kriegt man die Depression von dem ganzen Grau Also besonders einladend ist das auf jeden Fall nicht das Grau Da stimme ich dir zu Schon sehr 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 grausam hier zu arbeiten Ich habe gerade schon kurz erschrocken Weil ich das Geschütz gesehen habe Dacht mir so Oh shit Kann ich den irgendwie rumfahren Den Kran hier oder irgendwas Ne anscheinend nicht den Kran Ich Charina Vielen Dank fürs Auch der 17. Monat schon Dankeschön dafür Ah shit Aber ich kann da zumindest rein Wir können da zumindest rein Das ist ein neuer Weg Aber wir schauen Wir können rein Das Gas ist da drin Können wir das Gas wieder ausmachen Ich sterbe jetzt mal Weil ich will wissen ob wir das irgendwas bringt Okay ne Also das bringt auf jeden Fall nichts Da sterben wir bloß drin Das ist doof Okay Können wir das Gas irgendwie ausmachen Wir jetzt die Frage Aber ich glaube wir müssen da hin Du bist der Thorsten Und bist der Simply the Best von Tina Turner Simply the best Da krieg ich Schaden Mehr Tina Turner gibt es ja nicht So Wo muss der denn jetzt hin Gib mir doch nicht I don't get it Checkst halt echt nicht Also jetzt bin ich wieder an dem Punkt wo ich nicht weiter weiß Das fiese ist jetzt gibt es leider ziemlich viele Wege hier Aber irgendwie keiner der uns weiterbringt Ich kann mit dem Geschütz noch irgendwas machen Was ich übersehen hatte vorher Außer dieses Ding hier abschießen Das Geschütz scheint auch nicht die Lösung zu sein Oh ich habe noch Munition gefunden Das ist immer gut hier So für dich sieht der Kristall Ist da auch so ein potenzieller Lichtschwertkristall Ja ich weiß auch nicht Was das da für ein Kristall ist Da kann man halt auch noch irgendwie rein Irgendwas muss man mit dem Raum auch auf sich haben Sonst würde das hier nicht so angezeigt werden hier So Anna Danke fürs Trinkgeld Vielen Dank Vielen Dank Wofür war das denn Ich habe doch hier gar nichts auf die Reihe bekommen Ne Verstehe ich nicht Wer hier tun muss Was haben wir hier denn sonst noch Zugangskarte brauchen wir hier So In dem Gift gab es eine Schlüsselkarte Neologi ich traue hier nicht wenn du sowas schreibst Du willst mich nur umbringen Du wolltest mich vorhin schon umbringen Das könnte aber echt eine Schlüsselkarte sein Dass der eine hat Das kann tatsächlich sein dass der eine hat Der tatsächlich ein Du hast mich nicht verarscht Neologi das passiert Dann glaube ich dir irgendwann nicht mehr Genau das passiert dann Können wir jetzt den Maus drücken So Äh Müssen wir überhaupt hin Ah Da müssen wir hin Äh Oh können wir nicht schocken Nein Hä wo war der überhaupt der Typ Okay wir müssen mal gucken wo wir jetzt hinkommen Äh Sag Müssen wir hier lang Ne Da müssen wir lang Da müssen wir lang Ah Da geht es lang Hä Kann man die aktivieren Das habe ich doch schon aktiviert gehabt Das Ding hier oder nicht Ah Kann ich wieder aufmachen Okay Äh Drabuhn fahren Gar nicht so leicht Erstmal drüber fahren Okay also das Jetzt können wir uns das zumindest mal von Nahen hier anschauen So Der rote Drachenkaiser hat hier ein Drabuhn verschenkt Vielen Dank Dankeschön Anna Dankeschön dass ihr mein Content gefällt So Das mit der Karte stand da Wurde bevor ich gestorben bin Echt Ah Okay das hat nicht Ah das stimmt da stand ganz kurz was Ja 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 da stand kurz was Ganz kurz habe ich gesehen Oh wir sind schon wieder beim Hypechern hier mit unterwegs Der rote Drachenkaiser hat hier einfach den Hypechern ausgelöst Danke dafür Abfahrt Auf Gleis 1 Der Hypechern fährt wieder Gut gut Ich wollte mich erstmal selber schocken Ja ich finde das muss schon mal sein hier Lieblingsmusikrichtung Dance würde ich sagen Dance höre ich eigentlich am meisten Ist immer so Okay haben wir es jetzt geschafft Mussten wir nur diese Dinge hier Die aktivieren und das war dann das Ja Dann können wir jetzt wieder zurückfahren Äh Ja klar Normale Türen gehen für eine Maus Dreh natürlich nicht auf Ich glaube wir müssen jetzt wieder zurückfahren oder Ich glaube wir haben hier fertig So Ich wollte mich gar nicht selber schocken Ich wollte nur sehen was es für Möglichkeiten gibt in dem Spiel So Ah ich kann sogar wirkwärts fahren Das ist gut Kann man da auch irgendwo weiter Aber das Gas hier ist auf jeden Fall abgestellt Das ist schon mal gut So nicht Gleis 9,75 Es gibt nur maximal Gleis 5 gibt es hier So kann ich jetzt wieder hier Ach ne ich muss ihn wieder hier reinfahren wahrscheinlich oder So Maus Troiden Schlafenszeit Ich möchte bitte wieder Ah ok So komme ich wieder raus Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut So und jetzt können wir hier durch hoffentlich Und kurz speichern hier Ja jetzt können wir hier durch Okay der Maus Rüder hat quasi die Dinger hier Angestellt und jetzt kann man das Ding mitnehmen oder Ich möchte den bitte mitnehmen Was Für was bin ich in die überhaupt reingegangen Ich darf den Ah da bin ich hier wieder mal Leute erschießen kann Dafür bin ich hier reingegangen Ah oi 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 Hier drin geht aber gleich richtig ab hier Alles klar Könnt ihr haben Er stand die Ah die waren von den Deckung gestanden Deswegen hätte ich die von oben nicht gesehen gehabt Ah Hab da clever gemacht Aber nicht clever genug Lieblingslied Lieblingslied habe ich gar keins eigentlich momentan Muss ich tatsächlich sagen Lieblingslied würde ich momentan tatsächlich gar keins So Ja nur weil du einen Witz aus dem Internet hast musst du ihn ja nicht schreiben Also ich meine man muss ja auch so ein bisschen hinterdenken Hinter fragen was man schreibt Und wenn du mal einmal unsere Regeln hier gelesen hättest Ausrufezeichen Regeln im Chat Dann wüsstest du dass du sowas nicht darf So 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 wunderbar Muss ich die wieder kaputt schießen oder muss ich einfach nur Ich hoffe jetzt einfach mal ich muss hier noch warten Ich muss hier einfach nichts machen und das Ding einfach mal in Ruhe lassen Wir gehen mal weiter Das sehen wir ja gleich ob wir gleich weiter machen können So Lieblings Star Wars Serie Ich glaube Clone Wars Was hab ich getan Ah Zwischensequenz Bisschen abgeschnitten Ich habe einen Ausgang gefunden Gut schnapp dir ein paar von diesen Kristallen und dann nichts wie raus hier Dieser Ort hier ist mir nicht geheuer Lotte San Darf ich Ihnen Admiral Faya vorstellen? Ah Admiral Faya Wie laufen unsere Experimente? Im Moment laufen sie überhaupt nicht Die Forschungseinrichtung auf K-Gym ist von ein paar Söldnern der Neuen Republik neutralisiert worden Sie haben auch einige der Kristalle entdeckt Söldner? Wer? Ihrem Schiff und der Unterhaltung zufolge, die unsere Kameras aufzeichnen konnten Glaube ich, dass es sich um die Pilotin Jen Ors und ihren Söldner Partner Kyle Katan gehandelt hat Katan, ja? Hm, dieser Rückschlag könnte sich als Antwort auf all unsere Probleme erweisen Die ollen Spanner, er hat sofort auf den Po von ihm draufgesumt Richtig gut Es tut mir leid, dass es uns nicht möglich war, mehr von dieser Übertragung zu dekodieren Das Tal der Jedi habe ich endlich abgehakt Der Rest der Galaxis sollte es auch tun Was haben die Hinterbliebenen wohl in diesem Labor getan? Unsere Wissenschaftler nehmen an, dass sie versucht haben, die Macht in lebende Objekte zu übertragen Die Kristalle, die sie da in der Hand halten, ähneln denen in einem Lichtschwert der Jedi-Ritter Ist das denn nicht unmöglich? Man kann doch Leuten die Macht nicht mit einer Maschine geben, oder? Alles, was wir über die Macht wissen, sagt uns eigentlich, dass derlei nichts weiter ist als die fiebrigen Träume von Narren und Verrückten Beste Lippensynchronisation Wer waren sie? Kolonisten von Arthus Prime Einer entlegenen Minenwelt fast außerhalb des Einflussbereiches der Neuen Republik Das ist nur gut Kristallminen Ja Kurz bevor wir die Übertragung von Kijim empfangen haben, hatten wir den Kontakt zu ihnen verloren Jetzt fürchten wir, dass die Kolonie von den Hinterbliebenen eingenommen worden ist Oder noch schlimmer Genau Ohne das volle Ausmaß der Pläne der Hinterbliebenen und die Notlage der Kolonisten zu kennen Zögert die Neue Republik, eine vollständige Befreiungsstreitmacht zu entsenden Also... Also sollen wir reinschleichen, die Situation einschätzen und wenn nötig die Flotte rufen Ja Sie wissen, dass ich mit diesem ganzen Machtzeug nichts mehr zu tun haben will Wir verdoppeln ihr gewöhnliches Honora Wir machen's Das war einfach Lieblingswaffe, Waffe E-11 Blaster Gewehr, ja Gut, die anderen Waffen habe ich auch nicht so oft genutzt, auf jeden Fall Das war Momotmar gerade eben, auf jeden Fall Würde ich sagen, es war das Battle von 2 lohnt sich Ja, kann man schon machen Momotmar hat Zahnweh Ach, deswegen redet sie, ohne sie ihren Mund zu bewegen Ich bin dabei Dieser Meteoritensturm gibt uns vollständige Denkung Alles verschleift Sie werden uns auf keinen Fall sehen Gut, die Kolonie sollte jetzt direkt vor uns liegen Ich seh mir das Ganze aus der Luft an und du gehst in die Mine Meld dich, wenn du herausfindest, was passiert Alles klar So, ich dehne mich nochmal derzeit So, bin genehmt, bin bereit Danke, Kenobi, für den Timeout So, was haben wir denn hier jetzt schon Okay, neue Missionen Wir haben jetzt gleich die erste Mission geschafft Mit etwas Mühen haben wir die erste Mission geschafft War nicht, also ich fand die war nicht gut Die erste Mission Aber jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht Ob sie die zweite vielleicht cooler gemacht haben So, schieben wir mal dran Was ich für den gestrigen Raid bedanken wollte War sehr froh Ja, gerne Gerne, gerne Ah, nächste imperiale Einrichtung hier wieder, oder was? Wir raiden doch immer gerne Ist doch schön, wenn sich die Leute freuen Dafür ist der Raid doch genau da Um anderen Leuten eine Freude zu machen So, geile Schiff, fühlst du? Ja, Schiff war ganz cool So, ein bisschen wie so eine Concorde saß aus, das Schiff So, wir haben jetzt hier gerade Episode 4 Musik Bisschen Tatooine Musik Passt hier auch sehr gut dazu Gefühlt Oder hört sich zumindest so an Achso, ah, das sind Ah, das ist der Alarm hier Okay, okay Okay, ja, das sind die Suchscheinwerfer Habe verstanden Oh, das sieht aber auch einladend aus da unten Die Grütze, die da rauskommt Ah, hier können wir sogar reingehen So, Alarm abgestellt, würde ich sagen Nein Oh, shit Man schießt auf mich So, zwei, oder? Ja, immer zwei, sie sind Oh, nee, drei sogar Meine ganze Munition schon wieder weg nach denen, ey Und der dritte hin Ah, da oben ist auch noch einer, der auf mich schießt Ne, ist ein Geschütz, was da oben auf mich schießt, okay Wo müssen wir überhaupt hin? Sind wir hier weiter? Nee Wenn, müssen wir vorne hier irgendwo rum, oder? Keine Ahnung Was ist der Haupteingang? Bei mir, glaube ich, geht gerade die Welt draußen unter Ich glaube, es gewittert gerade, oder? Ah ja Wetterbericht sagt Gewitter Ja, aber mir hört sich gerade so an, als würde die Welt untergehen Für den Witz, General Kenobi Jetzt kommen wir mal nach oben Und lest dir mal den Witz durch Dann weißt du, was ich meine Dass das höchst verdient war Dass wir sowas definitiv hier nicht haben wollen Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben Nein Oh, man Okay, aber das ist ganz gut, weil dann können wir nämlich vielleicht nochmal versuchen, hier durchzuschleichen Ich bin dabei Dieser Meteoritensturm gibt uns vollständige Denkungen Alles verschleiern Sie werden uns auf keinen Fall sehen Gut, die Kolonie sollte jetzt direkt vor uns liegen Ach, das war die Ach, das ist die Javas, äh, Javas, äh, Javas, äh, 6, Palastmusik War das stimmt? Entschuldigung, ja, du hast recht Wobei das auch Tatooine ist Aber ja, stimmt, Javas, Palastmusik, was Ja, ja, ja So Okay, probieren wir es noch mal, jetzt versuchen wir es mit schleichen. Und ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht in den Bunker rennen. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen was anderes machen als in der ersten Mission. Okay, also da vorne rumlaufen ist nicht gut, haben wir jetzt gelernt. Wer bist du? Oh, Wookie Bogenspanner. Egal wer du bist. Egal wer du bist, ein Spanner bist du offensichtlich, aber das ist jetzt wurscht. Hauptsache wir haben eine gescheite Waffe dabei hier. Ja, es ist nur ein Timeout. Ein Bann muss da auch nicht sein, aber... Also wenn es jetzt absichtlich gewesen wäre, bösartig, dann würde ich sagen... Dann würde ich schon sagen Bann, aber in dem Fall war es einfach nicht nachgedacht. Von daher würde ich mal sagen... Reicht uns erstmal der Mute, der temporäre. Wieso greift ich mich jetzt überhaupt schon wieder an eigentlich? Ich habe doch extra jetzt hier durchgeschlichen und nicht durchs Licht gelaufen. Was ist euer Problem? Wenn ich euch ran zoomen, dann kann ich... Da seid ihr. Oh, ich kann nicht mal so hoch zielen hier. Ihr seid zu hoch für mich. Okay, der Bogenwerfer macht gut Schaden. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wo ich weiter muss. Also in der Mitte kann ich auf jeden Fall nicht durchlaufen. Das ist... Ungesund. Ah, da kann man sogar mehrere Schüsse schießen hier. Wie finde ich jetzt... Wie gesagt, ich habe kein Problem mit Jaja. Ja, er nervt manchmal ein bisschen Jaja, aber ich finde ihn jetzt nicht so... Ich bin jetzt keiner von den Leuten, die sagen, Jaja macht den ganzen Film kaputt oder so. Er ist halt nervig, aber mein Gott. Er sollte lustig für Kinder sein und ich denke, den Effekt erfüllt er vielleicht auch in gewissem Maße. Ah, noch einer von euch. Geh mir weg. Ah, da hinten fahren so Dinger rüber. Ich weiß aber echt nicht, ob wir jetzt hier weiterlaufen müssen. Das ist halt auch immer so bei dem Spiel so blöd zu sehen, wo man weiter muss. Ob wir echt in der Mitte durch müssen, aber nach oben konnten wir ja nicht in der Mitte. Da ist ja vorhin alles zerschossen worden hier. Das sind die Bösen, die haben immer ein Problem, auch wenn ich ihnen keine gebe. Okay, okay. Ach so, da wo der Weg ist, kaputt ist, dann muss ich schnell sein. Ah, okay. Ich war jetzt noch nicht schnell genug für ihn. Willst du mir damit sagen, ich war nicht schnell genug? So, zum Lego-Humor passt er perfekt rein. Ja, wie gesagt, also in Episode 1 ist das schon ein bisschen anstrengend, Jaja, aber es geht schon. Wolf you play, danke für den Raid. Danke für den Raid. Wunderschönen guten Abend. Ich kann halt nicht schnell laufen, oder? Ich kann doch nur... Das ist doch das Schnellste, was ich laufen kann hier. Das ist doch das Schnellste, was ich laufen kann, oder nicht? So. Hä? Oder gibt es irgendwie eine Renntaste? Shift ist es nicht, normalerweise ist das Schiff immer rennen. Rennen, 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 rennen. Steht euch auch nichts dabei. Schnellfeuer, Gewehr 6. Bewegung. Hä? Normalerweise rennen hier bei dem Spiel. Gibt es überhaupt eine Renntaste? Alter, da draußen klingt es echt, als würde die Welt untergehen bei mir hier. Ah, das sind diese komischen Besuchsscheinwerfer. Die sind jetzt aus, weil ich jetzt hier... Ah. Weil ich jetzt hier bin. Du hast ja ein neues Set bestellt. Ich auch. Ich habe mal den... Den Landspeeder habe ich mir bestellt von Luke. Was für ein Set hast du dir bestellt? Jetzt sehen sie mich nicht, wenn ich von da komme. Ne. Ne. So geht das definitiv nicht hier. Springen bringt da auch nichts. Ja, springen. Ich probiere es nochmal mit springen, aber... Wir sind ja auch nicht schneller, wenn wir springen. Ich glaube eher, dass wir da rüber müssen, wo diese komischen Fahrzeuge an der Seite drüben sind. Wo wir auch den... Wobei, das war glaube ich extra wieder so ein Sonderbereich, oder? Wo wir den... Den Bowcaster-Typen gefunden haben da an der Seite hier. Dass man hier so rüberfahren kann irgendwie. Dann müsste man halt hier irgendwie entlang klettern. Und das ist definitiv auch nicht möglich. Hm. So, jetzt will ich aber trotzdem wissen, was ich für ein Lego-Modell bestellt habe. Mir geht es gut so weit. Mir geht es gut so weit. Aber da drüben kann man auch rein. Wenn man dann kommt, nur nicht hier rein. Aber das ist der einzige Weg, den ich momentan sehe. Das ist das Problem. Alter, da draußen ist sowas... Das härteste Sommergewitter ever ist da gerade, übrigens gerade gefühlt draußen in München. Ne, da komme ich nicht rüber. Da komme ich nicht rüber. Da komme ich nicht rüber. Mal hier noch irgendwo rein. Von unten versuchen, hier rum zu gehen. Aber da kommen wir auch bloß hier unten wieder raus. Die blöden Geschütze sehen mich auch schon wieder von oben irgendwo. Ja, genau. Schieß halt durch. Durch die Wände durch. Komisches Geschütz. Genau. Sonst noch Wünsche. Hier schön draußen. Bei dir sei froh. Asap. Hallo. Das Republic Gunship hast du hier geholt. Ultimate Collective Series. Ja, das gibt es momentan das Ultimate Collective Series. Oder? Das ist schon ganz cool, das Gunship. Ja, doch. Das ist ganz cool. Aber ich habe nochmal geguckt, ob es auch noch da ist. Aber ja, es ist noch da. Okay. Was müssen wir hier tun? Was ist unsere Aufgabe? Zerstörung der Mineoperationen. Mineneinrichtungen infiltrieren. Ah. 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 Oh, du schießt gar nicht auf mich. Ich habe mich kaputt gemacht gehabt, oder? Also runter können wir auf jeden Fall nicht. Da sterben wir direkt. Okay. Da können wir lustige Sachen zum Explodieren bringen. Hier kann ich nie noch irgendwas ausmachen oder so. Ah. Ah. Ich freue mich jetzt schon, das schöne Ding aufzubauen. Kann ich verstehen. Ganz cool. Das Gunship ist ganz cool. Definitiv. Definitiv. Dann müssen wir auch vorne rumgehen hier. Ah. Hier können wir rum. Das ist der Weg. Ah. Das ist der Weg. Wir haben es gefunden. Man muss vorne rumgehen. Man muss erst einmal vorne rum und dann muss man wieder nach hinten gehen über die hinteren Rohre springen. So. Weil. Seht ihr? Weil es bricht nämlich jetzt nur bis hier hin ab. Dann kann man nämlich von hier aus dann da hoch springen. Jetzt muss man gucken, welche Seite zuerst abbricht. Au. Lass mich in Ruhe da oben. Au. So. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Seite abbricht. Ob hier wieder abbricht oder. Oh. Hier bricht überall ab. Okay. 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 Aber wir schaffen es hier hoch. Jawohl. Direkt speichern. Und weiter geht's. Okay. Man muss ja echt immer ein bisschen denken hier im Level wie man. Oh shit. Wie man hier vorankommt. Warum haue ich eigentlich so eine Kack für Waffen am Anfang? Warum komme ich nicht mit fünf Waffen hier rein marschiert? Wie war das? Wir sollen versuchen zu schleichen? Wohl auch ein Witz. Der größte Witz hier, dass wir versuchen sollen zu schleichen. Kann bei dieser Mission nicht schleichen. Geh weg. Schleich dich. Um waren auf jeden Fall noch welche. Mindestens einer. Einen sehe ich noch rechts an der Seite. Ist hier gerade mal durch in die Mission zu holen. Fahr hoch, fahr hoch, fahr hoch. Hier war noch einer, oder? Habe ich alle. Alles klar. Immer hier alle zu. Imperiale Zugangskarte haben wir. Ein bisschen erinnert es an. Ein bisschen erinnert es an Episode 3 hier, oder? Finde ich. So an Musterfahr irgendwie mit diesen Minen. Also wenn das jetzt hier unten Lava wäre, würde ich sagen, würde sich voll nach Musterfahr anfühlen, oder? Was meint ihr? Ich finde, das fühlt sich nach Muster fahren. So, irgendwas aktivieren können wir nicht. Wir müssen einfach nur weiter in die Einrichtung reingehen. Vorher sollten wir uns auch noch ein bisschen Vorräte hier mitnehmen. Am besten hier oben auch noch die Waffen mitnehmen. Ah. Hä? Die natürlich wollen, dass das Spiel durchdacht ist. Oh, Leute. Bisschen Schildenergie ist da. Cheat alle Waffen, ja genau. Ja, bis jetzt geht's, ja? Ich müsste dann eine Figur von den Jata schicken. Er mag ihn ja so. Nee, nee. Ich muss ihn dem Evox schicken. Evox hast du noch viel mehr. Evox hast du noch viel mehr, der Lenn. Evox kann der Lenn gar nicht abhaben. Evox mag er gar nicht. Entdeckung. Aber hier sind die, hier sind die wichtigeren Leute, die haben... Nein, 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 nein. Oh, shit. Warum machst du das an? Warum tust du sowas? Warum holst du Verstärkung? Ah, springen hoch. So. Imperiale Versorgungskarte haben wir bekommen. Schon wieder. Sehr gut. Können wir gut gebrauchen. Sag mal, wie? Weil wir ja oft wieder noch daneben schießen. Ja, Munition verbraucht. Habe ich gerade gesagt, ich habe genug Munition. Aber hier ist wieder Munition. Sag mal, die haben hier volle Waffen stehen und da sind 15 Munition drin. Für was für eine Notfälle wollen denn sie gewappnet sein, wenn hier nur 15 Schuss in jeder Waffe drin sind? Gibt es doch nicht hier. E-Wuchs sind einfach nur nervig. Also ich habe nichts gegen E-Wuchs. Ich finde sie jetzt auch nicht so... Also sie sind schon ein bisschen süß, aber ich weiß, ich finde sie auch immer so ein bisschen... Weiß nicht. Gerade so, wenn sie irgendwelche Leute essen wollen oder opfern wollen oder so. Ich weiß nicht. Das hat schon viel Süßigkeitspotenzial verbaut, finde ich. Das ist ein sehr realistisches Sturmgewehr. Das Sturmtruppengewehr, ja. So, wie lange mache ich heute noch mal? Bis um 8. Ja, nicht mehr lange. Jetzt bin ich gerade weitergekommen. Jetzt bin ich wieder motiviert. Das ist das Problem an dem Spiel. Wenn man nicht weiterkommt, dann kackt es einfach nur an. Aber wenn man dann irgendwie checkt, wie der Weg weitergeht, dann werden wir trotzdem nochmal weiterspielen. Das ist das Problem an dem Spiel. Das ist auch der Vorteil, wenn ich um 18 Uhr anfangen zu streamen, dann bin ich noch eher motiviert bis 19 Uhr streamen. Wenn ich um 19 Uhr anfange, bin ich eher weniger motiviert, noch bis um 10 Uhr streamen. Wie lange soll der Aufzugfahrt gehen hier? Wahrscheinlich warten unten gleich wieder Gegner. Bei Rätselspielen. Ach, geh mal weg mit Rätselspielen. Geh mal einfach... Joey, geh einfach weg mit Rätselspielen. Nein. Oh shit, das war so klar. Es war so... Ja, genau. Wie viele Gegner? Ja. Einmal alle Gegner. Wir können mal den Dings ausprobieren. Den Bowcaster von den Wookiees. Ob der auch was kann. Oh ja, doch, der... Der ballert auch ganz gut hier rein. Kann sogar drei Schüsse auf einmal schießen. Oh, der ist auch gut, wenn er drei Schüsse auf einmal schießt. Da kann man sogar zwei Gegner auf einmal mit einem Schuss killen oder so. Oh nice. Ein Schuss und die sind weg. Oh, der Bowcaster... Ah. Es gibt eine Munition für alle Waffen? Wer hat sich denn das ausgedacht? Es gibt eine Munitionsart für alle Waffen. Der Bowcaster schießt mit derselben Munition... Wie die Pistole... Wie die Gewehre. Alles klar. Ja, ist klar. Okay. Gut. Da nehmen wir den Bowcaster. Weil der macht deutlich mehr Schaden als die anderen Sachen. Das ist... Also nur eine Munitionsart. Also das finde ich ja selbst nicht dämlich. Was ist sonst das Spiel so komisch und da... Also... Was ist denn da noch einer? Da ist noch einer hier. Das hat geil. Siehst du, direkt weggehauen und... Ja, okay. Hat mich jetzt 40 Munitionen oder so gekostet. Vielleicht doch. Vielleicht doch nicht ganz so gut die Waffe. Vielleicht nehme ich doch wieder die normale. Alter, ich... Da draußen, ey. Das donnert so hart. Das hört ihr nicht bei mir, aber... Ich höre es. So. Das ist das Süßeste mit dem Essen. Ach so, bei den Evox. Alles klar. So. Wir fragen sich, ob die Evox uns auch süß finden. Eher sauer oder salzig. Weiß es nicht. Ich möchte es auch nicht rausfinden. Hier ist Johnny. Du hast drüber nachgedacht. Gut, Tomcat. Gut, dass du drüber nachgedacht hast. Solche Witze sind nicht lustig. Punkt. Oh, ich glaube, es ist mittlerweile... Mittlerweile regnet es krass draußen. Ja, mittlerweile regnet es krass draußen. So. Hier, glaube ich, müssen wir weiter. Was sind wir hier reingekommen? Nee, hier sind wir hier reingekommen. Sag mal! Jetzt kommen hier Gegner runter, oder? Safe. Safe. Da kommt jetzt... Ja, natürlich kommt der Gegner runter. Ich wusste es. Ich wusste, dass der Gegner runterkommt. Ich wusste es so sehr. Da wäre der Wookie Blaster, glaube ich, gut gewesen gerade. So, eine Munition hergeben. Bitte, danke. Aber die Mission jetzt hier drin ist es zumindest ein bisschen besser, weil man nicht dauernd irgendwie komischen Codes oder sowas braucht. Das macht die Mission tatsächlich deutlich besser als die letzte bis jetzt. Auch wenn der Anfang etwas nervig war. Wofür ist das hier? Aussicht genießen. Und dann müssen wir tatsächlich auf die andere Seite nach irgendwo rüber. Ah, da müssen wir rüber. Das ist nur eine Kamera. Die haben uns hier die ganze Zeit im Platz. Was denn am Tag ist ruiniert? War es schon wieder? Oh, es ist schon wieder Johnny. War es schon wieder? Da sieht uns nicht. Da sieht uns nicht. Er hat uns gerade gesehen, aber da war es schon zu spät für ihn. Oh! Ich bin nicht da. Es gibt Kontrollpunkte bei diesem Spiel, dass ich das noch erleben darf. So, da legst du nieder. Ah, Schildenergie. Energie. Erstmal die Schildenergie gönnen. Deine McDonalds hat deine Bestellung verkackt. Oh, das tut mir aber leid. Die wollten bloß, dass du was Gesundes isst. Was hast du denn bestellt gehabt? Warum können wir uns da einfach irgendwelche random Sachen anschauen? Okay. Was wollte der Johnny denn essen heute? Bei McDonalds. Ah, schade. Explodiert nicht. Schade. Okay. Wir sind da quasi auf der einen Seite, die wir vorhin auch schon gesehen haben. Könnten wir jetzt runterspringen? Wäre vermutlich nicht ganz so gut. Ah, da vorne kann man auch mal rein auf der anderen Seite. Und dann können wir wahrscheinlich oben auf das Ding drauf... Ne, da kann man nicht rüber, oder? Es ist schon wieder so dunkel hier, dass ich wenig sehe. Aber ich glaube, da kann man nicht rüber, oder? Ne. Ich glaube, da müssen wir innen irgendwo weiter. Ne. Ne, ne. Da gucken wir mal innen lieber, was es da noch gibt. Ah, hier fährt das Ding rein. Gong-Troider, Gong-Troider. Kann man, glaube ich, auch irgendwie Energie bekommen von den Gong-Troider. Ich weiß nicht genau wie, aber... Ah, der ist wahrscheinlich schon leer, oder hat keinen Bock auf mich. So. Alles außer die Chicken Wings hast du bekommen. Oh, keine Chicken Wings. Ah, das ist bitter. Chicken Wings. Chicken Wings ist schon geil. Ah, Chicken Wings. Achso, ne. Ich bin eher Chicken Nuggets-Fan, muss ich sagen. Ah, da können wir wahrscheinlich weiter. Ah, und das ist der Raum, wo wir von... Alter, was ist das für ein Gewitter? Also, wenn ich plötzlich weg bin, dann hat mein Haus einen Stromschlag abbekommen. Ah, da müssen wir mit dem Ding wahrscheinlich irgendwie... Oder können wir auf das Ding drauf? Ne, wir müssen versuchen, mit dem Ding irgendwie da durchzukommen, glaube ich. Nimm mich mit. Ah, Lebensenergie. Was? Was? Warum? Warum? Warum bin ich jetzt schon wieder gestorben? Wofür war der denn? Hä? Warum? Warum? Okay. Anschein... Sag mal, ich möchte die bitte haben hier. Aber bitte mit Sahne. Also... Ich brauche hier voll Lebensenergie. So, jetzt haben wir... Aber jetzt müssen wir ein bisschen mehr Lebensenergie hier. Hmm... Also anscheinend müssen wir doch nicht durch das Ding... Wo bin ich denn jetzt hier? War ich hier vorhin schon mal? Okay, diese Karte ist zu groß. Ah, hier bin ich. Ah, jetzt weiß ich zumindest wieder, wo ich bin. Das ist schon mal gut. So, glaube ich, es kommt noch ein Jurassic World-Spiel. Nachdem der letzte Film draußen ist. Du meinst von Lego? Ich könnte es mir vorstellen, dass ich noch mal eins machen, ja. Ich weiß es... Ich weiß es nicht, wie sich das letzte verkauft hat. Oh, neue Art von Gegnern. Scheine hier die Minearbeiter zu sein. Dieses, dass sie keine Munition haben, oder? Weil die nur so kleine Blaster haben. Hä? Der Bockhast hat auch eine eigene Munition? Der Bockhast hat auch eine eigene Munitionsart, okay. Na gut, ich soll mir recht sein. So. Ein bisschen hier nochmal Lebensenergie auftanken hier. Der Typ stirbt übertrieben. Was schreit der so? Ich weiß jetzt nicht, wie ruhig du sterben würdest. Also. Ich glaube, wenn man plötzlich starke Schmerzen verspürt, da würden die meisten Menschen vermutlich schreien. Und ich glaube, so ein Bowcaster tut eventuell etwas weh. Kannst du mir auf jeden Fall die Tron-Spiele empfehlen, okay. Also nochmal zur Jurassic World. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht nochmal ein Spiel machen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das letzte Jurassic World-Lego-Spiel verkauft hat. Also wenn sich das gut verkauft hat, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Da sind wir von hochgefahren. Da kamen uns die Gegner entgegen. Wir gucken mal nach hier vorne. Da waren wir noch nicht, glaube ich. Da waren wir auch schon. Wo waren wir noch nicht? Also wir könnten rausgehen, aber rausgehen bringt uns ja ein. Hier können wir die komische Räume anschauen, wo keiner... Oh! Oh shit! Denenraum hätten wir nicht reinschauen sollen. Da haben wir ihr schmutziges Geheimnis erraten hier. Eieieiei. Manche Räume sollte man nicht öffnen. Oh 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 gerade ein ding am boden warum hat das nicht eingesammelt warum hat das ding am boden nicht eingesammelt einmal mit profis da hinten sind sogar noch mehr dinge noch mehr lebensenergie dinge die holen wir uns gleich hier sagt auch immer so schön okay passt okay das waren die die kamen da alle raus warum hast du das nicht eingesammelt das ein hier kann ich die einsetzen die dinger ich will wissen wie ich die einsetzen kann diese grünen oder ich kann drauf schießen ist das irgendwie giftiger keine ahnung erst mal stehen von bakter ja das muss schon sein der gute bakter stöhner man kennt ihn was weiß ich wollte mich gut das spiel gewalt evolution oder lego was von beiden so schlecht haben die gar nicht geschlossen gar nicht getroffen die sturmtruppler ein bisschen was aber klar ich bin natürlich mitten durchgelaufen also die ki trifft nicht besonders gut hier in dem spiel das muss man schon lassen ach das war die andere seite jetzt habe ich quasi auf beiden seiten da mir das bakter gegönnen verstehe so wir nehmen müssen noch ein bisschen munition mit haben mittlerweile 112 warum kann ich das ding nicht einsammeln verstehe es nicht das lego spiel okay das lego spiel naja wie gesagt vielleicht vielleicht machen sie noch mal eins wenn man sich hier weiter reingehen sollen aber die anzahl an die anzahl an aber würde darauf schließen lassen dass wir da reingehen sollen ich will mal wieder ein bisschen da was palastmusik mögen sie echt gerne hier anscheinend das hat nämlich hier durchgehen geführt da was palastradio hier irgendwie müssen die mine reinkommen ja ich würde sagen hier kommen die mine rein oder ich würde sagen wobei ich bin nicht so sicher ob ich da reingehen will ja nur ist nur von war glaube ich nicht die richtige weg wir haben es probiert wir haben es probiert warum kann ich die dinge nicht einsammeln das nervt mich ich will die einsammeln ich glaube wir müssen irgendwie ein fahrzeug hinbekommen oder dass wir mit dem fahren können dann müssen wir doch irgendwas mit diesen panels hier anstellen in dem raum haben wir jetzt alles gemacht nachdem wir die kameras durchgeschaut haben wir sogar noch die da ist irgendwie eine tür die hier noch auf die immer anvisiert ist was für eine tür hier kommen wir bloß wieder in den anfangsraum rein das bringt uns aber nichts der anfangsraum hier warten für einen wagen kommt dann wagen wie kann ich das kann ich es wagen da kann ich doch ewig warten bis da mal ein wagen kommt oder das muss man doch bestimmt irgendwas aktivieren oder so dass da der wagen fährt nehme ich mal an ich spiele gerade auf dem pc das spiel gibt es aber auch auf der switch und auf der ps5 oder ps4 wenn du darauf spielen möchtest der back der inhalieren muss immer sein hier back dadurch atmen durch starten ja so ist das motto auf jeden fall von fünf seiten haben sie von auf mich geschossen und treffen sich gegenseitig eher als mich ja sturmtruppen halt so ein bisschen sich nicht den kopf anhauen ich kann auch gerne dann die schwer irgendwo hinten rein schießen aber das bringt wenig die schalter im raum ist das der schatten die flüssige schütze hier nehmen ich wenn er nicht gesagt der schalter muss im anderen raum sein wenn er nicht gesagt der schalter ist in dem raum irgendwo versteckt hier ne 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 ist kein schalter aber aber alles untersucht hier Ich glaube ich bin doch auf dem richtigen weg Haben wir hier nicht schon Waren wir auch schon mal haben wir plötzlich wieder gegner Und da waren wir da noch nicht Waren wir da schon doch da waren wir auch schon oder Ja das ist der raum auf jeden fall Da schwebt das ding darüber aber vorne da waren wir anscheinend auch noch nicht hier Offensichtlich ne hier war ich schon die kiste ist offen Hier fliegen die dinge entlang Irgendwie müssen wir es noch schaffen mit dem ding mal mitzufahren irgendwie müssen wir es schaffen hier Steg entlang in schwarze geht nicht kann da nicht entlang laufen da sterbe ich wenn ich das tue Oder meinst du am steg war noch irgendwo der schalter Das können wir natürlich noch mal gucken ob am steg selber ein schalter ist das können wir natürlich noch mal gucken Ich habe vorhin schon versucht auf so ein ding zu springen die sind zu hoch gewesen Eigentlich müsste doch hier so ein schalter sein oder an so einem ding hier da erwarte ich einen schalter normalerweise Da will ich drücken und dann will soll das ding herfahren Beim besten wellen also in dem raum hier ist vieles aber eines nicht und zwar ein schalter also entscheidet in dem raum hier definitiv Ich würde sagen das können wir ausschließen also ich würde sagen hier können wir ausstehen dass ein schalter drinnen ist Ne 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 grüne grüne grütze springen Ja Was man für seine zuschauer nicht alles tut für den könig Hey wir sind immer noch kurz baden gegangen ich dachte ganz kurz er taucht ich dachte ganz kurz er wenn ich tot und würde tauchen ganz kurz Ja falsch gedacht Irgendwie muss ich das band vielleicht auch abschalten einfach sich bald meister alles nur Alles nur eine waldmeisterbowle da unten drinnen und er hat gerade eine alkoholvergiftung bekommen Genau das war der tod gerade eben genau das war der tod gerade eben Da ist zu Da ist auch zu So freut mich freut mich freut mich Dass ich mich dass ich dich mit meinen videos gut unterhalten konnte das freut mich Was mich nicht so freut ist dass ich nicht check was ich hier tun muss kann auch mal mit dem aufzug fahren Kommt schon noch mal tolle gegner paar neue gegner runter Gönnung gönnung ein zweiter kann auch abonniert sehr gut So hast du gedacht das funktioniert der versuch war es ja wert Daher kommen gar keine gegner enttäuschend Hier bin ich nur runtergefahren von vorhin oder hier bin ich hergekommen Wobei da gibt es mehrere etagen da gibt es noch eine zwischenetage da vielleicht müssen wir diese zwischenetage rein Wir gehen da mal Wie viele sachen kann man hier sterben auf wie viele aber arten kann man in diesem spiel sterben Ihr habt gerade eine sehr neue und sehr kreative gefunden auf jeden fall Das war ein schöner Tod der hat mir gefallen Ah Was war tief So wir probieren jetzt noch mal Wo kommen wir denn da raus auf diese halben höhe Wir probieren es mal So wie stehe ich zu horror Weiß nicht ich finde horror irgendwie es ist einfach nicht meins ich ich brauche das nicht Mich da gruseln oder so Also ich bin jetzt auch nicht so mega mega irgendwie dass ich da keine ahnung also ich weiß nicht es gibt es gibt mir einfach nichts horror dass wir rätsel spiele es ist Ich muss meine zeit nicht damit verbringen angst zu haben Das leben ist erschreckend genug So ich muss auf jeden fall in deckung gehen weil ich da sonst nicht reinkomme Dann darf ich mich nicht wieder davon treffen lassen das ist echt eine ganz kurze zeit wo man hier nur durchkommt Okay wir sind durch Ich weiß wir sind durch Ah toll da gibt es nur gerade oh wir haben versteckt gefunden ja schade ist trotzdem nicht der nicht der weg gewesen den wir eigentlich brauchten aber hey wir haben versteckt gefunden So einmal aufzug wiederholen hier wie gesagt ich schaue auch keine horrorfilme an weil Fühle ich einfach nicht Er tot war das also der tot war schon der aufzug tot der war schon das muss man erst mal schaffen So ich glaube ja sterbe simulator 2 Kommt zwar sterben sind wir lauter 22 so schlimm ist es noch nicht das spiel hier also da war schon da war schon schlimmere Schlimmere spiele gehabt wo wir öfters gestorben sind Deutlich öfters Den neuen doctor strange film Muss ich sagen also vom trailer her muss ich jetzt sagen Habe ich jetzt nicht so gefühlt also ich werde mir anschauen wenn er mal auf disney plus läuft das auf jeden fall aber glaube also für kino interessiert er mich tatsächlich nicht nicht Groß genug muss ich sagen der soll horror sein okay Noch ein grund mehr näher so wie gesagt das Müssen wir hier tun Sex halt nicht weiß nicht wo wir weiter müssen Ich bin ich bin wieder an dem punkt angekommen wo wo ich wieder Das spiel fühle König tasmann Danke für's wohnen Wunderschönen Guten Abend Super mal ja Ja Moonlight ist auch horrormäßiger Das hat mich auch total gewundert ich mag ja weder horror noch thriller eigentlich und Moonlight ist ja genau beides Mit mystery noch dabei ich habe auch den trailer von Moonlight gesehen gehabt und dachte mir so nee Ist nicht meine serie Und jetzt zum schluss hin ich weiß nicht sie dreht jetzt auch langsam schon wieder so eine richtung die ich jetzt nicht mehr ganz so geil finde bei Moonlight Die serie aber grundsätzlich ist sie schon schon ziemlich cool tatsächlich positiv überrascht worden Skeleton Skeleton Danke fürs Followern Oder grüß gott um deine worte mit deinen worten zu sprechen kommt ja nicht mal aus bayern Spider-man no way home fand ich super Der hat mich gut unterhalten der hat mich gut unterhalten das nur die erste folge gesehen von Moonlight Ja ne also Moonlight fand ich schon ganz Der morgen wieder in der folge werde ich mich auf jeden fall anschauen Sag mal was ist das hier für ein schmutz So musste mal sein Ich weiß Munition sollte ich nicht so verschwenden wir haben nicht so viel In der Mitte ist eine Konsole ja das ist richtig Und in der Konsole in der Mitte kann ich hier genau Gar nix machen da kann ich mir nämlich die 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 Wege hier anschauen Also ich kann hier kann ja auch nicht hier rum schauen oder so also bei der bei der Konsole hier kann ich nichts mehr machen Es sei denn du meinst noch eine andere Konsole hier aber eine andere Konsole ist ja nicht mehr zumindest keine andere die ich noch aktivieren kann Spider-man Homeless ist der nächste Film Bezweifle es Auf die Konsole schießen das hilft immer genau auf die Konsole schießen hilft immer Du dachtest es wärst die Du immer immer gerne wenn du irgendwas siehst im Spiel hier was mir weiterhelfen könnte immer gerne sagen Vielleicht habe ich es ja übersehen von daher immer gerne raus mit den Tipps Der echte Konomi ist da ja dann hello there you're a bold one Äh Können wir hier nochmal drauf ballern Ha Ah ich hab was gefunden Hä den haben wir doch schonmal erschossen oder nicht Haben wir dich nicht vorhin schonmal erschossen Den haben wir doch vorhin schonmal Ne hier waren wir noch nicht oder Das ist neu Ne doch 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 Ist das neu Ne das ist die Seite wo wir vorhin schonmal Vor Ewigkeit Hä Wollen wir da jetzt wieder neue Gegner plötzlich Wann haben wir den übersehen Bin verwirrt Hello there General Kenobi Das grün ist nur optische Täuschung Ja ja Jetzt falle ich aber nicht mehr rein Drauf Ah ok Ja man kann man ein bisschen Naja frische Luft können wir hier wahrscheinlich nicht schnappen Aber Luft können wir schnappen Nach Luft können wir vielleicht schnappen Was bringt es hier rein zu schauen Das ist so sinnlos Warum ist da eine Kamera drin Warum Ja die fahren da rein die Dinger Schön Es gibt überhaupt kein Grund da rein zu schauen Irgendwie müssen wir doch vielleicht mit so einem Ding fahren So Vielleicht können wir die Liederbanne wo ich Schaden bekomme Nur kurz springen und dann halt immer springen Ne Ne Da war ich zu schnell tot vorhin Da bin ich mir ziemlich sicher Dass das nicht funktioniert Da war ich vorhin nämlich sehr 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 schnell tot Also ich darf vorhin rein bin Ah das Ding bleibt aber noch länger offen Nachdem das Ding durchgefahren ist Ich glaube wir probieren das mal Oder wir gehen mal da unten rein Oh nein ich komme nicht mehr raus Nein ich komme hier nicht mehr raus Ich will wieder raus Lass mich wieder raus Wenn ich hier gerade gespeichert hatte Okay der ekel ist definitiv hier drin Okay wir lassen mal das Ding vorbeifliegen Und dann versuchen wir ja durch das Ding hier durchzuspringen Hinter dem Teil hinterher dann Probieren wir das jetzt mal So wait for it wait for it Das ist also das wenn ein Griff dran ist Wo an dem Ding Auf und bin ich gestorben wo ich dran war Ich weiß nicht Ich glaube oben drauf Da müssen wir auch echt noch mal eine Etage höher Und dann irgendwie drauf springen auf die Dinger Ich weiß es nicht Aua Aua warum sterbe ich schon wieder Ach die macht den Raum hier drin Irgendwie Tun die irgendwie Tun die irgendwie Keine Ahnung Das Zeug desinfizieren oder sowas Und den Weg gefunden Ne den Weg habe ich nicht gefunden Das ist nicht der Weg hier Wir gehen hier wieder zurück Das ist mir Das überlebt man hier nicht Wenn man hier drinnen steht Wegen der Hitze Ja genau Das ist too hot to handle hier leider für uns Weil wir müssen kurz warten Bis die ihre Hitze wieder ausgemacht haben Und rennen dann hinterher Wenn die Hitze wieder weg ist Ah ne Ach dann geht es den komplett zu Wobei Der geht ja dann wieder auf oder Nach dem desinfizieren durch Ja genau So Ne die Clipvideos gibt es nicht mehr Weil die nicht angeschaut wurden auf YouTube Deswegen gibt es die nicht mehr Schnell hinterher Schnell hinterher Schnell hinterher Neiiiiin Okay Das Loch ist nicht die Lösung Okay Na ja Wir haben es probiert Wir haben es probiert Das ist das was zählt Corona schnelltests Was für die Crystal Genau Na ja dann fährt Dann fährt er hier weiter Dann fährt er hier drüber Dann fährt er da drüber Und dann ist er weg Hohe Temperaturen töten alle Keime ab Das war der Plan So Servus Warum müssen wir hin zur Hölle Einfach mal wild Da oben kann man irgendwie Da kann man irgendwie drauf springen Auf die Dinger da oben glaube ich Müsste nur irgendwie Den Weg nach da oben finden Müsste irgendwo noch Der Weg nach da oben sein Wenn ich jetzt links abbiege hier Ja Hier war ich schon mal Aber du gehst auch nicht Okay Dann schreibt doch nicht einfach Buy in chat Bei buy gehe ich davon aus Dass du was kaufen willst Oder dass du gehen willst So wie heißt die Stelle der Mission Dann kannst du mal googeln Ja Das fliegende Teil springen Wenn es reinkommt Ja dann bin ich aber Werde ich geröstet Sobald das Ding an ist Das bringt nichts da drauf zu springen Wenn das reinkommt Versuchen hier hoch zu kommen Ich muss irgendwie Irgendwie in diesen Raum Da oben muss ich es irgendwie reinschaffen In den Raum da oben muss ich es irgendwie reinschaffen Da muss irgendwie ein Weg sein Und dann kann ich mich auf die Dinger drauf springen Äh Nein How about no Wobei das würde auch nichts bringen Weil dann würde ich bloß darüber nicht weiterkommen Dann würde ich Weil die werden nämlich hier nochmal gescannt Da würde ich dann auch nicht drüber kommen Ne das bringt auch nichts Nehmen wir es zurück Bringt auch nichts Ne ne du musst Nein 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 Nach Kanto Bight möchte Ah er möchte nach Kanto Bight Ja das Das ergibt Sinn auf jeden Fall Äh Können wir hier irgendwas einstellen oder so Die Hitze ein bisschen runter drehen Aber wie gesagt Die Dinger fahren eh noch weiter Von daher Würde das nichts bringen hier Kann man sich das nochmal In Ruhe von allen Seiten hier anschauen Servus Tomcat Muss mal aufpassen wo ich hinlaufe Ja Ja ich hab die Ich hab die Zu weit oben gehabt Mein Warum geht das da unten immer raus Kann man da unten drauf springen Wenn das Ding da unten raus geht Ich hab meinen Kopf einfach nach oben gehabt Und hab in die In die Wolken geschaut quasi Das war ein Fehler glaube ich Da ist doch gerade das Ding in der Mitte So gerade für mal rausgefahren Habe ich doch genau gesehen Da Genau da können wir nämlich drauf springen Auf das Ding Da springen wir drauf auf das Ding Und dann springen wir nicht von oben runter Da springen wir von oben drauf Und dann springen wir auf das Ding runter Wo war das hier war das glaube ich oder War das hier unter uns Ja genau das war hier unter uns Ah Gott ich sehe schon wieder sterben Ja genau hier war das nämlich Ja 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 genau hier ist das Und dann springen wir nicht drauf Dann fährt es wieder rein Und wir sind unten drin Prima plan Prima plan Wird funktionieren 6 Wird funktionieren Trauer hat die Kamera gelesen Trauer weiß was er tun muss Da kommt nämlich das Ding jetzt raus hier Der Rüssel kommt raus hier Und der Rüssel ist draußen Und Traubo ist gleich drinnen hier Beim Rüssel Werd er sehen Werd er sehen So und jetzt geht Traubo in den Rüssel rein Und dann schleicht hier Traubo ganz schnell durch Das darf nur nicht gleich wieder das Zeug da kommen Ich muss glaube ich Ah 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 Traubo der Rüssel hat es geschafft Ja toll und was mache ich jetzt hier drinnen Jetzt bin ich unter dem Ding Ja super Ah vielleicht kann ich die Hitze damit kaputt abschalten Ah ich glaube da kann ich die Hitze Dinge abschalten Oder warte mal Warte mal das Ding jetzt wahrscheinlich gleich wieder an Jetzt kommt das gleich da Oh 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 Jetzt kommt gleich die Hitze Ja jetzt kommt gleich die Hitze Ah Natürlich kommt jetzt die Hitze Okay aber das ist der Weg Das ist der Weg Wir müssen unten rein müssen das Hitze Ding irgendwie ausschalten Und dann äh Auf das Ding Und dann Ach keine Ahnung Wir probieren es einfach mal Aber wir können auf jeden Fall darunter Es hat irgendeinen Sinn dass wir darunter können Ich glaube hier unten drin So Decken 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 So Einmal darunter bitteschön So und dann einmal hier durch Reaktor schießen Immer dasselbe in Star Wars Ja Da sind sie nicht so kreativ Okay ich habe alle kaputt gemacht Ich hoffe jetzt Ich hoffe jetzt Ah das Ding Da muss ich natürlich auch noch kaputt machen Okay das Ding habe in der Mitte Ist glaube ich kaputt oder Ich glaube ich habe es kaputt gemacht Wenn nicht wenn wir gleich geröstet Wenn ich sehen was funktioniert hat Ja wir wurden nicht geröstet Ah Also komme ich auch wieder nach oben Das ist quasi ein Aufzug hier Das ist quasi ein Aufzug Leute Wir haben Aufzug gefunden So Okay Ne wir fahren jetzt nach oben hier Das ist aber echt fies Wie fies die Sachen hier versteckt sind Äh warte mal Wenn das Ding nach oben fährt Und ich da genau da stehe Das ist keine gute Idee oder Oh 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 Ne jetzt Was Was wie bin ich da jetzt rausgegangen Egal Aber jetzt sind wir zumindest hier drin Okay Jetzt springen wir einfach um Nein Nehme ich mit Nein Nehme ich mit Oh Ja Wie hoffe ich habe ich dem Spiel schon gespeichert Ja Aber irgendwie kommen wir da drauf Ich weiß es Irgendwie kommen wir da drauf Aber trotzdem Da kommt noch mal so blauer laser Irgendwann Nachdem müssen wir irgendwie auch noch ausschalten Was mache ich ja sterben Hast noch gesehen Von optik So Was Vorall verschenkt Dann alle nächsten drei sekunden Abos Die in den chat schreiben Noch kein sum Oh Da das mal ein angebot Würde ich sagen Ja und jetzt Komm jetzt irgendwie da rein Hä Komm ich da rein Ne ich komme Wir kommen da nicht rein Hä Komm ich da rein Oder komm ich da nicht rein Was ist denn los Äh Hä Hä Okay Ich muss Beim nächsten fahren wir auf jeden Fall Wieder nach oben Und gucken Dass wir von der Seite irgendwie rein springen können Okay Let's go Na ja hoch Hoch mit dir Nein Ach Da laden wir halt nochmal hier Mann So was lässt du dich nicht ködern Beim Brahe Kannst du dich mit sowas ködern lassen Beim Brahe funktioniert sowas So Außerdem hast du ja reingeschrieben Also hat es ja funktioniert bei dir So Erstmal abo löschen Ich kann ja eure abos nicht löschen Nicht möglich Dann müsst ihr den Twitch sofort anschauen Warte mal Wenn wir hier drauf sind Lass mich raus Lass mich raus hier Wenn wir von der Seite hier rüber springen Dann müsste das doch Gehen Theoretisch Können wir den Gongturin dann in die Mitte schieben Und dann auf den Gongturin springen Oder so Oder wir springen von oben drauf Okay passt So Leute Let's go Wenn das nicht funktioniert Weiß ich auch nicht weiter Der Brahe Hat hier ein Geschenk Draboma und Smile verschenkt Viel Spaß damit Und vielen Dank an den Brahe Nur 5000 Jahren Das ist jetzt ein Rätsel Also das Spiel hat schon harte Rätselanteile oder? Ich finde schon Dass das hier harte Rätselanteile hat So ich speichere mal Weil man ist ja schneller tot Als man Als Brahe Abos verschenken kann So Wo müssen wir denn da hin? Ne da müssen wir hin Aber warte mal Da vorne sterben wir ja Das heißt wir müssen hier rüber springen Weil hier geht es weiter Ah Mitgedacht Da werden ihn wieder gestorben da vorne Vielen Dank fürs Community Dramo Moral Vielen Dank dafür So Ah Ich habe auch ein ganz schlechtes Gefühl Was ist das denn schon wieder? Oh nein Spinnis Okay Wir haben jetzt einen neuen Gegnertyp Spinnis sind so eben Als Gegnertyp hinzugefügt worden Ah Weg mit euch Ah Ich habe schon wieder keine Munition Na ich habe den Bokaster noch Gott sei Dank Der Vral hat an Sam Auch noch ein Dramo Moral verschenkt Vielen Dank dafür Okay Immerhin Wir sind weitergekommen Leute Wir sind weitergekommen Ich habe es von alleine geschafft Weiter zu kommen Aber das Es ist halt so mies versteckt Die Wirge teilweise Also zu sehen Dass das Ding rausgeht Und dass man dann Darunter springen muss Und das in der hintersten Ecke Ich weiß nicht Meiner Meinung nach Kein gutes Level Design War ich schon zwei Schüsse Für euch müsst ihr oder was hier Vielen Dank fürs Geschenk Ja toll und jetzt Ja wo muss ich hin Ja so viele Wege Der sieht nicht mehr so gut aus Vielen Dank fürs Geschenk Vielen Dank Vielen Dank Viel Praktischer so Da kann ich Da kann ich immer schön Nacheinander Danke sagen Viel Praktischer Okay Also das war eine Sackgasse Das war einfach nur die Info Dass wir Oder Oh 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 Die haben hier einen X-Wing Bohrer Alles klar Da macht der Vral die 300 Die 300 Subpoints Wir haben ja auch überzogen Heute von daher Snoop du Hoop Hat auch noch ein Geschenk Drago mal Willkommen Sehr gut Habe ich vorhin was von Lava gesagt Ich habe keine Munition mehr Das war eine dumme Idee Ah ein Schuss habe ich noch Der muss da muss sitzen Der eine Schuss Der eine Schuss muss sitzen Nein hat nicht gereicht Ah verdammt Warum war das so blau Wenn ich hier Aber stelle ich brauche hier Munition Um das Ding aufzumachen oder Oh nein Haben wir noch Ich wollte das alles gar nicht Ah lass mich doch in Ruhe Ah Ah Granaten Granaten Kontaktminen Nein Ich packe den Stab aus Ja ohne Stab geht hier gar nichts Ohne Stab Äh Starb er Deswegen bin ich auch gestorben Weil ich kann Stab Ah lass mich ruhig Ja Aua Geht weg Ja da geht sie hin Meine schöne Munition Ah die sind überall Hätte er oben speichern sollen Ich habe schon wieder Habe ich mal einmal nicht direkt Gespeichert habe ich direkt wieder gestorben Hier Irgendwie war das auch schon wieder vorhersehbar Weg mit euch Bin ich hier richtig Irgendwie war der Gang vorhin noch ein bisschen höher Ich glaube nicht dass ich richtig bin hier Oh nicht schon wieder so viele von euch Weil die halten auch echt viel aus diese Viecher Die halten halt fast so viel wie ein Sturmtruppler aus dafür dass sie so mini sind Oh ich hab fast keine Munition mehr Ich hab fast keine Munition mehr Nein Ich muss jetzt den Stab nehmen für euch Braucht die Munition an der anderen Stelle noch Der Stab ist zu kurz oder was für euch Funktioniert schon Es gibt geröstete Mistviecher auch gut So Drei nochmal Zusatz Sehr gut Sehr gut Sag mal Ballert nochmal ein paar Herzen für den Vralien Chat Für die Geschenkt Drabouments die ihr hier gerade bekommen habt Und die Vral in dem Moment auch schon wieder rausgehauen hat Danke dafür Das war ich noch für die anderen Aber gut Danke Warte 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 Danke 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 Vielen Dank Vielen Dank für die Drabouments Vielen Dank Wie lieb von dir Ja Ja was ist denn das hier Ja was ist denn das hier schon wieder Mehr Herzen Jo Jo machen wir auf hier Okay jetzt haben wir zum bisschen wieder Schiss Um da vorne aufzumachen Weisen sie sich aus Ja ich weiß nicht gleich aus hier So Zwei Schüsse ja super So geil Ich komme ja mit zwei Schüssen rein Oh ich habe mir gerade auf das Ding auf dem Ding liegen lassen oder Ja nicht clever Nicht clever aber jetzt habe ich zum Glück hier gespeichert Ich habe dazu gelernt Der Stab hat nicht funktioniert Der war zu kurz Ja ist richtig Ich hätte ich hätte den Levelnamen davon noch nicht sagen können Ich wusste ihn vorhin auch tatsächlich nicht Ah nehm doch rein die andere Waffe schneller Ah da ist Munition gerade gewesen Okay wir haben wieder Munition Wir haben wieder Munition Ich muss hier gerade so wild rumlaufen In der Hoffnung nicht getroffen Wir haben mehr Munition Wir haben mehr Munition Leute Wir haben viel mehr Munition Jawohl Okay munitionsmäßig Sind wir jetzt wieder gut dabei Lebensenergie nicht so aber Munition Haben wir jetzt wieder ordentlich hier So das heißt kurz speichern und mit etwas weniger etwas mehr Munition jetzt hier Fleißig die der anderen die anderen da unten noch ärgern Komm 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 mach hier kein Auge Treff hier was Jawohl einen haben wir Zwei haben wir es war nochmal drei oder Ja einer ist auf jeden Fall da unten Immer drei sie sind Vier Immer vier sie sind ich habe nie was anderes behauptet Die laufen aber auch ganz schön wild rum Ey der ist nicht leicht zu treffen wenn er so wild rumläuft Aber er trifft auch nichts wenn er so wild rumläuft Das ist der Vorteil So und irgendwann treffen wir ihn Und er ist Betroffen Okay Ne passt Dann sind wir tatsächlich weitergekommen Hier mit etwas Mühen Einmal eine Etage runterfahren Auch wir kriegen ein paar Granaten kriegen wir auch mal wieder Ist doch schön Ist ja noch irgendwas was steckt hinter der Ecke Da ist nix mehr Da ist auch nix mehr So mal denn Wo ist das denn Da ist noch die Tür Dein Tod ist da So Ja doch mit Kopfschuss Da brauchen wir nur einen Schuss bei denen Wenn man trifft So Eins Vielen Dank fürs Followen Wunderschönen guten Abend Boah Sniperdrabo hier voll am Start gewesen gerade Na ja fast Fast voll am Start gewesen Munitionsbader Am Start Ah wir können mit dem Ding glaube ich hochfahren oder Ja irgendwie können wir mit dem Irgendwie können wir mit dem Ding hochfahren glaube ich Oh Gott ich dachte Ich dachte gerade eben das Ding hat mich schon wieder erschlagen Nein nicht die Lava Nein nein Ah shit Da war ich etwas überambitioniert vielleicht Eines am Rufen von Minenarbeiter Ja der ist voll ausgerastet hier Nein Ich bin nicht gestorben Das habt ihr euch nur eingebildet Aber der ist so schnell auf das Ding da hochgelaufen Das hat mich verwirrt Damit hatte ich nicht gerechnet Hä war hier nicht gerade noch einer Dachte ich Das ist auch so geil Die sehen mich einfach immer durch die geschlossene Tür Wissen die immer schon dass ich komme So Die können mich gar nicht hören Hier ist so ein Lärm in dem Raum drin Die können mich nie und nimmer hören da oben Es sei denn sie haben irgendwo die Kameras an Und kriegen die ganze Zeit hier die Befehle von den anderen Dass ich jetzt gleich durch die Tür durchkomme Das ist die einzige Erklärung die ich habe hier Die Presse als Aufzug benutzen Das war der Plan Du hast drauf gewartet Wusstest was passiert Ja natürlich wusstest du das Wie geht das aus Versehen Nee Der Mann rennt Das geht tatsächlich aus Versehen Weil wenn du nämlich langsam auf diese Presse draufläufst Dann läuft er total weit nach vorne Und er ist viel weiter nach vorne gelaufen Als ich gedacht hätte Dadurch geht das tatsächlich aus Versehen Auch wenn man es nicht glaubt Sneaks Und Alex 575457T Danke fürs Folgen Einen wunderschönen Guten Abend würde ich dir Warte den habe ich doch getroffen gehabt Den habe ich doch getroffen gehabt Warte mal Ihr braucht mal wieder eine Granate Unten habe ich gehört Ihr mögt sowas Oh ja da haben viele Viele gerufen Backe Backe Kuchen Ich habe ein letztes Mal gerufen Trauerlich er nämlich erschossen hier Oh shit Lebensenergie Oh shit Lebensenergie Oh shit Lebensenergie 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 Lass mich durch Lass mich durch Ich brauche Lebensenergie Nein Direkt von Lebensenergie gestorben Bitter 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 So Hallo Alex Die Macht verrät den wo ich bin Ah Oder sie können euch Wände schauen Ja interessante Theorien auf jeden Fall Auf einer Skala von James Next Topmodel Bis Zitronenkuchen Wie Aubergine ist das Spiel Ananas Die Klinge so viel schaden wenn sie mich nicht sehen glaube ich weil sonst nicht mehr doch sind immer noch mit einem Kopfschluss tot die gegner Ich leider auch wenn ich ein paar schlüsse ab kriegt vielleicht nicht einen aber wenn ich sterbe überlebe ich nicht echt der back da war zum greifen na ja leider habe ich nicht Begriffen Diese braunen hier die die braunen Zwei schüsse bis sie tot sind zwei kopfschüsse Da war ich habe nicht durch den durchgeführt Ich verarscht hätte doch nicht durch den durch geschossen Den anderen hatte ich doch safe getroffen gehabt Es waren das bitte Alter das einfach zu viele hier was ist los mit euch Granaten braucht ihr granaten braucht ihr Ich habe noch mehr granaten für euch Wo die hier kommen gibt es noch viel mehr So ein bisschen woogie blaster wollte habe ich gehört Vorauswärts ich würde mit dem blaster treffen Eintritt und ich bin wieder tot aber das können wir ja schon Komm her Komm her Nein nicht du Oder sogar fünf schüsse abschließen der blaster Da war die blaster munition schon wieder alle Unimperiale versorgungskarte haben wir bekommen Da war Ich muss gerade sagen die muss ich heute mal treffen hier Puh man könnte sagen es war knapp Mit drei lebensenergie aber Knapp würde es noch nicht beschreiben Es war nämlich knapper Das war kein mini rock das war schon großer rock was wir hier abgeliefert haben Die haben wir voll groß gerockt Okay passt soweit granate genau granate bitteschön So Mach ich keine anderen Ananas ist okay So lange sind die auf der pizza ist Okay hier passt das soweit So einmal Einmal sesam öffne dich Dankeschön Ein bisschen lebensenergie hier tanken Ein bisschen Schildenergie wäre noch ganz nice Okay was hat es uns jetzt gebracht zu diesem Riesengenerator hier zu kommen Ah Riesengenerator Nicht drauf schießen Weil damit können wir vielleicht den Strom abschalten In diesem anderen streckigen Ding wo wir vorher nicht durchgekommen sind Ja das wird die Republik wohl in Bewegung setzen Ich alarmiere die Flotte und hol dich Ruf du ruhig Verstärkung habe Ich habe hier eine Bilde zu sprengen Gefangene zu befreien Versuchst du das Honorat zu rechtfertigen Bereite dich vor mich abzuholen Ich habe das Gefühl dass es unabhängig werden könnte Wer braucht denn noch das Tal der Jedi Wenn du bereits mit solch erstaunlich intuitiven Kräften begabt bist Bereite dich nur darauf vor mich abzuholen Die Animation sieht nicht gut aus Was? Sieht auch mega toll aus Ich habe doch vorhin schon drauf geschossen Ich wusste doch genau was ich tun muss Alarm Jetzt kommen wir gleich wieder mega viele Gegner Wir haben übrigens heute schon ein paar Speicherstände angelegt Hier ist ein Aufzug Ich habe es raus geschafft Keine Bewegung Bricht hier immer noch alles zusammen Naja das ist nur Oh shit Das war mal mein Ausgang Okay wir müssen jetzt glaube ich in diesen anderen Gang rein Indem wir von sowieso rein wollten Wenn ich die Tür finde Hier ist eine Tür Bin ich daher gekommen Ne ich glaube ich auf der anderen Seite rein Tatsächlich das ist die falsche Seite Da müssen wir glaube ich rein Oder bin ich da gerade rausgelaufen Orientierung like a drabo Ne da bin ich gerade rausgelaufen Wir müssen hier rüber So und Max das Spiel Für ein Spiel auf dem Jahr 2002 Sieht schon gut aus Ja Das geht Von der Optik Ich spiele es ja auch gerade in 4K Das hilft wahrscheinlich auch nochmal Also wenn es jetzt auf der Playstation 2 spielen würde Dann wird es natürlich schon eher nach 2002 aussehen Oh Ja hier sieht nicht mehr so gut aus Okay wir sind ja gleich immer noch auf dem richtigen Weg hier Das Spiel darf so aussehen weil es älter ist Ja ja das schon Oh granate Was granate hat nichts geholfen Seid ihr schon wieder meine granate abgehauen hier Sag mal Oh ne nicht schon wieder den Stab Auch nicht schon wieder den Stab Leute Mann 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 War das ja auch immer die Ich finde man sollte die Munition irgendwie ein bisschen besser einsammeln Also auch wenn man nur in der Nähe steht Dass man nicht immer direkt rüber laufen muss Naja Hauptsache wir haben es Kraft In einem Stück hier So gehen wir weiter hier Speyer war vorher aber nochmal natürlich Spielgast für Xbox Gamecube Nicht für die PS2 Entschuldigung Dann für die Xbox oder auf der Gamecube Würde das auch nicht besser ausschauen Insbesondere nicht auf der Gamecube Ach jetzt ist so ein Ding da Ja natürlich Ja na klar Na klar Ah Die Müsseviecher sind auch da Ja ihr kommt ja nicht rein Geht bloß weg hier Meine Munition schau wahrscheinlich nicht an euch Da guckt er blöd gell Da guckt er blöd Dass ihr hier nicht hinkommt Ja Dumm gelaufen Kann ich das irgendwie zum Fahren bringen Ich würde gerne damit fahren aber Ich habe hier noch gewisse Viecher Sag mal Wieso fährt denn das Ding nicht Ich möchte hier weg Lass mich raus hier Warum Und jetzt echt die Viecher killen Damit das Ding losfährt Kann doch nicht sein oder Ich erschieß sie mal Man weiß ja nie Vielleicht motivieren die toten Viecher Ja das Ding zum Fahren Ist ja nur was mein Leben davon abhängt Gefährst du nicht Ein Knopf oder so Ich habe hier drauf gedrückt Hier drückt doch Ah jetzt fährst du Ah Ah Ich war Achterbahn ja auf jeden Fall 99 Schuss 30% Trefferquote Ups Ups Äh Schön euch zu sehen Oh Das ist der Trefferkodische Leistung Bestimmt mehr als Battlefront Ich weiß es nicht Ich spiele halt auch mit Mausen Tastatur Zu meiner Verteidigung Ja es war echt eine 50 50 chance Auf der anderen Seite ausgestiegen wäre Wenn ich nicht runtergefallen Oh Okay Aber das Spiel hat jetzt in Sachen Action Ein bisschen zugelegt Auf jeden Fall Was wollten wir auch her speichern Wollten wir Das ist geil Ich habe schon wieder fünf Lebensenergie Ich bin einfach schon wieder quasi tot Ja toll Und jetzt Schalter drücken Ich habe irgendwie Schalter gedrückt Ich weiß nicht Wahrscheinlich und die Tür aufgemacht oder Ja ich habe wahrscheinlich unten aufgemacht Munition habe ich gerade auch noch mitgenommen Hier Ja jetzt ist unten auf dem Perfekt So Erstmal soll gebart Ja muss schon sein Fackler auf jeden Fall nicht lange gefackelt Das habe ich noch vergessen zu sagen Aber jetzt da war Spiel ich mich am meisten freie Momentan tatsächlich auf gar keins Tatsächlich Ich will ja nicht die Die Erwartungen wieder so hoch machen Und dann nur enttäuscht werden No Ne momentan tatsächlich nicht irgendwie Ein spezielles Star Wars Spiel Wo ich so sagen würde Okay das ist jetzt die Die Überfreude drauf Allein schon weil Von den meisten angekündigten Star Wars Spielen Eigentlich keine Infos da Sondern man nicht weiß Wann sie rauskommen Nicht weiß wann sie rauskommen Von daher So Morgen 4. Mai Was denke ich Was für News kommen Puh Das ist natürlich eine gute Frage Wobei die letzten Jahre Ich überlege gerade Waren die letzten Jahre Wirklich so geil An großen News Am 4. Mai Ich kann nicht erinnern Dass da so die geilen News Immer waren am 4. Mai Oder Ja auf der Star Wars Celebration Wenden halt immer ein paar coole Sachen Gezeigt bestimmt aber Ich weiß gar nicht ob da so die Ah da ist natürlich noch ein letzter Natürlich ist da noch ein vierter Ne wüsste ich sonst gar nicht Ich weiß gar nicht ob ich da Irgendwas so richtig Richtig gehypt bin Morgen oder irgendwas So besonders erwartet Tatsächlich Glaube tatsächlich nicht Glaube tatsächlich nicht Das bei euch irgendwas Wo ihr sagt Okay ihr erwartet das Oder dass es angekündigt wird Oder dass ihr sagt Boah Also wie gesagt Kenobi vielleicht ein Trailer Oder so Oder Andor vielleicht mal ein Trailer Könnte ich mir vorstellen Da hat man ja noch gar nichts Zu gesehen gehabt Ich halte übrigens zwei Schlüsse Noch aussehe ich gerade Du siehst mich Wie kannst du nur Ah shit ey Es ist echt so fies Wenn man gar nicht getroffen werden darf Ja toll Jetzt habe ich auch gleich Keine Munition mehr Dann muss ich noch in Nahkampf dazu Ja genau Ja genau Ah da sind zwei drin Verdammt Ich dachte da wäre nur einer im Raum drin Nein keine Munition mehr Nein Nein Da war ein geschützt Da ist auch ein oben Einer Nein Warum ist da denn oben noch einer Wer hat denn den da oben geparkt Alleine sie mich da nicht getroffen haben Ey So was wann das streamen geht Ich weiß nicht Ich glaube das level machen wir noch Oder Das ist das Klares Lichtschweig kriegen wir heute eh nicht mehr Aber Das muss ich auf jeden Fall noch machen Jetzt kriegen wir zumindest wieder ein bisschen Hier Schildenergie und so Sind wir gleich wieder ein bisschen besser am Start So das heißt die Tür aufgemacht Wir gucken aber gleich nochmal nach oben erst Beziehungsweise erst von uns hier nochmal Munition So geht es mal los hier Ander kommt Ende des Jahres Wird bestimmt ein Trailer kommen Ja also ich denke auch Ander ist das wahrscheinlichste Mein Kenobi kommt halt schon in zwei Wochen Deswegen Na ja vielleicht in einer Woche Würde ich sagen das fast noch zu früh ist Aber vielleicht zeigen sie auch nochmal ein Trailer Könnte sein Ja ich möchte das Lichtschweig schon holen In Zweifelsfall spielt einfach Dead or Night Academy Das Spiel ist besser als das hier Umwelten besser Das will ich aber trotzdem noch gerne wissen Was es da oben gibt Für Bonus Zeug hier Außer den toten Sturmtruppler Ach Hier gab es noch ein bisschen Bonus dazu Gab es auch Lebensenergie Ne Lebensenergie gab es nicht Schade Die hätte ich eigentlich am liebsten gehabt Muss ich sagen Jedi Fallen Order 2 Trailer Das wäre nice auf jeden Fall Der andere Trailer soll laut Gerüchten Zu Celebration kommen Star Wars Celebration Ja da kommen auch immer viele Sachen Das kann natürlich auch sein Aber wie gesagt Ich tippe das jetzt bald Einer kommt Weil man hat ja noch gar nichts davon gesehen Also das wäre so meine Vermutung So Prost auf euch nochmal So Boah Sniper Drago Du gehst gleich nicht mehr vor hier Du gehst nämlich gleich gar nicht mehr Nice Wir haben 214 229 Schuss Ich glaube so viele Schüsse hatten wir noch nie 242 Schüsse Leute Was ist da los? Kann mal wieder ein bisschen hier Schüsse verbrauchen Sinnlos hier Munition verballern Ist immer gut Hab ich gehört So Ich muss wieder Star Wars Episode 1 Streamen Let's Play war nice Ja Ne Das ist auch Die alten Spiele Das Das ist immer ein bisschen schwierig Auch das Spiel war echt nice Das stimmt schon Ich mochte das Spiel auch Star Wars Episode 1 So Ich glaube wir müssen nach oben Wir gehen mal nach oben hier Oh no Oh no Wie viele Gegner Ja Aber wir tun mal Kontaktminen Oder sowas hier ein bisschen her machen Das bringt aber nichts Oder kommt ihr hierher Oh und wie das ausbringt Oh das ist mega gut hier hinzutun Ja kommt mal her Ihr wisst genau wo ich bin Ja kommt hier Traut euch Noch einen Schritt weiter Und dann seid ihr direkt da Ja kommt hier Oh Wo kam der denn her Wo kam der denn her Wo kam der denn her Wie gut Okay Das war definitiv das Oh beste KI Das Stormtrooper des Jahres War das definitiv mit der Aktion Auf die Beweglichen Sagen darf man die Dinger nicht drauf werfen Da explodieren sie gleich Alles klar Wie geil Oh die KI ist aber schon hart blöd Hier muss man sagen Also sie sieht ja ungefähr nichts Hey 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 Nochmal streamen Na Ich hab schon auch Irgendeine Anspielung An irgendwas Hier Irgendwas Keine Ahnung Ja Forst und Leicht Überlege ich tatsächlich noch Fertig zu spielen Wieder Die Switch Version Weil Forst und Leicht Einfach immer gerne spiele Mal gucken Vielleicht nächste Woche Mal gucken Irgendwas müssen wir auch Nächste Woche spielen Du hast mehr Splatoon gespielt Als Rabo geschaut Okay Das ist viel Splatoon Überlastung Also wenn sie sich bewegen sind Ist auch echt nicht so leicht zu treffen Muss man sagen Wenn der hin Ich mag es nicht Wenn sie irgendwo wegrennen Warum so viele Warum immer so viele Was hat es hier mit Aufsicht Irgendwelche Bomben Hier kann ich gar nichts machen Okay Hier ist blöd zu stehen Ich habe halt andere 24 Lebensenergie Die wollen es aber auch noch mal wissen Hier So Die Flasche geben Die da stand Kann ich dir gerade nicht gehen Granate können ich noch mal Eine werfe Ich kann nicht so hoch Granaten werfen Das ist auch so ein bisschen Das Problem Der wirft irgendwie nicht so hoch Das ist das höchste was er wirft So 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 ganz So wirft der irgendwie Au Aber statt Das war eine dumme Idee Du bringst mir gar nichts Weil du bringst mir keine Munition Ja toll Zwei Lebensenergie Das lade ich neu Da wurde ich jetzt zu oft getroffen Das machen wir hier nicht So stand for Morgen kommt Star Wars 10 In die Kinos Ich glaube nicht Genauso Shadow Drop am 4. Mai Einfach Star Wars Neue Episode So aus dem Nichts Aber das wäre das wäre hart Und vor allem Dass sie das geheim gehalten haben Das wäre krass Das wäre krass Aber ich glaube Das würden sie nicht tun Aber wäre witzig Aber es wird nicht passieren Aber trotzdem witzig Aber wird nicht passieren Tom Holland in der Hauptrolle Ja Stimmt Tom Holland fehlt ja noch Bei Star Wars Demi Tom Holland in der Hauptrolle Tom Holland als Han Solo Als junger Han Solo Wäre sicher super Sorry dafür haben wir auch schon einen Alles klar Vor allem aber zu viele Gegner Sag mal wie viele Etagen Mit Gegner sind es hier eigentlich Die Antwort lautet schon wieder Ja glaube ich Ich habe nichts mehr dabei Lass mir eine Ruhe Es ist so hart Was hier an Gegnern Gerade reinschneid Ich glaube der Etage Sind wir auch fertig Schauen wir mal kurz In die Mitte rein Wir sind hier Irgendein gefangenen Block Drinnen oder sowas Gut ist natürlich Dass wir auf den Gegnern Ein bisschen Munition bekommen Ich habe trotzdem 69 Munition Das ist zu wenig Das ist zu wenig Wie viele Etage sind es noch Okay Das dürfte jetzt die letzte Etage sein Die hier Jetzt haben wir eine 99 Munition Das ist besser auf jeden Fall Wie fand ich die neuen Star Wars Filme Also Episode Ach da ging es hoch Episode 8 fand ich kacke Die anderen beiden fand ich Episode 7 fand ich sehr gut Episode 9 fand ich okay Also Episode 7 fand ich richtig richtig gut Also der hat mir echt gut gefallen Episode 9 war so okay Und Episode 9 war zu gerusht Der war einfach da Und der musste zu viele Story erzählen Weil Episode 8 ist einfach so verkackt hatte So hier sind jetzt bestimmt noch ein paar Oder Nein Keine mehr da Natürlich seid ihr noch welche da Das ist die Drohnenetage hier Die halten so viel aus Diese Kackdinger Halten viel aus Bringen wir null Munition Und sind doof Aber wir haben noch Wir haben noch beim Bogenwerfer Relativ für Munition Werd ich mal den Bogenwerfer Gegen die nutzen So einmal Zweimal Dreimal Ja wer ist da Wer könnte wohl hier sein Der die ganze Zeit Eure ganze Einrichtung auseinander nimmt Das fällt ja jetzt auf Dass ich da sein könnte Auch nicht der hellste Es geht immer noch weiter nach oben Endes Spiel Also Jetzt merkt man Dass es ein Shooter wird Habe ich mich vorhin Über die Rätsel beschwert Ich beschwere mich nie Über die Rätseln im Spiel So zwei Lebensenergie Haben wir übrigens noch Bogenwerfer ist das hier Ich wollte gerade sagen Wie oft kann man daneben schießen Kai Katan ist der Chuck Norris Aus Star Wars Ja schon Ich weiß schon Er hat schon den Ruf auf jeden Fall So du hoffst Dass die nächsten Filme Auf hohen Republik Oder besser alte Republik sind Ja das würde ich mir auch wünschen Das wäre nice Das wäre auf jeden Fall nice Das ist auch schön Wie man sich hier nach oben kämpft Und immer weniger Lebensenergie hat So langsam Weg mit dir Weg mit dir So Wir kämpfen uns langsam Aber beständig nach oben Jeder Gegner zählt oder so Oh ich habe eine Granate Dann habe ich eine Granate in der Hand Ich höre schon wie der Gegner Ich höre schon wieder welche Ich sehe sie leider auch So der letzte Ahne da sind noch ganz viele andere Von euch Aber da können wir die Dinger Wieder benutzen Na stimmt Wir haben ja keine mehr Doch wir haben noch eine von denen Sehr gut Er muss umzüngelt werden Trauer spielt ernst Oh ja Du liebst Episode 8 Was Irgendwie so 7 war halt Irgendwie so die 4 Kopie Ja das stimmt schon Aber es war trotzdem irgendwie Nein Der läuft vorbei Warum läufst du vorbei Davon war nicht die Rede Geh da wieder rein Für was habe ich das Ding da hingelegt Damit du da vorbeiläufst Oder was Nein Das war ein Unentschieden Nein Das war ein Unentschieden Er hat mich gekehlt Ich habe ihn gekehlt Schön Oh man So Er ist halt auch so fies Wie wenig Leben als Energie man irgendwann hat So jetzt spielt es die Schlachtung Ja wenn die Musik Ja Jetzt habe ich wenigstens mal nicht das Munitionsproblem Jetzt habe ich das Lebensenergieproblem Ich weiß auch nicht ob die besser zielen tatsächlich diese Typen Das kann ich gar nicht beurteilen Oh ich habe Lebensenergie bekommen Sehr gut Hat sich gelohnt da hinzugehen nach vorne Bisschen das Risiko einzugehen Einer ist noch da irgendwo Da ist er Die wichtigen Leute sind hier Nein Ich wurde getroffen Hui So Schauen wir mal ob wir hier noch Lebensenergie bekommen haben Ne aber trotzdem Irgendwas haben wir bekommen Oh da ist jemand eingesperrt Können wir den da rauslassen Ne kann man nicht machen Na Können wir eine Nase gekratzt Hat gejuckt So Und wie gut man Episode 8 hätte fortsetzen können Sieht man ein Originaldrehbuch von Episode 9 Duell der Schicksal Bis dann eigentlich geplant der Director entlassen wurde Ne also Ne Ne Ich sehe Ich sehe den Fehler immer noch bei Rian Johnson In seiner Episode 8 Können wir den irgendwie freilassen Problem ist wir nicht gegen den kämpfen oder so Wobei jetzt haben wir ja wieder 35 Lebensenergie 35% Hä Warum ist das zu Wo muss ich weiter Ah in der Mitte ist ein Aufzug oder sowas Hä Was muss ich hier tun Ah hier ist was Da ist auch noch was Ah ich habe irgendwas getan Ah Oh die Gefangenen sind frei Alarm Ich hoffe dass die uns nicht angreifen So Wieso komme ich da nicht durch Wieso ist da die Tür immer noch zu Okay ne hier ist alles offen Auf jeden Fall Also mehr aufmachen als das hier hätte ich nicht können Ah ok Gefangenen sind befreit Sehr gut Dann können wir jetzt auch wieder raus hier Müssen wir den kompletten Weg zurücklaufen Gerade ein bisschen verwirrt Oh no Oh Das war nicht der den ich Den wollte ich eigentlich erschießen So lohnt es sich dann nochmal irgendwo reinzuschauen In diese Gefängniszellen Ist da irgendwo noch was drin oder so Ich bin 29 So in Episode 8 wurde Fins Charakterentwicklung zerstört Ein bisschen schauen Hier gab es noch Munition Sehr gut Und Schildenergie gab es hier Gut gut Aber eigentlich gleich müssen wir da weiter Wo es wir gerade eben raus sind Hier Und hier weiter dann oder Da waren wir nämlich noch nicht drin Da liegen ja noch tote Leute Ah kackdinger Zu spät gesehen das kackteil So Umso besser Jetzt haben wir es gesehen Also die Level Episode 8 waren teilweise wesentlich schlechter als der Film selber Aber das letzte Level das war Das war pure Enttäuschung Das letzte Level war ja pure Enttäuschung So Was Achso Die schießen in der Fall nicht auf mich Und du bist Ach du bist grün Du bist verbündet Okay So Noch mal ein bisschen hier Munition sammeln Oh jetzt haben wir richtig gut Munition Richtig gut Lebensenergie Jetzt kommt bestimmt gleich ein Bosskampf Wobei Bosskämpfer oder so Hat man ja bis jetzt auch noch gar nicht irgendwie oder Krass gibt es irgendwie auch noch nicht so richtig in dem Spiel Aber mal gucken Vielleicht wenn wir das Licht wird irgendwann haben Vielleicht gibt es dann Bosskämpfer So Servus Kollege Aber es ist noch nicht überstanden Ich dachte wir könnten von hier verschwinden Aber die Haupttüren sind verschlossen Wir haben hier einige Waffen gefunden Aber kam von der Frachtampfer aus nicht weiter Nur der Commander des Stützpunkts hat Zugriff auf die Türsteuerung Wenn sie ihn finden Überzeugen können die Türen zu öffnen Haben wir eine Chance Wir halten sie möglichst lange auf Aber sie müssen sich beilen Ich werde sehen was ich machen lässt Okay Commander des Stützpunkts Oh hier sind sogar ein Parteifalter So dann schauen wir mal Dass wir den Commander des Stützpunkts erwischen hier Erstmal noch den Gefängnisinsassen hier helfen Dann schauen wir mal Dass wir hier irgendwie weiterkommen zu dem Commander Wie hoffe ich speichern Ja bis ich es schaffe Bis ich es schaffe Nächste Level hat ein Bosskampf Okay Ich bin froh wenn ich da nicht hinkomme Da können wir nach oben fahren irgendwie Äh Okay Auf jeden Fall ist da noch einiges an Munition da vorne Was wir zwar noch gerade nicht brauchen Aber trotzdem mitnehmen werden hier Für schlechtere Zeiten Oder bessere Zeiten Weiß nicht Sind mehr Gegner gute oder schlechte Zeiten Eigentlich schlechte Zeiten Also nehmen wir das doch für schlechtere Zeiten mit Hier ist noch einiges an Zeug Oh hier ist noch Oh Bacta Bacta Sag ich dazu auch immer Endlich wieder Bacta Ja Leute Machen wir hier auf oder so Machen wir lauter Müssen wir hin Gibt es noch irgendeinen Weg Wo wir sinnvoll hin können Da sind wir gerade hergekommen Oder Ja da sind wir hergekommen Oder sind wir da hergekommen Da können wir noch hochfahren Da vorne Wir müssen da oben weiter Wir müssen nach da oben weiter Wir gehen mal nach da oben weiter So Ich hatte die Skywalkers Skywalkers Saga am meisten Du darfst es die ganze Zeit Deswegen dürftest du den zwei Todesständen nicht bringen Wegen Lux Wegen was Achso Wegen Lux Schnuller Ja natürlich Warum sonst Warum sonst Er hat zwei Todesständen Dass die Mission nicht dabei war Die Sprengmission Das war schon schade Das war schon echt schade Aber ja Auf die Obi-Wan Serie Freue mich auf jeden Fall Ich denke die können ganz cool werden Aber sie hat halt auch Da muss man auch sagen Die Obi-Wan Serie Sind halt auch die Erwartungen Von allen glaube ich Sehr sehr hoch Wie er gestern schon mal gesagt hat Beim Ende Da erwartet niemand was Aber also Beim Ende Bei der ersten Staffel Hat niemand was erwartet Aber weil man es nicht kannte Aber Obi-Wan kennt man halt Und deswegen Denke jetzt alle Hä Muss ich nicht hier oben Wo müssen wir hin Wo müssen wir hin Wo ist der Commander Der Station Wo versteckt er sich Ah Ich glaube wir haben ihn gefunden Also nicht den Commander Aber zumindest den Weg Zu ihm haben wir gefunden Aber irgendwie läuft man In dem Spiel echt gefühlt Nur durch irgendwelche Gänge Durch oder so Irgendwie Open World Level draußen level Sucht man irgendwie Momentan auch vergebens Ah hier sind wir wieder Okay Aber ich denke mal Der Lüftungsschacht Ist hier das Rätselslösung Verliebst das Stöhnen Ja das Stöhnen ist hier super Wenn man hier Bagdad Gibt nichts besseres Als das Bagdad Stöhnen hier Keiner stöhnt so schön Wie Kai Katan Das war deine Lieblingsraum Schlacht in die komplette Saga Zweiter Todesstern Du warst erst entsprechend enttäuscht Entsprechend sauer Ja ich war da auch etwas enttäuscht Das gebe ich auch zu So Aha Das stimmt Finde wurde in Episode 9 Auf jeden Fall etwas Nicht mehr so War er nicht mehr ganz so wichtig Ich weiß nicht Ob das eine gute Idee ist Für den König Oh shit Oh oh ich dachte Das geht nach Ich wollte eigentlich nach oben Okay Hier geht es nach unten Alles klar Solange ich irgendjemand Den Ventilator abstellt Und wir nicht im Ventilator Drinnen landen Das wäre jetzt ein dummer Tod Aber den führe ich jetzt nicht extra herbei Den Ventilator Tod Oder Ach ihr wollt Ich weiß noch Ihr wollt den Ventilator Tod nochmal sehen Zeige ich euch nochmal den Ventilator Tod Nur für euch Wuhu Da stört man nicht mal Im Ventilator drinnen Direkt Ja klar Weißt du So ein Schuss Tötet mich direkt Aber der Der Ventilator Den überstehe ich Alles klar So Okay Wo sind wir denn lang hier Gibt eh noch einen Weg hier Okay Sind wir jetzt wieder draußen Ne Das ist immer noch drinnen hier Oh nein Nicht die Viecher schon wieder Oh Nicht die Viecher schon wieder Okay Die haben ja auf jeden Fall Ein Wanzenproblem hier drinnen Würde ich sagen In dieser Station So Crazy Lück 82 Danke fürs Followen Wunderschönen guten Abend Der Ventilator Tod Muss Ah Muss auch noch sein Dafür haben wir die Munition Bekommen Die ganze übrigens Für die Mistkücher hier Für die und nichts Für was anderes Oder Grünsparen Problem Ja Gewisse Grünsparen Probleme Sind auch zu erkennbar Oh nein Muss jetzt hier wieder raus Hä Wo muss ich hin Okay Bin ich hier Ich hasse diese Wege Wo man absolut nicht sieht Wo man rumläuft Und dann kommt irgendwie hier Gegner Ey Das kann ich gar nicht abhaben Ich sehe halt nichts Ja Ich hatte auch Das letzte von den Dingern gesehen Hab aber Weit gefehlt Na toll Jetzt weiß ich nicht mehr Aus welche Richtung ich gekommen bin Ich glaube wir laufen gerade raus aus der Station Und nicht rein kann das sein Wir sind doch jetzt wieder in diesen Gängen Wo wir vorhin schon drinnen waren Wo wir angefangen hatten Aber die sehen halt überall gleich aus Diese Kackgänge Das ist überall grün und Viecher verseucht Hätten wir nicht rund Entweder beim Ventilator nicht rausspringen dürfen Aber hier kommen neue Viecher In der Richtung Also scheint die richtige Richtung zu sein Immer die Richtung Wo Gegner kommen Ist die richtige Richtung Wenn wir jetzt gleich gegen den Rücken fallen Dann habe ich ein Problem Sterfst du auch nochmal? Dankeschön Stopp Schockstab gegen die Viecher Aber damit treffe ich sie nicht Habe ich schon mal probiert Habe ich gerade im Kreis? Heute fand schon mal oder? Da sieht alles gleich aus hier Okay, ich probiere es noch mal einen Schockstab gegen die Viecher Ich spare mir zumindest etwas Munition Das stimmt Aber also richtig viel Schaden macht der Schockstab auch nicht Da muss ich trotzdem dreimal treffen Oder so die Viecher Naja Zumindest haben wir mal einen Schockstab genommen Wieder ein bisschen Die Munition finden wir sicher noch andere Verwendung für Obwohl wenn man einen schnell nacheinander trifft Dann bringt sogar was So Für wie wahrscheinlich hätte ich das In The Mandalorian noch Snoke vorkommt Also ich denke mal Dass wir es noch auf jeden Fall Irgendwann nochmal irgendwo wiedersehen werden Das denke ich schon Weil der ist einfach zu schade gewesen Um einen irgendwie so unnötig Wie in Episode 8 wegzukehren Also das hat irgendwann nochmal auftaucht Denke ich schon Wo jetzt? Das weiß ich natürlich nicht Aber Können mir schon vorstellen Okay, wir gehen auf jeden Fall länger Durch diese grünen Gänge Durch jetzt vorhin Oder sind wir schon wieder Oh, das sieht so gleich aus Das ist so schlimm Ja, okay Aber es war glaube ich schon Eine ganz gute Idee Den Stab hier zu nehmen Gegen die Viecher Zumindest wenn sie einzeln kommen Dann ist die zweite Ist ein bisschen nervig Aber Gegen einen alleine Ist der Stab ganz gut Jetzt kommen sie von beiden Seiten Jetzt habe ich Jetzt habe ich so viel verkackt Mit dem Laufen hier So Das bin ich Ja, Velo Dokus Was ist? Möchtest du was? So Kann ich schon die Theorie Dass noch einer jüngling ist Den Annie abgemurkst hat Ne, die kenne ich tatsächlich noch nicht Die ist nice Die Theorie ist nice Okay, klar Wir haben es tatsächlich nach oben geschafft Hier Durch den höllischen Grünspan Gang Oh, hier sind ich Ah, jetzt wird das Ganze noch Zum Horrorspiel hier Weil jetzt die Viecher Quasi die Sturmtruppen Schon aufgefressen haben Alles klar Ah, diese Kackviecher Die nerven Ich kann ich nicht irgendwie Nur Shotgun haben Oder so Die wegblastern Oh, ich habe einen Bogenspanner Vielleicht probiere ich es mal damit Was haltet ihr vom Bogenspanner Findet ihr gut Die schönen Esgeräusche Gebt euch mal die Esgeräusche Hm Staumtruppe Super Rüstung Schmeckt besonders gut Oh, wir haben noch ein paar Granaten gefunden Und Bacta Oh, Bacta ist gut Bacta ist gut Da kann man schon mal Ach sagen Sieht vom Gesicht aus Wie der, der zuerst rauskommt Episode 3 Was? Was haben Leute für Theorien? Okay Das ist schon sehr kreative Das ist fast so wie die Jar Jar Sif Lord Theorie Die ist mindestens genauso gut Oh, nein, nein, nein Geh weg, geh weg Und kommt nie wieder Wie Tatsonder schrei Oh, shit, wo kommst du denn her Auf die Entfernung ist der Bogenwerfer Auf jeden Fall tödlich Dolex die nieder Keine Bewegung Ah, shit Ah, shit, Munition schon wieder alle Ah, diese sind sie von zwei Seiten Kommt, da möchte ich dann auch ein bisschen aufpassen Shit, wer hat mit der mich Ah, Gott, ich komme ja von überall Ah, lass mir Ruhe So, dass ich momentan so gut mit Munition ausgerüstet bin Aber wahrscheinlich ist hier dann der Chef von denen Sag mal, ich habe die doch jetzt einige Male getroffen Der kann noch nicht so viel aushalten Deswegen haben wir hier auch die Granaten bekommen Eigentlich wahrscheinlich für die ganzen Gegner hier Sag mal, ich muss ja extra mal wieder ein bisschen Munition von denen hier einsammeln Von den Kollegen So, so, so Und noch einer Muss doch nicht sein hier Weg mit dir Wo hast du deine Waffe hingeschmissen? Ich brauche deine Munition Na, da ist die Waffe So, und Darth Vader ist ja auch real Natürlich, natürlich Es gibt eine Theorie nach Dass Anakin Partner unbewusst mit der Macht dazu bringt Sie, ihn zu verlieben Macht irgendwie Sinn, findest du Ist das so Okay, okay So Ja, rot und billig Und macht wenig Schaden Deswegen hatten die auch die Separatisten Okay So Thrawn in der Ahsoka-Serie Bist du gespannt? Echt? Kommt dir in der Ahsoka-Serie vor? Ist da schon was bekannt zu? Bin verwirrt, okay Schauen wir mal, was da noch alles kommen wird Also An Star Wars wird es auf jeden Fall nicht mangeln in Zukunft Das ist auf jeden Fall klar Ob jetzt filmmäßig, weiß ich nicht Aber zumindest Disney mit ihren Serien, glaube ich Da Da haben wir noch einiges vor uns quasi Ist auch geil Ein so ein Ding Geschafft es nicht mal mir Die komplette Schildenergie aufzuladen Was war das? Ja, was war das denn? Irgendwie habe ich auch das Gefühl Sie strecken das Level So ein bisschen in die Länge Hier mit den Shooter-Passagen In den immer gleichen Gängen Das sieht jetzt genau hier wieder so aus Wie vorhin Wo wir Wo wir durchgelaufen sind Ah, da ist noch nichts Zu uns zurück Wo wir vorhin durchgelaufen sind Ist auch noch was Schönes Ne Wo wir vorhin durchgelaufen sind Und die Die Leute befreit haben So Denke ich Windu kehrt zurück Ich würde es cool finden Aber Ich weiß nicht Ich finde es immer ein bisschen seltsam Wenn sich Charaktere so plötzlich Wieder auftauchen Die eigentlich die ganze letzte Zeit Irgendwie hätten auch da sein müssen So Wo man sich so fragt Ja, warum waren die vorher nicht da So Also Zum Beispiel Warum hat Mace Windu denn Wenn er jetzt wieder auftaucht Warum hat er nichts gegen den Imperator Oder genommen oder so Also Er war es nett Er war es nett Wen sucht Ahsoka Mandalorian Staffel 2 Hmm Hmm Ezra Sag mal Warum ist die Tür hier zu Ich brauche Hä Warum ist die Tür hier zu Das war der einzige Weg nach oben hier Hä So Also ja Ich hoffe dass morgen was Neues Von Star Wars angekündigt wird Ich wüsste aber Irgendwelche Serien Wider diese dann Wo sie wieder nichts zeigen Oder so Keine Ahnung Ich habe echt Ich bin mittlerweile so Dass ich einfach null Erwartungen habe Und mich einfach von solchen Events Dann überraschen lasse Weil dann kann ich mich nur Positiv überrascht werden Es ist was anderes Als wenn ich jetzt erwarte Dass es irgendwelche geilen Ankündigungen gibt Und dann gibt es die nicht Und ich bin nur enttäuscht Deswegen gehe ich da immer mit Überlege ich mir gar nicht erst Was ich haben will Sondern ich gucke einfach Was dabei rumkommt Und dann bin ich auch nicht enttäuscht Ist besser Ist besser Wo geht es hier weiter Das ist ja aber Ob Star Wars im Fernsehen läuft Ich habe keine Ahnung Möglich Ich schaue kein Fernsehen Warte Ja was geht da denn vor Ich gehe vor hier Ah Das ist jetzt wahrscheinlich Die obere Tür gewesen Ich hoffe Dass jetzt die obere Tür war Ne es war die Tür hier Oh was ist das schon Wie alles für Gänge Können wir uns ranschleichen Hier an den Wir können uns nicht ranschleichen Es hätte ja sein können Es hätte ja sein können Dass wir uns an den Rand schleichen können Mann Hä sind wir wieder am Hangar Watt Wieso sind wir denn jetzt wieder Hä Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen oder was Wenn ich weiß läuft im Kreis What Ja in vorne sind auch die Lichtschwerte drin Wie war es Wie war es Warum Warum sind wir hier im Kreis gelaufen 18 Uhr ist morgen Wie das stream So Hier einmal durch hier Hmm Jedi Knight 2 Ja die Jedi ist die Ich bin eigentlich ein Jedi Der blöd man hat bloß ein Lichtschwert Irgendwann mal an den Nagel gehängt Der unfähige Depp hier Der Wo muss ich lang Was habe ich verpasst Das Ding habe ich doch angemacht Was hat es gebracht Soll ich hier noch irgendeinen Gang geben Oder irgendwas was ich hier tun kann Irgendwas sinnvolles Irgendwo ist doch der Chef von denen sein Wo habe ich den schon erschossen Ne Muss ich meine aktuelle Aufgabe Basiskommander festnehmen Und zur öffnenden Tore zwingen Der Basiskommander Safe Der Typ der da gerade stand Ah der da Der da war das Der da war das Ja dann Du frei mal die Gefangenen hier Wo ist denn überhaupt die Steuerung Für das Ding Das Murmelspiel Sag ich mal wieder spielen Marvels und Stream Ja können wir auch mal wieder machen Irgendwann Wenn wir mal wieder einen längeren Stream machen Machen wir das auf jeden Fall Ich weiß auch nicht wo ich den gerade hinbringen muss Kann ich den auch in die andere Richtung schicken Oder Ach ne ich muss einfach nur auf ihn drauf zielen Dann läuft er schon dahin wo er hinlaufen soll Nämlich mal an Passt 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 Wunderbar Ab nach vorne Leute Ja geh halt weiter Mensch Muss ich mal ein bisschen schießen hier Damit du schneller läufst oder was Ah mit ihm müssen wir jetzt den ganzen Weg da hoch nochmal laufen Okay Kollege ich verliere halt bald die Geduld Ich sag dir lauf Vor allem Wie fühlt ihr dass ich ein Millimeter hier daneben ziele Wie fühlt er das Hat er Augen im Hinterkopf oder was Ist der Professor Quirrell Kann ich mal 24 Stunden Stream machen Ja mach ich Bei 24.000 Followern Mach ich ein Ja die 500 Abos bitte nicht Kann man schnell speichern Ne da passiert nichts mit Seine hätte es gerade gespeichert Oh doch er hatte er hatte schnell gespeichert Oh tatsache Oder ist das bloß was ich gerade gespeichert habe Ich war ja nochmal kurz mit Damit kommst du nicht durch Dreckiger Rebellen Ne Glaube nicht Oh Hello Oh Ihr macht mal Ach ne Nein Jetzt ist der Ist das Sackgesicht echt gestorben Jetzt willst du mich verarschen Ist der jetzt echt gestorben Du wurdest gebaut Und deine 4.100 Follower Fast nur alles Bots Na nervig Ja geh weiter Alter kommen da echt diese Viecher raus Und killen den einfach da oben Bei dir ist Haar sorry Hast du dir wahrscheinlich selber belegt Nehme ich mal an So Bei 500 Likes auf ein Candy Crush Video Na komm jetzt geh nach oben Beweg dich Schneller Alter mir zuckt hier der Fingerschondel Noch darf ich nicht umbringen Noch muss er was sinnvolles tun da oben Muss aber echt aufpassen mit den Viechern gleich nochmal Warte mal bevor du das machst Wobei wenn ich jetzt die Kontaktmine da vorne hinlege Dann jagt die Ding garantiert auch mit in die Luft Aber wir probieren das jetzt einfach mal Au Nicht an uns selber probieren die kontaktmine möglichst Ach man kann mir der kontaktmine auch auf ihn zielen da kriegt er auch angst alles klar Mal gespannt ob das knapp Ich glaube das Ganate werde ich auch noch gleich in den raum werfen hier Hat funktioniert Nein Lass ihn in Ruhe Lass ihn in Ruhe Lass ihn in Ruhe Lass ihn in Ruhe Nimm mich Nimm mich Nimm mich Ah Dreckfiecher Wahnsinn Ich kontrolliere erstmal hier Erstmal Siegerheitskontrolle Siegerheitskontrolle Alles klar Alles klar Oh clear Oh clear Durchgehen 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 Hop 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 Ja Ich soll ihn erschießen Ich habe ihn gefunden Ich glaube ich schon mal Ich habe ja mit der Granate Habe ich ihn gerade eben schon ordentlich Schmerzen bereitet glaube ich Ja Bei all der vier kommen Ganz eine special Belohnung Johnny Ich glaube es auch Johnny Ich glaube es auch Die beste Belohnung überhaupt Na ist das stream zu Ende Was hat er dann davon Das war ein Fehler Mein Freund Das war ein Fehler Er durfte ihn doch noch erschießen Siehste Habe ich jetzt nur für Römi gemacht Nur für Römi habe ich den jetzt erschossen hier Sonst hätte ich ihn natürlich leben lassen Nicht dass es möglich gewesen wäre Aber Aber nur wegen Römi musste der armen Mann jetzt sterben Römi füllt es sich ein bisschen Ein bisschen schuldig So Okay Nur dann geh mal So du hast jetzt aufgemacht Das heißt wir können Wir haben jetzt fertig hier oder Da 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 Komm mal ein bisschen Thai-Fighter anschauen Hier Ne Gehen wir weiter So jetzt müssen wir hier doch irgendwie runterkommen Und dann In den Hangar Und dann alle Befreit haben wir alle Der Hangar ist auch bereit Oh hello there Also ma Hä Schießt durch den durch Willst du mich verarschen Wieso habe ich denn durch die durchgeschossen Wie geht sowas Ach hier wäre ein Aufzug gewesen Aufzug kann ja jeder Oh no Was sind das für Dinger Was ist das Achso das sind einfach nur ihre Rüstungen Da ist keiner drin Nein das sind bloß die Rüstungen Wo haben sie die Rüstungen hier drinnen Okay Ein normaler spinnt jetzt auch getan Aber sowas ist natürlich deutlich Hübscher Habt das verbraucht viel Platz Nein Da ist niemand Bildest du dir nur ein Zehn Sekunden früher gestorben Wäre die Mission gestartet Ja da hat er es noch nicht Deaktiviert gehabt Dann wäre alles anders gelaufen Ganz klare Sache Wäre noch nicht nötig gewesen Ja Remy Jetzt auch noch stolz drauf Oder was Jetzt auch noch stolz drauf Oh Gott Ginge Ein helles Licht am Ende des Ganges Oh ich habe ein Versteck nicht gefunden Schade 124 Feinde habe ich erledigt Immerhin Achtung Achtung Evakuierung Schiffe stehen bereit Beschützt nur diese Gefangenen Ich bin dabei Oh what Nein Keine ATSC Warum eine ATSC So Einfach über alle Versorgungskarte habe ich Was hat das gebracht Was habe ich da gerade aktiviert Ah das wäre nach oben Das habe ich aktiviert Okay Nehmen wir an das ist gut Wenn das nach oben fährt Oh nein Der hat der große Bum Bums Oh der hat große Bum Bums Bum 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 Groß groß macht Aua Aua So was kann ich hier aktivieren Okay Zumindest haben wir Zumindest haben wir den erstmal Weil ich glaube den Gegen den ATSC habe ich keine Chance Ich glaube der ist momentan Eine Nummer zu hart Ah hier müssen wir die Leute verteidigen Oh Sniper Drabus hier gefragt Ah da kann ich mir im Aufzug hochfahren glaube ich noch da komme ich nicht ran an die Und wir kommen hier durch das weiter Also ich muss sagen das Spiel wird besser Das Spiel ist besser als am Anfang Das erste Level ist der größte Schmutz Na toll hier ist nichts drin oder was Schlecht Warum kommt da jetzt auch noch ein ATSC raus Nein ich bin hier nie wieder raus Bleib für immer hier drin Ah shit Das heißt ich kann jetzt hinter ihm einfach vorbei Maschinen und da reingehen Ah nein funktioniert leider nicht Wenn ich so ein bisschen Schaden machen von hinten oder so Kann man die überhaupt kaputt machen die ATSC Ist auch groß wie macht mir das ATSC Ja der macht viel Mist auf jeden Fall Okay Aber nochmal davon ist ein Geschütz Wenn ich mir jetzt nicht in den Rücken schießt Dann kann ich zumindest den vorderen ATSC damit ausschalten Oh die kaputt geht kaputt geht Ah ok einen haben wir Also den anderen auch noch erwischen hier Nein So viele Gefangene sind tot Dann laden wir hier aber wieder Und holen uns direkt das Geschütz Dann laden wir nämlich hier und holen uns direkt das Geschütz Das ist glaube ich cleverer Die Sturmtruppen ja so klingt das So geil wie geil der unten aus der Röhre rauskam Ach steht hier war der Lade Spielstand Nee den wollte ich mal das letzte Mal Der ich gespeichert hatte Ach verdammt Oh verdammt So hello der abgehört ihr vermisst mich Hat er lebt immer noch der hier Das ist aber schlecht Ich mag es nicht wie ich mag es nicht wie du lebst Du fährst schon nach oben hier oder Ja nehme ich mit nehme ich mit Dankeschön Tun mir den Gefallen Aber nochmal da lassen wir den ATSC erst raus glaube ich oder So So Freunde hier Ach steht ich habe nicht so unendlich Munition Hier geht die Munition irgendwann aus Das ist schlecht Weil ich für den ATSC noch Munition brauche Okay da oben kommen irgendwie auch unendlich Gegner oder Oh Oh schlecht Du warst nicht mal bei dir wehen dass du so ein schwerstes Spiel Ich habe gerade durchgespielt hast Okay warum hast du das angetan So mit dem Jogget ist momentan nichts geplant Hä Was soll ich denn machen Was soll ich tun wie kann ich das wie soll ich sie schneller beschützen als so als Wie gerade eben Ich bin dabei Ja ich weiß ich weiß ich weiß nicht weiter Ich kann schon lustig wieder nach oben laufen Weil oben sind die Gefangenen also hoch muss ich auf jeden fall Also den ersten Schritt den ich mache der ist hier auf jeden fall der richtige Ich kann aber auch nicht den unteren ATSC ignorieren Weil der mir sonst den Rücken schießt wenn ich das geschützt habe hier Von daher kann ich den definitiv auch nicht ignorieren Na ja scheiße der trifft mich natürlich direkt Da bin ich hier schon wieder fast tot Dann glaube ich hier rein und werde erschossen Na ja fast So Also das geschützt muss ich auf jeden fall nehmen Weil ich die da oben auf jeden fall damit erledigen muss Problem ist dass mir die ganze zeit der andere ATSC den Rücken schießt Wenn ich aber nicht auf die da oben schießt dann werden die Gefangenen erschossen Das ist ein Problem an der Sache Ah okay Okay das geschützt geht zwar runter aber es schießt trotzdem weiter Okay umso besser Ah jetzt ist die Munition erst verbraucht Ja jetzt ist schlecht Jetzt bin ich tot Geschützt ATSC 1 sein Gegner dann ATSC 2 Aber die Munition reicht doch überhaupt nicht für Gegner und ATSC 2 Oder reicht wenn man den ATSC 2 fällt quasi Vielleicht das dann schon Denke ich dass irgendwann ein Facebook-Mobil geben wird von mir Ich glaube nicht nein Ich denke nicht dass ich irgendwann die eine Million Abonnenten erreichen werde Auf YouTube So Oh shit Okay wir haben jetzt zumindest hier einmal gespeichert Das sind doch echt viel zu viele Gegner eigentlich Die kann man doch gar nicht so schnell Alle erledigen da oben dass die nicht die Leute erschießen Also es sind halt einfach die schießen halt direkt unten immer die Leute tot Jetzt schießen sie immerhin auf mich Oh Nein Geht weg So ATSC 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 Ah diese Mission hast du auch Druck ohne Ende hier So War's das Wir warten dann hier auf das Evakuierungschef Ey 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 Keil die Perimeterverteidigungen sind zu stark Du musst etwas gegen diese Ionenkanonen unternehmen Auf die Ionenkanone drauf Mach die Ionenkarte ohne kaputt Warum hält das Ding so viel aus? Kann das überhaupt kaputt gehen? So das Gefühl die Ionenkanone kann nicht kaputt gehen So gern geschehen Ja danke 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 Okay Ionenkanone unkaputt war der halt irgendein Kackschild wieder hat Okay da kann ich zwar rein aber das bringt mir nix hier Oder? Oder? Ne das ist gar nicht gut dass das Ding nicht aufgeht obwohl es aufgehen soll Obwohl ich hier die Taste drücke die entsprechende Ah jetzt geht es doch mal auf Oh nett 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 Okay Hängt so ein Seil runter kann ich da irgendwie nach oben Ne ist nur grafikbar kein Seil alles klar So Ich muss erstmal eine Million Google Accounts machen Naja schon echte Accounts Okay Wie kriege ich das Ding da oben kaputt? Die Dinger da oben kaputt Das sind sogar mehrere von den Ionenkanonen Aber jetzt habe ich zumindest nicht mehr den Zeitdruck Dass irgendwelche Leute sterben glaube ich Ich mache die Sache etwas besser Ja auch so wild rum zu laufen da kann ich die nicht treffen Ja Und jetzt Da drüben vielleicht noch rüber Wir gucken mal was hier drüben noch in der Ecke ist Ah einfach nur eine Möglichkeit sich zurückzuziehen Damit man nicht von denen oben getroffen wird Oh ich bin tot Warum bin ich tot Warum bin ich Das Spiel ist so random Das war der ATSD Servus Alex Hä Ich muss einfach Ich muss einfach durch die Tür durch Durch die Tür Ne durch die Tür Muss ich nicht vorne durch die Tür Durch muss ich Durch welche Tür muss ich durch Durch die Tür da vorne muss ich durch Ne durch die große Tür komme ich nicht durch Durch welche Tür muss ich durch Da war noch ein ATSD Ja gut aber gegen ATSD kann ich ja nichts ausrichten Da ist keine Tür oder Ne da ist keine Tür Ah da ist eine Tür Oh da ist auch der ATSD Schön Aber die Tür komme ich nicht durch Beim ATSD Ah da komme ich in der Ah doch an der Seite komme ich hier vorbei Ah ok Aber ich liebe so Missionen die man nicht schaffen kann Wo man immer nur weglaufen muss Das ist definitiv mein Lieblingsmissionen Fühle ich richtig sowas So der ATSD hat uns zumindest nicht erschossen Gut Ja toll Schild brauche ich nicht Schild habe ich voll Lebensenergie bräuchte ich Die haben wir definitiv nicht voll Die Lebensenergie hier Da drüben schießen noch welche Ja warte Gegen euch habe ich eine Lösung Ich weiß ich brauche die Munition gleich für eine ATSD Aber kurz nehmen wir sie nochmal hier So haben wir ATSD Du da vorne erstmal Hä das ist ATSD hin Die da unten treffig nicht Okay der ATSD hat sich anscheinend verzurrt Wie kriegt diese Dinger hier kaputt Ah da ist ATSD Ich habe den ATSD gefunden Ja okay Hier passt Nein Nein Warum kann man da runterfallen Warum kann man da runterfallen Warum geht das Warum erlaubt das Spiel sowas Dass man da runterfällt So schön außen hier rumlaufen Immer schön den Krabbenfork hier machen Damit man nicht erwischt wird Der ATSD hat mich gar nicht gesehen gehabt oder So und dann wieder nach oben hier Was kein Lego ist Was Was das kein Lego Sicher Sicher dass es kein Lego ist So hier Hier auf der anderen Seite was Ah ja hier ist doch irgendwas Ah ja da ist was Da ist definitiv was Ja tollen Versteck Also ja schon tollen Versteck Weil ich jetzt wieder Lebensenergie habe Aber Nicht das was ich suche Nicht das was ich brauche Also Lebensenergie ist schön und gut Aber Ich muss vor allem eine Möglichkeit finden Irgendwie die Dinger kaputt zu machen Und die lassen sich nicht kaputt machen Gefühlt aktuelle Was Aktuelles In 1100 Jahren kaputt Ja die da oben Die sind unsere Leute sind garantiert schon dreimal tot Aber kann ich auch nichts machen Die Unkanone geht nicht kaputt Die ist Die ist unkaputt war Die Unzerstörbaren Ionenkanonen sind hier Den haben wir ein bisschen ATSD ärgern wieder hier So weg ist er Also nicht nur der ATSD ist weg Nicht nur der ATSD ist weg Jetzt kommt mal wieder raus Ja Noch mal Man Tut mir halt noch ein paar Treffer Hier einfangen Ey Gibt es doch nicht Ich will nur diese scheiß Missionen Endlich fertig machen Diese Mission sind auch viel zu sehr Die Länge gestreckt Wobei der Teil ist ja jetzt Wirklich ganz cool noch Also Man Vor allem ich kann den halt nicht aus Ich muss ja gerade auch so auf sie zulaufen Das ist ja das Problem an der Sache hier Wenn ich sie von hier aus wegsnipe Damit sie mich auch ja nicht treffen Mann 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 So geht es natürlich auch Nee hier wird nicht die Basis geschillt Die Basis wird hier auseinandergenommen Definitiv auseinandergenommen wird die Basis hier So weg mit dir Habe ich gespeichert? Ja habe ich So mein Freund Diesmal weite ich dir aus und deinen Kackschüssen Diesmal weite ich deinen Kackschüssen aus Oh da kommen noch mehr Kackschüsse Wobei ich das ja tatsächlich ziemlich präzise schießen kann Ah ja Ah er ist gefallen Oh shit Mich hat es trotzdem noch mit erwischt Oh mein Gott Okay wir gehen einfach mal weiter Und gucken mal was hier noch so lustiges passiert Da haben wir noch ein paar lustige Schütze hier Oh da haben wir noch ein paar lustige Gegner hier Das ist doch gut So die aktuellen großen Streamer in 100 Jahren Tod und drauf Verzweifelt immer noch hierbei Naja Warte noch einer Ah nee noch so ein Schütz und Blödes da oben Ach komm Geh mir weg Haha eine Mine Äh nein How about no Sniper Drabu am Start würde ich sagen Nein 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 nicht runterfallen Oh shit Das war so nicht geplant Das war so definitiv nicht geplant Oh imperiale Zugangskarte Das war so geplant Genauso war es geplant So nicht anders Ich habe die Zugangskarte gerade geholt War das die falsche Zugangskarte oder was Gucken wir mal Zugangskarte Da ist auch wieder nicht recht Können wir jetzt selber einen ATSC nehmen Oh da können wir jetzt selber einen ATSC nehmen Oh hier ist ein Aufzug Das war es mal wieder komplett Das ist sogar noch eines der besten Levels Was Okay Katze heißt Termine aber nennen sie nur Mine Katze ich war auch Katze Der Ultimatorie waren 1401 Danke für's von Komm dann muss ich doch rein hier in die Dinger oder Deine Mutter kriegst Es ist immer kommst du rein Nein einfach nein Der Teil ist auch cool Der Teil ist besser als alles was wir bis jetzt vorher gespielt haben Das ist definitiv besser als das was wir vorher gespielt haben alles Besonders das ist erst das hat sie als erstes Level machen können müssen Das erste Level ist einfach kompletter Schmutz Aber das ist erheblich besser Weil der Actionanteil einfach viel höher ist Und nicht mehr die ganze Zeit irgendwelches Oh wo muss ich hin rätseln Wie komme ich weiter Sondern hier laufe ich einfach durch und weiß was ich tun muss Hä war ein bisschen eine rote Tür Okay ich nehme das zurück mit dem ich weiß was ich tun muss Hä Okay jetzt weiß ich doch nicht mehr was ich tun muss Ich hätte es nicht sagen sollen Ich habe es verschrien Ich komme in die Dinger nicht rein Und das Was mein Missionsziel Extra Verteidigung ausschalten Verteidigung kann ich ja nicht ausschalten Geht ja nicht Das Ding hat ja Geschütze hier Die Kiste unten Aber die Kiste unten geht nicht Die Kiste unten ist zu So Ich muss mein Schiller auf 100% machen Niemals So 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 Revan Ich bin informiert Kriege ich nie auf Wenn ich noch 5 mal frage Vielleicht gehen sie dann auf Ich habe eine Zugangskarte Hm Ich will auch da nochmal nach oben fahren Vielleicht kommen wir hier auf eine neue Idee Vielleicht ist ja einer von denen zufällig offen oder so Genau Genau Wir tun alle die Die Gryphon Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch Du fährst nach oben hier oder? Ich fährst noch Oh Ich wollte genau auf dem Ding wieder drauf landen Wir gehen nochmal nach oben Weil irgendwie hier unten gibt es nix Unten gibt es nix Die Tür ganz unten Gab unten war noch eine Tür War eine Tür ganz unten Das Fadenkreuz ist gräse Was an dem Fadenkreuz Out zu sitzen Hier Wo war hier noch eine Tür Da ist eine Tür Ah da ist noch eine Tür Ah Ah Danke für den Hinweis Die Türen sind aber auch immer gut versteckt Hier muss man sagen Weil ich bin einfach unfähig sie zu finden Aber Schön Auf den einen schießen und zwei andere derweil noch mit erledigen Ja du hast jetzt die Versorgungskarte Was schießt hier noch einer War die Karte jetzt dafür Wehe die Karte war nicht hierfür Das Schild Hier ist das Schild Das Ding war doch oben voll oder nicht So Okay Jetzt haben wir wieder das Schild Bitteschön Ich schieße hier auch mehr Leute als ein Battle von zwei Ich habe aber länger nicht mehr gespeichert gehabt Oh zwei von euch schon wieder Ne drei mindestens Auf der anderen Seite sind auch noch welche So Es ist wieder Zeit für Backdorf Stöhnen ist wieder Zeit Zeit für Stöhnen So Servus Velo Ich kann den Schild nicht auf 100% machen Ich kann den auch auf 72% machen Mehr ist momentan nicht drin beim Schild Ich würde ja gerne mehr machen Aber ich sehe zu gerade aus Ich schielte nicht So Ah Ah Das war Ja der Mutter ist aktiv Aber das ist Oh shit Okay Aber jetzt haben wir zumindest die Ionenkanonen ausgemacht Jetzt können wir sie auch kaputt machen Das war gut Ich finde es nett, dass wir uns die Waffen immer entgegenwerfen So Du bist jetzt wahrscheinlich der, der diese komische Imperiale Zugangskarte hat, oder? Naja, die haben wir ja schon gehabt Nevermind Ich habe nie was gesagt Ich darf immer keine Munition mehr Das ist auch schön Das ist auch schön Okay Jetzt einfach zurückgehen Und oben die Dinger kaputt machen, oder? Wobei einfach hier immer leichter gesagt Was getan ist wahrscheinlich So Speicherus Maximus Ich werde da draußen schon wieder TIE Fighter Das klingt, als müssen wir dann gleich noch gegen TIE Fighter kämpfen Die jetzt auch noch vorbeifliegen, oder so Könnte spannend werden Servus Velo Was ich da Ich glaube ich zu sehr erschreckt vor dem da oben Da bin ich gleich meine Etage nochmal runtergefallen Wo war denn nur noch einer Mein Lebensenergie ist echt ein Problem Wenn ich einmal getroffen habe, bin ich halt tot Wenn der Schild, wenn der Schild es nicht abhält Munition hier Weil das die Gegner immer ausborn in den Bereich Wo man schon war Das finde ich immer ein bisschen seltsam So, jetzt wird es gleich spannend wieder So, wunderbar Bakt hat immer recht Ja, genau Regel Nummer 1 So gefallen sie mir noch gleich viel besser hier die Ionenkanonen Gleich viel schöner hier Ich habe eine Mission geschafft hier gerade von der Musik her Also unsere Leute nehme ich an Gefangenen sind gerettet Anni da unten sind sie die Gefangenen Gute Arbeit Kyle Ich gehe in der kleinen Schlucht runter Bis gleich Äh, ich gehe hier auch runter Oh nein Ich will hier nicht runter Nein Nein, geh wieder hoch Kyle Nicht so runter gehen Bisschen schneller runter gegangen Bisschen schneller runter gegangen in der Schlucht Hä, warum Ich habe doch gespeichert Habe ich jetzt die maximale Anzahl an Speicherständen erreicht gehabt Oder warum hat er nicht mehr gespeichert gerade eben Alter, der hat nicht mehr gespeichert Weil ich jetzt die maximale Anzahl an Speicherständen hatte oder was Ey, was ist das für ein Schmutz Alter, ich habe gespeichert Alter, das ist, also das ist doch echt Schmutz das Spiel Ey, das ist nur noch Schmutz Ich habe halt echt gespeichert gehabt Und jetzt hat er es nicht gespeichert Weil ich zu viel Speicherständen habe Oder warum hat er es nicht gespeichert Hä? Warum ist der Speicherstand nicht da, den ich gerade gemacht habe Die ganzen Warum? Na, der speichert einfach nicht mehr Geil Toll Toll gemacht, das Spiel Grandios Na, jetzt hat er wieder gespeichert oder was Na, jetzt hat Jetzt hat er wieder gespeichert Toll Tolle Spiel Gutes Spiel Gutes Spiel Premium Spiel Ah Ja, du sollst halt die alten Speicherstände Speichern automatisch oder so Du hast gar nicht so viele Speicherstände habt Stimmt gar nicht Stimmt alles gar nicht Das ist eine Lüge Eine Lüge Eine Lüge der Grafikkartenindustrie ist das Nein, nicht schon wieder anders Ich will doch nur diese Mission schaffen Spiel, lass mich doch nur diese Mission schaffen Ich will doch nur das Lichtschwert haben Mensch, ich tue alles für dieses Kack-Lichtschwert Ah Ich will doch nun mal sehen, ob das Spiel gut sein kann Und das Spiel hat So, wir fangen wieder an, dauernd zu speichern Das ist mir safe hier Das muss jetzt wieder sein Alter, schon wieder Zweimal wegen Gut, dass die nichts treffen manchmal Gut, dass die nichts treffen manchmal Ja, ich will das Spiel unbedingt rauszögern Unbedingt Sag mal, bleib doch in einer Kack-Ecke da drinne Bleib deine Ecke Und nerv nicht Hier war nochmal irgend so ein Scheiß-Geschütz gerade eben gewesen Ja, genau, da war noch ein Geschütz da oben Das wusste ich noch, dass er das Geschütz war Ja, was war denn das? Ja, was könnte denn das gewesen sein? Oder besser gesagt, wer könnte das gewesen sein? Weg mit euch Möchte ich da nicht rüberspringen oder das Ding einfach kaputt machen von der Seite Wie kriege ich das kaputt, ohne Schaden zu nehmen? Ich glaube, meine Runterspringen-Methode war vorhin sogar noch das Beste, oder? Ah, ich muss da wahrscheinlich rüber, oder? Naja, das ist der Weg Das ist der Weg, wie es normalerweise gehen sollte hier Ich gebe niemals auf Au Ich lasse mich höchstens erschießen von dir Dann gebe ich zwangsmäßig auf So, zwei Stunden Stream pro Tag für eine Woche sind genug Ja, das ist halt dieses Ich hasse es einfach, das Spiel aufzuhören mit in der Mission Das kann ich nicht machen, obwohl mich das Spiel mega aufregt Und an vielen Stellen absoluter Schmutz ist Aber ich kann halt nicht in der Mission aufhören Das geht nicht, das lässt meine Ehre nicht zu, oder so Ja, genau, die Tür geht ja natürlich genau in dem Moment zu, wo ich die Granate werfe Natürlich, die bleibt ewig offen, dann geht sie genau dann zu Ganz klar So Ja, ich werfe die Granate rein, aber es bringt halt ungefähr auch gar nichts Ich gehe mir steht genau da, wo nicht die Granaten sind Ah, die Treppe wieder viel zu gut Sag mal, ich hänge fest Ah, warum hänge ich hier schon wieder fest So, Gitarre üben mit dem Star Wars Thema, okay Okay Viel Spaß Man trifft ihn doch mal Mann, 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 Mann Ja, Getting Overed war ja auch ein Schmutzspiel Getting Overed war ja auch Das war, das war Lebenszeitverschwendung Hier, sterbt alle, sterbt, sterbt, sterbt Es wäre schön, wenn mich die Granate gerade eben noch mit erwischt hätte Das wäre schön gewesen Ja Er ist halt auch so geil Er hat also gar keine Lebensenergie mehr die ganze Zeit Wenn ich hier reingehen, dann bin ich halt auch ins der Tod Einfach, weil hier die ganze Zeit so viel Und weil halt einfach so viele Gegner hier drin sind So Wartfern Schmutz Wartfern Schmutz Ich muss halt alles nur noch mal machen, weil das Scheißspiel einfach nicht gespeichert Hat von weißt du, wie viel Gigabyte sind auf der Festplatte 387 Gigabyte reichen Dem Dreckspiel einfach nicht aus zum speichern Da nimm das Irgendwann kill ich mich noch selber den Granaten, ich sehe es kommen Die fallen auch so blöd, die Granaten Irgendwie eine Raketenwerfer oder irgend sowas, was noch ein bisschen länger Schaden macht Ich weiß, was da jemand ist Du weißt, dass da jemand ist, hm, was hat mich verraten Die Granaten So Ich glaube, ich habe zumindest ein paar erwischt da drinnen Von daher glaube ich können wir uns ja mal versuchen, nochmal reinzugehen Hier Das fiese ist ja immer, der Frust wird nur größer Je länger man es nicht schafft, desto größer wird der Frust Und desto mehr will man es schaffen Und desto mehr länger dauert es dann auch wieder Das ist ein ganz, ganz schlimmer Kreislauf So, hier waren auch nochmal welche drin, das weiß ich noch Ja genau, da waren auch nochmal welche drinnen Hier geht einfach sterben, alle zusammen Tut mir doch einfach den Gefallen So, weg mit euch Welcher Frust Welcher Frust Du kannst gar nichts Glaubst du mir, glaubt ihr ernsthaft, ich tue mich euch nochmal an? Denkt nicht mal dran, mir das nochmal anzutun mit euch da unten Warte, sie sind immer noch an Hab ich gerade den Spielstand geladen, wo ich Wo ich es noch nicht ausgemacht hatte, die Dinger Hä? Ne, das Game ist nicht Kanon Du gehst den Spielen auch immer die Schuld, wenn du es nicht kannst Der verdient Aber das Ding ist doch jetzt aus, oder? Ach, kacke, der ATS ist ja auch noch da vorne Ach, nee Ich habe mir nur mit ATS, die mich hier rum ärgern Jetzt muss eins haben wir schon mal ausgestattet hier So, jetzt alles auch, was wir haben auf den ATS Hier da vorne drauf feiern Müsste eigentlich reichen Ja, reicht So, ging das lustig, die Kanonen, äh, die Schüsse vom ATS sind uns vorbei Wir speichern nochmal So, jetzt sind wir wieder so weit wie vorhin Wunderbar Also weg mit der Kanone Und dann ab nach unten hier Danke, Commander Wir sind auf dem Weg zu dem Gefangenen Alte Speich, ich habe vorhin so viele gelöscht, dass ich glaube, jetzt wir sehr viele neue machen kann Auf jeden Fall Guten Abend Das soll Labyrinth sein, du hast den Anfang nicht gesehen Du hast den Anfang von dem Level nicht gesehen Dafür ist das hier Labyrinth Das ist kein Labyrinth, das Level Das hier ist ein Spaziergang vergleicht zum letzten Level Das nervige ist halt immer, dass man, dass man einfach so gar nicht trifft Also du kannst die Gegner anvisieren und triffst trotzdem nicht Wenn du läufst, das ist manchmal so nervig Zum Beispiel den hier Na gut, ich habe ihn getroffen Gut, schlechtes Beispiel Zehn Schoß haben wir übrigens noch Ich habe keine Munition mehr Ich nehme die Buki-Waffe, ich glaube, damit habe ich noch mehr Munition Ne, Buki-Waffe, wo ist der Bogenwerfer? Da ist der Bogenwerfer Da war noch 300 Munition So, einmal den Aufzug bitte wieder nach oben nehmen hier Ne, ich muss gar nicht nach oben, wo muss ich überhaupt hin? Wohin ich zu den Gefangenen? Ah ja, lass das Schiff, was uns wegbringt, oder? Ah, Gott sei Dank Ah, Liam Winkler, danke fürs Followern Und NickTV übrigens auch noch, danke fürs Followern Ja, sag mal, hier, ist doch gelandet hier Wieso darf ich nicht rein? Lass mich rein Ich will ja weg Lass mich hier rein Ich will ja mit Ich bin wohl, ich bin wohl falsch abgebogen Nicht richtig abgebogen hier Nein, ich will ja Lass mich mit Lass mich mit Ich will einfach das Level schaffen Das ist nur noch Verzweiflung Aber ich will einfach das Level schaffen hier Warum darf ich denn jetzt nicht mit? Lass mich doch mit Ich will das alles nicht mehr Ich möchte hier mitfahren Warum darf ich denn nicht mit? Ich will nicht zu Jen Ich will wegfliegen Ich will nichts mehr mit Jen zu tun haben Jen ist doof Jen kommt immer, wenn ich alles schon fertig gemacht habe Und dann kommt Jen plötzlich Wo ist Jen überhaupt? Die hat gesagt, wir treffen uns doch unten, oder? Ach, und die Ravens Claw treffen Ja, wo sind denn die? Habe ich eine Ahnung, wo die sind? Wo sind die? Die Follower, wo ich auf Twitch Das siehst du doch 16.000 oder so 16.000 Ein paar zerquetschte Müsst durch die eben abgeschlossene Tür Eben ab Da bin ich vorhin rein Ich möchte wieder da durch Ich möchte wieder durch die Röhre Durch, wo ich hergekommen bin Durch die eben abgeschlossene Tür Muss ich Abgeschlossene Tür Okay, abgeschlossene Tür Bogenspanner nicht, Bogenwerfer Ach, für mich ist es ein Bogenwerfer So spannend ist der nicht Nach der Ravens Claw kommt Griffins Door Da kommt nur Griffins Klo Ich will da Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Zurück? Ich bin nicht so der Spanner Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Dann kommt Huffels Puff Ja, der sowieso 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 Das ist klar Wo Huffels Puff herkommt Das Haus Was die Gründerväter da vorher Für Für ein Haus betrieben haben Das ist auch eine Art von Haus gewesen Ein Rennhaus war es nicht Ein G-Haus war es auch nicht Müssen wir unten aus der Tür raus? Ne, die untere Tür ist auch noch zu Das welche Tür müssen wir Wo müssen wir weiter? Müssen wir da drüben weiter? Oh Oh, doch kann ich sogar ein bisschen aufladen Hier Ach, die Tür Die war vorhin zu, gell? Die Tür hier oben war zu Die Tür da oben war vorhin zu Die war zu, die Tür Die glaube ich war zu Ja, ja, ja Damals war noch der Slytherin Ja, ich glaube auch Ich glaube auch Ich glaube auch Ach, Jan Jan hat immer Ärger Ah, Jan So, noch mal kurz Munition hier aufladen Kann ich mir jetzt eine ATSC holen? Ne, das Spiel erlaubt es mir nicht Weil die ATSCs zu sehr zu sind Beste Begründung dafür Dass sie kein ATSC Level Programmieren wollten An der Stelle Das wäre nice gewesen Mit den ATSC hier durchzulaufen Das ist gut Das ist ein gutes Zeichen Das Schiff kenne ich Das ist nicht so gut Kollege, da fehlt ein Kopf Mach sie fertig, Kyle Kyle Kyle, Kyle Katar Der legendäre Held Der Jarek Im Tal der Jedi Vernichteter Du siehst aus Wie ein gewöhnlicher Banta-Erte Tja, und sie sehen aus Wie eine zu groß geratene Kovakianische Affenechse In der das Aussehen Nicht zählt Lassen Sie sie gehen Oh, oh Blaster gegen Lichtschwert Ja, toller Plan Brillant, brillant Beste Idee des Tages Der auch noch blockiert Unsere Schüsse Ja, geil Ich habe Kontaktminen Was machst du mit deinem Lichtschwert da? Ich habe Kontaktminen Au, au, hör auf Au, au Hör auf mich rumzuschmeißen Hör auf meine eigenen Kontaktminen Gegen mich einzusetzen Ey Ey, lass das Ey Aller, aller Bossfight ist fies hier Ich glaube, er hat mich erwürgt Oder so Genug der Scharade Du bist armselig, Katar Als Jedi-Ritter Warst du vielleicht noch ein würdiger Gegner Doch ohne die Macht Bist du nicht einmal die Anstrengung Werden nie begeschleckt zu werden Vielleicht ist deine Frau Aus zäherem Material Schwächer als diese Kolonisten Kann sie auch nicht sein Wagen sie es nicht, sie anzuhören Wenn ich genauer darüber nachdenke, Thebion Töte sie Halt! Jen! No! Das sind ja schon Anakin-würdige Motive hier Oh, das ist auch nicht so cool gewesen Ich glaube, Jen war wichtig, oder? Also ich habe den ersten Teil nicht gespielt Hier war sie eher nervig, aber Ich glaube, sie war ihm wichtig Wenn es seine Frau war Ich glaube, er hat jetzt einen gewissen Hass Gegen den Echsen-Typen Ich gebe ihm einen würdigen Gegner Oh, würdiger Gegner kommt Ja, ab zur dunklen Seite und alle umbringen Guter Plan Charo, 3, 4, 5, danke fürs Followern Was tust du, Kyle? Versuch nicht, mir das auszureden, Vater Ich brauche die Macht des Tals der Jedi Und zwar jetzt Glaubst du denn ernsthaft, dass dieser Strom der Macht deinen Schmerz lindern würde? Oder dass du die Macht lenken kannst mit einem Herzen voller Zorn? Ja Viel guter Grund, den Protagonisten nicht umzubringen Er ist es nicht wert, ja So, erstmal wieder hier ein bisschen Energie tanken Würde ich sagen Ich bin 29 Ein Blaster-Schütz muss sich zwangsläufig gegen Lichtschwertkämpfer verlieren Nein, das stimmt Besonders, wenn er andere Blaster-Schütz mit als Freunde mit dabei hat Oder 66 lässt grüßen Das klingt super Zorn und Rache, bitte macht das so Ja, schauen wir mal Das Echsen-Affe wurde zu Affenechse Naja Kann man schon mal verwechseln Oh, oh, die Zwischensequenz sieht anders aus Die ist vorgerendert Das sieht man hier gleich Damals gab es die Jedi-Geist-Regel noch nicht, dass man mit seinem Vater einen Geist Ah, ok Ja, so sah das Spiel wahrscheinlich damals aus Irgendwie in der Zwischensequenz hier Jetzt höre ich mir mein Lichtschwert Ich hoffe es Ich will mein Lichtschwert Jetzt aber die Macht haben wir jetzt wieder, glaube ich, oder? Das sieht einfach aus wie ein T-Rex Sein Vater konnte ihn wieder für die Macht begeistern Ach, sein Vater war der Machtgeist Ah, ok, damals war das noch mit dem Jedi-Geist In der Regel war das noch nicht so Ok, ok Da wurde einfach jeder zum Geist, wer Bock drauf hatte Oder wie war das? Ja, mach das auf jeden Fall was Tolles War spannend, dass die Zwischensequenz nicht in der In-Game-Engine machen, sondern vorgerendert haben hier Ah, ja, wenn vier Tempelbesuch bei Luke Ah, C3PO Ah, ich denke, ich finde den Weg selbst Ah, da gibt es auch noch hier Finde ich den Weg selber Schauen wir mal, ob wir den Weg selber finden Ich will nicht, ich will Lichtschwert haben Ich will das Schwert haben Wow, hier schaust du die Grafix hier gleich viel besser irgendwie Schaut ziemlich cool aus Hat er sich gerade hierhin teleportiert Nee, ist ein anderer Äh Ich glaube, ich bin der Weg doch nicht selber Vielleicht hätte ich mir hinterher laufen sollen Aber ich glaube, er ist so langsam Da bin ich immer noch schneller Wichtigse versuche Starz ist mein PC zu schlecht Und ich glaube, da wäre Da wäre das Interesse auch nicht da Ich habe Starz ist tatsächlich aber Gebackt also schon als Als es noch in der Auf Kickstarter glaube ich damals noch war Oder so Irgendwo da habe ich es da schon Gebackt Ich tippe aber, wir müssen ganz nach oben, oder? Im Zweifelsfall müssen wir ganz nach oben Bei mir die Tempel Nee, in dem Fall Der Zweifelsfall ist nicht dieser Fall Oh, die kämpft mir aber mächtig Okay, cool Und dann müssen wir doch hier rein Nein, da ist zu Warum kommen wir da nicht rein? Äh Warum geht da die Tür nicht auf? Wie komme ich da rein? Warum? Der Aufzug fällt auch nicht mehr, oder? Doch, der Aufzug fällt Der wird ja wohl auch Nein, ich will nicht nach oben Lass mich nach oben Ah, ich will nach oben hier Das ist C2PO Ah, okay, okay Ich wollte gerade sagen Die Stimme, das war Luke's Stimme, oder? Hm Wir haben noch lustige Dinge, die wir drücken können Wo aber nichts passiert Ah, da kriegen wir den Aufzug nach oben Okay, also wir müssen anscheinend auch noch ganz oben hier Ich muss höflich anklopfen, dann lassen wir mich auch rein Aber ich habe nichts zum Anklopfen da Ich glaube eher, dass wir noch weiter nach oben müssen Eher meine Vermutung hier So, noch mehr Aufzüge, bitte Oh, da können wir sogar ein bisschen hier den Himmel genießen Überjahren Ah, das kommt mir bekannt vor aus der Academy Ach, das ist der Thron Ja, das ist der Partyraum, ist das hier Ah, das ist der große Partyraum Ungewohnt, wenn da keine Leute drin sind Ich schaue Der Schatten Dann könnt ihr Jedi-Ritter Dinge nie auf die einfache Art machen Wenn die Jedi-Ritter den einfachen Weg gehen würden Gäbe es Millionen von uns anstelle von lediglich Dutzenden Nimm zum Beispiel Dissan Er wurde auf einem Planeten geboren, auf dem die Macht unbekannt war Auf dem er durch seine scheinbar magischen Fähigkeiten gefürchtet war Und von seinem Umfeld ausgestoßen wurde Seine Kindheit war erfüllt von Einsamkeit und Verzweiflung Bis ein reisender Händler ihn entdeckte Die Macht in ihm erkannte Und ihn zur Akademie der Jedi brachte Er war also ein Student hier? Ja, zum ersten Mal in seinem Leben war Dissan friedlich Er hatte andere gefunden, die ihn so gern hatten, wie er war Andere, die ihn ermutigten, seine Talente weiterzuentwickeln Mit der Zeit änderten sich die Dinge jedoch Wie? Er wurde kalt Ernst Er belächelte die anderen Studenten wegen dem, was er für ihre Schwächen hielt Und stritt, manchmal sehr hitzig, mit seinen Lehrern Während einer Übung streckte er plötzlich einen anderen Studenten nieder Er tötete ihn kaltblutig Dissan sagte, er wäre zu schwach gewesen, um ein Jedi zu werden Er floh, bevor wir ihn Zur Rechenschaft ziehen konnten Und seither blieb er verschwunden Bis jetzt? Ja Kyle, es tut mir leid wegen Jan Mir auch Sicher, gib mir nur ein Lichtschwert und ich bin wieder verschwunden Wie du willst Dein Lichtschwert befindet sich irgendwo in den Tempelruinen im Süden Um es zu finden, musst du in der Lage sein, die Macht gezielt einzusetzen Von deiner Prüfung werde ich versuchen, etwas über Dissans Aufenthaltsort zu erfahren Viel Glück Oh Mann Oh Mann Oh Mann So, na dann müssen wir wohl noch irgendwie eine komische Prüfung machen Natürlich kriegen wir das Lichtschwert nicht einfach So wäre er zu einfach Gummibäronen, danke für den Raid So, hier können wir noch mal ein bisschen die Aussicht genießen Und dann werden wir jetzt mal gucken ein bisschen hier Dass wir uns jetzt hier das noch Noch das Lichtschwert holen Das Lichtschwert holen wir uns heute noch, komm Bin zwar müde, aber das Lichtschwert will ich jetzt noch haben Wenn wir uns schon hier so lange durchgequält haben Dann will ich jetzt auch noch das Lichtschwert haben hier Nächste Level ist ultimativ nervig Ich überlege es mir noch mal, ob ich das Lichtschwert haben will Ich überlege es mir noch mal Hi Frog Kids, ja? Gibt's da? Frog Kids, ja Danke fürs Folown Wunderschönen guten Abend Schau, 4, 5 Habe ich mich bei Schau? 3, 4, 5, schon bedankt Darf ich mal auch mal danke fürs Folown So, also wir müssen irgendwie Da sind wir wieder Wir müssen irgendwie raus, glaube ich Und dann irgendwie draußen unser Lichtschwert suchen So, Max, Luke, Stimme Ich habe keine Ahnung, wie sich die neue Stimme von Luke anhört Ich habe jetzt die Star Wars Sachen in letzter Zeit Alles noch auf Englisch gehört Deswegen weiß ich gar nicht, ob Ich wusste nicht mal, dass Luke eine neue Stimme hat Also von daher Kenne ich die, würde ich die gar nicht erkennen Die neue deutsche Stimme von Luke Diese Trainingssequenz ist ziemlich lang Aber ich will das Lichtschwert Und ich weiß, dass ich das Spiel nie wieder spielen werde Ich weiß, dass ich das Spiel nie wieder spielen werde Wenn ich jetzt aufhöre, das ist das Problem So, einfach nicht so schlimm das Level Muss ich 5 Stunden voll machen, ne Ne, aber wenn sie so lang ist Wo muss ich überhaupt raus schon wieder? Ah, diese Ah Frog kann ich sagen, ist eine Abkürzung Alles klar Ich merke mir, ich versuche Frog mir zu merken Ich bin ganz schlecht mit Namen Also wenn Leute, wenn Löwen, äh, Leute aktiv sind Dabei, hier aktiv dabei sind Dann kann ich mir den Namen irgendwann merken Oder zumindest die Namen, die ich sagen soll Aber So, da muss ich morgen arbeiten Ja, ich muss morgen arbeiten Wo müssen wir hin? Verdammt, wir sollten doch raus, oder? Wo sind wir überhaupt reingekommen? Ne, wir waren schon drin, oder? Wir sind hier drin gestartet So, du findest schade, dass Jetta von Order 2 nur von Nextstern am PC kommen wird Naja gut, was soll ich sagen Ich bin ganz froh, dann sieht es wenigstens entsprechend aus Das ist immer ein bisschen blöd, wenn Spiele halt eigentlich Eigentlich neu sind, Spiele neu sind, aber trotzdem nicht viel besser aussehen Weil sie halt einfach nur noch immer für die alten Konsolen mitentwickelt wurden Und dementsprechend halt auch aussehen Von daher wäre ich ganz froh, wenn es tatsächlich nur Aber ich glaube nicht, dass Spiele jetzt schon Also sowas wie Star Wars Das ist schon exklusiv für Nextgencom Wird mich schon sehr wundern Ich habe keine Ahnung, wo müssen wir hin Der neue Sprecher, der Sohn des alten Sprechers Okay Das ist cool Das ist cool Gluckzise im Süden Ja, Süden, wo Süden Können wir hier noch irgendwo raus Das ist der einzige gegangen, wo wir noch nicht drin waren Ah, hier können wir überall rumlaufen Hier Vielleicht eigentlich so verkehrt Nee, das sind hier bloß die Aussichtsplattformen Ah, die üben hier mit der Macht umzugehen Okay Gut to know So, 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 so Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss Das ist der letzte Gang, den wir glaube ich noch nicht gegangen sind Können wir da unten noch ein bisschen den beim Kämpfen zuschauen, aber das wollen wir eigentlich gar nicht Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir können nochmal nach oben, aber das bringt halt auch nichts Wir springen einfach raus Wir springen aber vorne bei Wir springen aber vorne bei Luke einfach raus aus dem Fenster vorne Dann kommen wir auf jeden Fall raus Ich bringe einfach da vorne springen wir runter Dann sind wir auf jeden Fall draußen Ich halte das für einen sehr guten Plan So, einfach in den Gang gehen Ja, in welchen Gang gehen Aber ich kann auch nicht mal rausgehen Ach man, oh nix da, wo mal Spaß macht Oh man Okay, auch das scheint hier nicht die Lösung zu sein, um hier rauszukommen Gemein Was heute ist, wenn ich auf Twitch bin What? Also oft genug angekündigt habe ich es auf YouTube Okay, also wir halten fest Hier oben ist es definitiv nicht Okay Oh shit Okay, hier auf der Etage ist es definitiv auch nichts Das heißt, ich muss unten irgendwo hin So Also haben wir hier unten nur zwei Einigen Gang Ein einziger Gang gibt es hier Und es gibt den Gang, der nach oben führt Und es gibt den Gang, der hier nach links führt Also kann es nur der Gang sein Das ist der einzige Gang, den es hier noch gibt Da sind wir vorhin aber auch schon durchgegangen Ja, und das war alles an Räumen, die ich aktuell hier sehe Ja, erstmal schwer, dass ich nicht Nicht runter Wäre da gerade was kaputt gemacht Erst beschweren, dass ich nicht runter kann Und dann mich beschweren Runter fangen kann Und dann beschweren, dass ich nicht in Abgrund darf Ja Immer beschweren geht eben Beschweren geht eben immer So Du musst dir gar nichts anschauen Du musst dir gar nichts anschauen Du musst dir gar nichts anschauen Niemand zwingt dich zu irgendwas Ich glaube auch nicht mehr, dass ich so lange mache Weil ich tatsächlich nicht weiter weiß, wie ich hier noch irgendwas machen kann Aber danke für den Support auf jeden Fall Das N-Legos da aus Ich finde es richtig nice Versuch es auf 100% zu spielen Viel Erfolg Viel Erfolg Ne, ich glaube wir lassen es jetzt Weil das bringt hier nichts Keine Ahnung Das Spiel endet genau wie es angefangen hat In einem absoluten Rätsel Schade, ich hätte das Lichtschwert eigentlich gerne noch gehabt Aber Jo So, so, so halt nicht Dann halt nicht mit Lichtschwert Schade Schade Kann ich die Taten beim X-Wing bedienen Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas bedienen kann Ich kann auch mal gucken, ob ich was bedienen kann Aber ich glaube es nicht Erster Stocktür ganz links Ach, im ersten Etage war noch was Ah, erste Etage war noch was Erste Etage Ah, nee, wenn ihr sagt Die Trainingssequenz dauert eh noch ewig Das macht keinen Sinn Das macht keinen Sinn Ich hätte jetzt echt noch gerne das Lichtschwert gehabt Aber Wenn die Trainingssequenz noch ewig dauert Dann Ah, hat das ja Hat das ja auch irgendwie keinen Sinn Vor allem, wenn die Trainingssequenz nicht gut sein soll Das ist not the way This is it So ist Leben So ist Leben So, ihr kriegt noch ein bisschen Partymusik hier Hab ich gehört Einmal die Partymusik wieder anmachen für euch hier So Und lauter wird's nochmal hier Schmutzerspiel Ja Ich habe ja echt versucht dem Spiel eine Chance zu geben Muss ich sagen Ich habe ja echt versucht dem Spiel eine Chance zu geben Aber Ja Es ist halt Es ist halt echt schlecht Also Die Level sind einfach so Es ist halt alt Es ist halt alt Und das merkt man irgendwie Und ich finde halt so krass Ich glaube Jedi Jedi Academy Ich glaube ich kam Ich kam dann nur ein Jahr später Oder so Und das ist halt so So viel besser Also das ist wirklich ja ungefähr alles besser als hier Das Level Design ist besser Die Kämpfe sind besser Man hat von Anfang ein Lichtschwert Ich weiß nicht Das ist einfach Da ist ungefähr einfach alles besser in dem Spiel Und das ist halt irgendwie so krass Ich weiß nicht Also irgendwie Es ist Es ist Es ist ein bisschen besser geworden Als am Anfang Also das erste Level ist wirklich das mit Abstand schlimmste Level Und das ist auch echt abschreckend Was das Spiel angeht Das erste Level muss man sagen Es wurde ja dann ein bisschen besser Das muss man auf jeden Fall sagen Also die Die nächsten Level waren dann definitiv ein bisschen besser Meiner Meinung nach Aber Ja Trotzdem Es zieht sich immer Man weiß immer nicht wo man hinlaufen muss Die Gänge Die Level sehen alle gleich aus Trainingsequenz ist schon gut Ich bekomme das Lichtschwert Erst an den Trainingsequenz Komme ich nach und nach Meine Machtkräfte Wie haben mich die Rez lesen Das magst du glaube ich schon sehr Ja jetzt ja früher sagen müssen Ja jetzt erst zum früher Wagen müssen Ja jetzt erst zum früher Wagen müssen Ne ich bin jetzt auch irgendwie Ich weiß nicht Ich hätte das echt noch gerne weiter Gespielt Vielleicht spiel ich privat Und nochmal weiter mit dem Lichtschwert Aber Ich weiß nicht Ich weiß nicht Naja so muss man sagen das spiel ist es ist einfach muss ich halt durchqueren Das finde ich schade bei einem Star Wars Spiel wenn man sich da durchquälen muss Das finde ich sehr 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 schade Ach du hast einen Raidenführer gehabt Entschuldigung Ja hast recht Kriegst du natürlich Kriegst du natürlich Ruhig ruhig Alles ruhig Nichts passiert Nichts passiert Kriegst du natürlich deinen Raidenführer Nur die Ruhe Nur die Ruhe Nur die Ruhe Bitteschön 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 Ne also muss man sagen Da wäre man mehr Da wäre einfach mehr drin gewesen Vor allem ist es halt ein jahr spiel das andere spiel rausgekommen Das war einfach so viel besser Aber das muss man ihn lassen Sie haben auch jeden fall viel aus ihren Fehlern gelernt Finde ich aus dem ersten teil Also der zweite teil ist ja wirklich eines meiner lieblingsspiele tatsächlich Und vielleicht wäre der teil hier auch noch deutlich cooler geworden Wenn man wenn ich mit dem Lichtschwerter unterwegs gewesen wäre Wobei an der levelstruktur wahrscheinlich Werden wir trotzdem wieder nur durch die ganze zeit durch irgendwelche grauen Militärischen gänge gegangen oder so Simcard ist morgen nicht dabei Auch Simcard Morgen ist doch Star Wars Tag Muss auch dabei sein Aber du hast gesagt Morgen wird wahrscheinlich nichts Die Chance besteht ja noch Genau Morgen kommt Superstar aus Und vor allem kommt morgen auch Star Wars Battlefront 2 Ab 18 Uhr Also ich werde erst Superstar aus Ungefähr eine Stunde spielen Und danach dann um 7 wahrscheinlich So was dann auf Battlefront 2 Wechseln Nehme ich mal an Werde ich mal so machen Nehme ich an Naja also danke auf jeden Fall Dass ihr euch mit dabei wart Ich bin ja froh Gut habt morgen einen wunderschönen Tag Wir sehen uns morgen um 18 Uhr Der Rimmis kommt morgen später dazu Alles klar Und Möge die Macht mit euch sein Servus Lüge die Nacht Und Wir sehen uns vorgesehen Als sonst Und 기